Cody, warum bist du jetzt schon wieder gebannt? Oder bist du wieder frei? Keine Ahnung. Warst du noch nicht im Support? Was könntest du denn gemacht haben? Brauchst du einen Laserpointer? Gott sei Dank ist die rote Krawatte weg. Gar nichts? Ja, dann geht doch mal abklären, was das wieder... Ich verstehe das aber auch nicht, ne, Alter. Ich meine, okay, man meckert, wenn man immer selber irgendwie betroffen ist, aber... Boah, hier fliegen ja die Bands, echt. Das ist ja... Geht damit, dass keine Kuh haut. Krank, dass Dietweiß Lied. Ja, Todi. Aber manche haben auch Angst um ihre Katze, ne? Die wollen die nicht nach draußen schicken. Weil da gibt's andere Katzen und die sind in Gangs und... Die machen Ärger. Verstehst du, was ich mein? War schon im Wartraum, wurde aber nicht gezogen. Klar, gibt Katzen und die sind jetzt Ruhe jetzt hier. Irgendwann eine Kippe! Was geht ab? Guten Tag, Kollege. Wow, wo hält die gelbe Tasche? Hi. Gibt's neu? Komm, wir brauchen Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Hallo? Warte dumm. Hallo? Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Finger in den Dreckentern. Ey. Der Kürtis macht mal Schlange. Wir brauchen Schlüssel. Wir brauchen Schlange auf. Was für Schlüssel? Revolta? Revolta, du hast doch noch... Ich habe noch... Keine Ahnung. Nein, ich habe gestern schon einen Profil abgegeben. Hallo. Hast du doch keine über? Sieben Stück habe ich noch. Sechs noch, weil ich einen brauche. Ich habe keine schlisse Sachen. Halt den Schnauze, du Wichser. Das ist mal eine Schlange. Wisst ihr nicht, was eine Schlange ist? Schlange? Wenn du mich weiter schubst, ne? Geh ich nach Hause, will da? Ja, aufhörst du schubsen. Danke. Ah, danke. Wer noch? Ich. Jetzt verpisst euch. Okay. Komm, wir fahren in die Tasche gucken. Was für Taschen gibt es neue? Kamu, oder? Wow. Wo ist Mela? Hier steht da ein Kamu. Mela. Dann brauche ich nur noch den vom Neon. Läuft gerade weg. Mann, gib weg! Boah. Mela? Ja. Oh, Aishe. Habibi. Was geht? Tamam. Lass mal zum Aldi. Mela ist der Scheich. Wir müssen auf die aufpassen. Ja, ich... Jeff K., wenn wir Dings machen, heute müsst ihr uns auch umziehen, ne? Wenn wir was machen? Ja, wenn wir Ärger haben. Ist nüs? Ja, doch. Natürlich. Guck mal, wie wir aussehen. Fertest, ich wurde halt verfolgt. Fertest, ich wurde halt verfolgt. Fertest, ich bin mal so... Ich weiß nicht, irgend so ein dunkel angekleideter Typ, aber der ist genauso langsam, der ist die ganze Zeit hinter mir gefahren. Genauso langsam wie ich. Und du weißt, wie langsam ich fahre. Als ob, oder? Vielleicht wollen die dich empführen. Niemand fährt so langsam. Ich muss auf jeden Fall zum Krankenhaus einmal, ne? Ist Jeff da? Der Spassmoor ist grad da. Der Spass ist da, ja. Der Spass ist da, ja. Also Moor ist grad im Krankenhaus, der Mann ist da. Meint ihr, Jeff, kann man mir nach oben? Nochmal gucken, wenn ich ne Beule und so? Soll ich mal fahren? Ruf auf den Ohren, dann könnt ihr den mitnehmen. Ich kann fahren. Fangen, bitte. Ja, noch mal. Ich fahr' mal. Bah! Bah! Das war wieder Nikotin-Klumpen. Nein. Du? Das war nur jemand denkt an mich. Warum fährst du hier durch? Hi, Jeff, mein Lieber. Ähm, kannst du mich jetzt nicht machen? Dass du dich heute um Kett ist ein bisschen krass. Du machst das zuhören. Du musst ernst bleiben. Ich frage bei der Action, Junge. Jeden Tag gibt's Action. Ja, das sind Wewehchen. Ja, schön, das folgt nicht. Ähm, wir fahren jetzt noch kurz irgendwo hin zu so einem Laden. Und dann kommen wir wieder zum Park. Okay, viel Spaß. Uh! Ja. Ich finde, die Farbauswahl nicht so befreulichend. Ja. Ja. Abend. Handtascheln! Uh! Ah! Uh! Ah! Gut. Ja, 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 ja. Fühlig. Ja. 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 Warte, ich kann mir direkt nur, nur, nur Knarre kaufen. Na, wir haben noch welche, ne? Haben wir noch Knarren? Ja. Eigentlich schon. Genug. Aber wahrscheinlich keine Munition. Ja, wir kaufen ein bisschen Munition. Ja, wir kaufen ein bisschen Munition. Ja. Was sind meine... Hallo? Da will man nichts verkaufen. Ja, der ist geschlossener Laden. Warum bin ich dann reingekommen? Weiß ich nicht. Mittagspause. Gibt man eingeboren? Mittag. In fünf Minuten wieder da. Was? Bist du kurz im Handschuhfach, oder was? Nee, da war bestimmt ein Schild. Fünf Minuten wieder da. Was stellen die doch immer auf, wenn die zum Mittag gehen. Wo der Spin-Student? Halt doch mit dem Klamottenladen, ne? Ja, du willst auch... ...armonell schon nicht. Ja. Guck mal, was im Handschuhfach ist. Hey, Mila. Hast du da was im Bauchnabel? Äh, äh, äh. Äh, äh. Also nur Munition. Ich lass das nicht an mich dann. Zehn Stück, 15 Stück oder so. Wo war? Hörst du dich, Frauen? Ja, na klar. Nö. Arbeitslosengeld hilft doch. Wie viel ist eins plus fünf? Sechs. Nein, könntest du jetzt nicht. Du? Sechs. Das war nicht schlecht. Was machen wir hier? Wie heißt das Nummer? Was denn? Hm. Ich finde es schön, wie Kurt ist irgendwie versucht, was Normales anzuziehen und checkt sich erst mal für du raus. Was? Alles gut. Bist du so dumm? Ja. Bist du so dumm? Oh, ich bin der Franco. Oh, ich bin der Franco, oder was? Trägt dich in der Gang, Geld, Blau, weiß? Geld, Blau ist ja, das ne? Egal. Besser. Boah, sieht so fresh aus. Ich brauche nur Maske, ne? Ja, ich auch. Ich glaube auch keine. Warum siehst du so aus, wie du aus siehst? Weil ich verfolgt wurde. Lass mich in Ruhe. Lass du mich in Ruhe. Lass du mich in Ruhe. Fick dich. Fick dich und all deine Freunde. Fick dich und deine ganze Sippschaft. Hä? Hey. Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Ganz stratternd hellgeschrien. Bist du bescheuert? Jeff Carey, dann brauchst du? Ja, es dauert so ewig, dieser scheiß Ding, als ich finde, ich suche, ne? Das sieht so fällt aus. Ne, ich suche so ein Hemd. Was für ein Hemd? So diese einfachen, lockeren Hemden. Soll ich das sicher, oder? Ne, ne, ne. So, die sind einfach geschlossen, aber die gibt es auch in mehreren Farben, so, aber uniform. Aber sicher, habe ich geschlossen? Ne, ne, uniform. Also. Willkommen bei McDonalds, Ihre Bestellung bitte. Boah, auch fett, oder? Ja, du siehst aus wie ein laufender Tampon. Mit deinen Goldschücheln. Ich bin ausgelaufen. Jack, sag mal Tomate. Tomate. Deine Oma kann gerade. Autsch. Ich bin Nummer drei. Sag mal, Klettergerüst. Klettergerüst. Du hast eine nackte Mila geküsst. The Master of Disaster. Dankeschön für den Prime 7-10. Hätte gerne Kinder. Happy mir mit Spielzeug, du Katze. Gib es nicht. Kannst du schneller machen? Ich suche... Ich suche... So cool stand noch niemand hier. So cool stand noch niemand hier. Ja. Hi. Was gilt? Was gilt? Na? Na, bist du öfter hier? Ähm, schon. So fast jeden Tag. Wie viel? Mit knutschen? Ne, nur umarmeln. Nur umarmeln? Ja. Also so. So. Also, bist du dabei oder was? Ja. Nein. Lieg da. Du warst schön, dass du dir das vor die Füße geworfen hast. Dankeschön. Ich freue mich, immer wieder Geschäfte zu machen. Mit ihm. Halt die Schnauze. Ich verstehe. Das ist nur tot. Keine Kraft im Bein. Was läufst du so? Zum Brett du Lutscher? Zum Brett du Lutscher? Nein, nein. Schon okay. Was? Was denn? Was geht da? Wir pfeilen die ganze Nacht. Ja. Wo will ein Brot, Jeff K? Wo habt ihr eure farbige Tasche her? Wir haben einen Taschenladen. Wo ist der? Wo im Bahamas. Ein Stück weiter nördlich. Bei dem Ammonation und bei dem Bahamas. Ja. Achso. Okay. Jut, jut, jut. Ich weiß, wo er mitkommt. Ja, der Mopped stand gestern schon da. JfK, kannst du spätbeinen? Du, mein Diot. Mila, kannst du mir den Kauflu mir erzählen? Ähm, wo ist du da? Ja, kann ich machen? Ja, da sollen wir kurz Masken schon mal holen fahren. Ja, wer braucht denn alleine? Ja, du und ich. Und JfK. Okay. Wir gehen kurz Masken holen, ne? Du bei JfK. Boah, du bist so angstig. Dürfen wir fahren kurz Masken kaufen. Ja, Chad ist immer tot. Ja, na klar, Grant. Na klar. Du hast auch noch nie was gehört von der Straßenverkehrsäulung, ne? Warum? Ich bin der Treiber. Schnell und effizient nennt man sowas. Was hat Jess jetzt immer gesagt? Ja, so wie ich das verstanden hab, will die mit dir hochfahren. Die fährt mit dir überall hin. Könntest du dir eine zweite Freundin nennen? M-m. Das nicht. Das sowas macht man nicht. Ha, ha, ha. Pokaloo. Hm, bist du eine für JfK? Ja. Groove mit 2 Uhr, by the way. Nice, Moochers. Du alten Ärgerer. Groove steht. Wo ist jetzt, Mann? Wird du mal lieber aufhören, Stream zu gucken? Komm, ne Pymis. Ja, gib neue Taschen auf die Unity. Wir machen heute wieder Sachen machen, Sachen, Dinger. Ja, klar, Basti, das ist, ich sag jetzt einfach nur Spaß. Ich find das sehr angenehm, dass der Chat einfach nur guckt und bläh, 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 bläh. Bin noch bei Frobo da. Ja, Stich hier in mein Herz. Bist du fit? Bist du fit? Ja, weiß nicht. Bist du ja müde, aber... Jess, du musst unbedingt nur mal im Arm gucken. Nicht, dass du mir eine Zerrung holen. Ja, jetzt läufst du mit ein Werbekissen an. Kirschkernkissen. Kirschkernkissen? Kirschkernkissen. Oh, mein Gut. Du hattest fast ja mal in den Befall. Ich hab Reflexe wie ein Fuchs. Ja, Dienstagsmütz noch Zimmer frei, Chef. Immer, immer. Das war knapp. Boah, der ist immer nur hier drin, ne? Das ist immer noch nicht. Das ist immer noch nicht. Das ist immer noch nicht draußen. Gleich jeden Augenblick. Bist du immer noch nicht fertig? Ey, das regt mich so oft, ne? Endlich. Hast du es jetzt? Tiefke. Eigentlich hab ich die scheißdinge gefunden. Ja, selbst wenn heute scheiß am Dampfen ist, klar. Ich muss die Auszeit nehmen. Ich muss mich einfach mal zwei Tage so davon entfernen. Sonst platzt der Kopf. Die Jungs machen das schon. Jetzt ist draußen, ich schuhe. Ja, komm, lass sein. Du warst schön, dass du Geld reinwerfen kannst. Dann kommst du eine Leine raus, ne? Milo, lass mal los. Ja, das kostet nur einen Penny. Lass mal los. So kannst du den heben. Dankeschön. Was machen wir jetzt? Worauf fährst du hin? Kurz, äh, Frise oder zwei Sekunden. Wie? Beruhigen Sie sich. Machst du ja endlich wieder eine vernünftige Frise. Genau, Herr Fischer. Machen Sie sich mal eine vernünftige. Boah, das war schon wieder so ein Augen zu, einfach zuhören im Moment. Was? Nix. Kennst du nicht? Achso. Stimmt, Oma, ne? Stimmt. Ja, mein Pelt, aber zwei Tage reicht schon. Optional noch einen dritten, wenn es richtig mies läuft oder ich viel zu tun habe. Aber so geht klar. Alles gut. Tixo, danke für den Prime im siebten. Und Timmi-Chi, danke für den höchsten zwanzigsten. Wehe, Oma, wehe. Was geht ab, Mr. Stark, gut? Ich hasse halt nicht, Mila. Ja, warum? Was habe ich getan? Nix, das ist ja das Problem. Hey, ich habe dich gerade für 2,50 umarmt. Ich habe aber drei Dollar geworfen. Ja, das ist sehr lieb, danke schön. Ja, da wäre noch locker ein Zimkuss drin gewesen. Ja, und einen Blumenstrauß. Ja. Wann hast du gehört, dass du das letzte Mal Blumen mitgebracht? Puh. Boah. Das ist schon sehr lange her. Ey, ey. Mann, aber ich habe mal das eine Mal, habe ich... Ja, ich schmecken kann das am besten. Was hast du? Dein Rücken gekrazt, als es gejuckt hat. Hm, das ist lieb von mir gewesen. Das genauso wie Blumenstrauß. Ja, mein ganzer Körper juckt immer, weil du mich berührst. Gar nicht wahr. Ja. Pfeifo, pfeifo. Pfeifo, pfeifo. Das ist ein FAB-Auto von uns. Wieder? Hm. Das war echt, ne? Ja. Gerade standen hier 30 Leute. Was geht, was geht, was geht, was geht? Gehen, gehen. Gehen, gehen. Gehen, gehen. Jazz, du musst nochmal... Können wir ihn nach oben? Mh? 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 Nochmal über die Schulter drüber gucken. Ja, dann würde ich auch nochmal in die Schwäden ziehen lassen. Dann kannst du auch den Mohren rufen. Der Mohren sitzt schon seit einer Stunde im Krankenhaus und kommt und den wird nicht behandelt. Dann kannst du direkt mitnehmen. Ja, können wir machen. Gut, dann werde ich mir auch die Schwäden ziehen lassen. Ruf den Mohren bitte an. Und nimm den da mit. Wer ist denn der Glatzkopf? Wie geht's? Was? Du kommst mal aus dem Haus raus? Ich komm so. Bist du noch im Krankenhaus? Ich hab mich heute wieder getraut. Warum hast du nur eine Glatze? Auch jemand hat mir im Schlaf meine Haare abgeschnitten. Ja, frag dich mal, wer das war. Selber Schurwig. Der wurde gerade schon behandelt. Fick dich. Gut, dann lass uns Säulen nehmen. Das war meine Klinikung. Ich hab vergessen, wer. Irgendwer hat mich vorhin gefragt. Aber sehen die nicht, wenn du wieder einstempelst? Naja, wenn ich schnell genug bin und die nicht drauf gucken, dann nicht. Das interessiert eigentlich gar nicht. Irgendjemand wollte ein Pflaster von dir, gell? Ja, irgendwer. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wer. Haben wir noch irgendwo Knarren? Ich bin nur eine zweite. Ja. Du musst kaufen. Wer waren wir? Bruder, wir hatten in dem Guardian 50 Knarren, Alter. Du kannst halt auch mehr haben. Ich hab auch noch andere. Oder so. Wer hat gesprochen? Wer bist du? Ja, ich weiß noch. Ich wollte gerade schon sein. Hinten sind noch welche drin. Hinten sind welche noch drin. Komm, komm, komm. Okay, danke. Trotzdem habe ich. Brauch doch kein Platz jetzt. Ja, wo? Hier, komm. Dankeschön. Oh, hä? Was willst du? What up? Nix. Hast du Knarren in der Hand? Klar. Warum? Hä? Also. Also. Güfi kann aber nicht mitmachen. Der ist von der Liste runter. Weil der einfach inaktiv war. Warum haben zwei Waffen? Weil, äh, nur 130 Schuss. Ey, deine Tasche ist geil, Alter. Fliegt doch nicht. Die ist Babbel, ne? Ja, Mann. Gefieh. Ja. Weil du weite Playstation zuckst, ne? Und nicht mal Hallo sagst, ne? Ah. Dann gibt's Gabbel, der Babbel. Nimm die Wolfe weg. Nimm die in den Mund. Hast du schon? Nein, ich hab was gegessen. Oh. Erdnüsse vom Boden, willst du auch heche? Nimm. Lecker. Stimmt bestimmt aus, sie spuckt man so einen Blumenkerne. Göttes? Ab jetzt komm ich öfters Hallo sagen denn. Mein Name ist Lil De Peps. Ich muss ein anderes aufnehmen. Wer kommt jetzt das Meld? Ganz viele. Nur wir? Ne, Cody und sein Freund. Auch. Welcher Cody? Ne, Cody vom Imbiss. Warum? Warum, warum, warum? Warum vertrauen wir denen? Weißt du auch nicht, das musst du Jess fragen. Ich vertraue denen. Die ist am Arsch, wenn die irgendwie plaudern da hinter uns. Die selber entscheiden dann. Beifo. Palito? Jaja, klar. Ich heiße Lil De Peps, nicht Lidl De Peps. Kleine. Kleine Farbe, danke schön für den Pramsab und herzlich willkommen. Palito, Palito. Palalalalito. Oh, da dürfte auch keiner sein. Was ist nur, ist mir gewohnt. Dreckige, krimineller. Na, echt mal, schäm dich. Ich war so ein guter Junge. Ich dachte, du bist sauber. Hast du nicht geduscht? Alter, ne Klappe. Gerade brauchst du noch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Der werde schon sein, sobald ich meine Wascherstraße hab. Boah, viele Kuppers unterwegs, ne? Okay, redet keiner mit mir. 1, 2. Polizei. 1, 2, Polizei. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Wer ist das? Ich krieg die Tür nicht auf. Feuer. Ich lösch das. Ja, versau mal einen Witz, so dreckiger Panner. Wäre der witzig gewesen. Ich heiße die. Broken Reaper, dankeschön für den Pramestab ebenfalls und herzlich willkommen. Der redet nicht mehr mit dir. Nur schrill du nicht mehr durch. Warum? Bist du jetzt eine Zicke? Dein Vater. Dein Vater. Dein Vater. Dein Vater. Dein, du schnappst Nase, Alter. Lass meinen Vater aus dem Spiel. Null. Der ist nur Zigaretten holen, der kommt nachher wieder. Hat der gesagt. Hat der gesagt. Skizio, guten Abend. Der Schatz sagt dir eh nicht alle, weil die alle müde sind, wie immer. Ich glaub, wir haben eine Mücke im Auto. Dann mach deinen Kuschel zu. Juni, hast du schon was geplant? Äh, ja. Okay. Keißen zu gehen. Was? Ne, keine Ahnung. Ich hab nichts geplant. Vorbeifahren, spähen, gucken, ob die da sind. Wenn die da sind, fahren wir hin. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, können wir wieder suchen gehen. Schon wieder suchen? Ja, die sind ja nicht zu Hause, ne? Aber dir ist schon klar, dass die ganze Stadt voller Leute ist mit Anzügen und so, ne? Ja, aber hat doch gestern oder vorgestern auch geklappt. Ich bin kein Fan davon. Gut, dann, ja, dann sag mir mal einen Plan. Gucken. Wo, wo, wann was gucken? Ja, gucken, dass keiner guckt. Achso, gut. Guter Plan. Oder vielleicht mal angerufen? Haben wir versucht. Machen wir jeden Tag. Und? Ja, ne, wollen sie nicht mit uns helfen. Achso. Ja. Haben Bauchschmerzen, sagen die. Soll ich sonst mal drauf haben? Meine Nummer kennt ja nicht. Ne, ne, die gehen ja dran. Du hast das ja nicht. Die gehen wirklich dran? Ja. Denk dran, ich direkt vom Krankenhaus packen. Ja, machen sie ruhig. Ne, auf dem Server gibt es noch keine Regel für Entkennungsmerkmal. Oh. Aber eventuell soon. Ich geh mal vorgucken. Ja. Aber wir haben trotzdem Entkennungsmerkmal. Hier bleiben, der Herr. Hier bleiben? Ja, hier bleiben, der Herr. Okay. Hier geblieben? Hier geblieben. Die geht erstmal gucken, ob da überhaupt jemand ist. Alright. Ja, Udi, wir haben Funkgerät, aber wir benutzen ihn nicht. Ne, 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 ne. Ja, wie geil. Ey, kann ich drehe dich mal um? Und, gefällt dir, was du siehst? Wenn das ein grün-gelb wäre, würde es schon gut aussehen. Warum grün-gelb? Ja, für den Nimbus. Für die Mitarbeiter als Session. Aber es gibt doch auch Gelb, was Shab trägt. Ja, aber wir haben ja... Ich glaube, grün-gelb gibt es auch, oder? Ich habe es nicht geguckt. Ich habe mir einfach die Gelbe gekauft, weil es zu meinen blau-gelben Klamotten gepasst hatte. Oh, oh, oh. Oh, scheiße, wenn du versuchst, passende Taschen zu deinem Outfit zu... Was hast du denn bei einem Outfit-Unoffall mit Taschen, oder was? Ja. Ja, also vier Taschen brauche ich mindestens. Uff, okay. Was? Ich sage ja, ein begehbarer Pounder-Kleider schon. Das wäre es so, weißt du? Einfach, du machst hinten die Klappe auf und dann hast du an der linken Seite Shirts hängen, an der rechten Hosen, hinten dann so Schuhe und Cats, so. Das wäre eh... Naulen. Oh, oh. Oh, oh? Sieht nicht gut aus. Da steht irgendeine Frage. Ja, der Typ, den du, glaube ich, angesprochen hast. Ansonsten ist da keiner. Aber ich weiß nicht, was der da will. Ich kenne ihn noch nicht. Bei mir ist es nicht bekannt, dass der ein Medic ist. Soll ich mal reingehen und fragen, ob der Arzt ist? Ruhe. Warum Ruhe? Ist doch eine gute Idee. Was hat er denn gefragt? Ob der reingehen soll und fragen soll, ob der ein Arzt ist. Warum sagst du ihn in Ruhe? Ja, weil die sagte gerade, das ist doch kein Arzt. Kennt den doch nicht. Ja, vielleicht ist das ein Arzt und sie kennt den nicht. Das ist eine gute Idee. Das kann sein. Was geht ab Eminenz? Kennst du den? Nee, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Cody, geh doch mal hin und frag, was der Arzt ist. Ja, ich bin gleich wieder da. Ihr macht das schon. Boah. Wollte natürlich auch einer sein von der Streetcrime-Unit. Ja, Chip, keine Ahnung, Alter. Was denn? Was passiert? Der ist weggerannt. Durch die Hecke. Ab, durch die Hecke. Tschüss. Ja gut, dann. Wie ist denn mit ihm? Jetzt kommt er zu uns. Ach, das ist noch ein bisschen rülp. Ich glaube, der braucht wirklich einen Arzt. Hallo, Cody, Cody. Arzt-Hupfer, oder? Ja, der ist gerade weggerüftet. Du wirst mal kurz zum Auto angefangen. Sehr gut, Cody, ich bin stolz auf dich. Komm mit. Er hat den verjagt, oder was? Ja, wir kommen, der Arzt kommt. Boah, ich bin... Ey, Ruhe. Das schreit schon wieder nach Netflix. Nö, ich geh nicht pennen. Ich kiff gar nicht ohne. Du Lügner. Au. Wow, fuck cool, ja. Geht doch. Hö. Ich habe dich doch gerade aufgetreten. Ich nehme keine Drecklingdrogen. Die Haare damit einzufetzen. Nee, ich mache das so... Der Kohleautomat ist geplatzt. Ich wollte mir nur eine Dose zählen. Nicht schlimm? Okay. So. Ich glaube nicht. Guck mal, dann passt das auch schon. Du wirst sich jetzt sehr kalt anfühlen. Ist cool. Okay. So, gehört das bei dir, war das die Schulter? Mhm. Ja, die ist noch ein bisschen blau. Ich würde noch mal ein bisschen Heparin-Salbe drauf tun. Noch mal gegen die blauen Flecken. Die will da putzen, die will da? Ja. So. Warte, brauchen wir nichts weiter rüber machen. Ist die von der Marke Uni? Nee. Aber so ein lässiger Taxifahrer. So, aber schau mal. Dann passt doch schon so ein Fronalskriker-Bart und so eine Rüber machen. Okay. Ja, dann reib mich ein, Mama. So, ich glaube, jetzt bist du genug eingerieben. Kann ich mich wieder anziehen? Ja, du lass mich wieder anziehen. Halt, Alter. Next. Ich bin gegen Angst gelaufen. Ja, warte. Ich bin gegen Angst. Du hast sicher. Was ist das denn für ein Grupp? Hört ihr das? Was denn? Was ist das? Was? Steht hier jemand? Wo? Hörst du das nicht? Weiß nicht. Ja, schreit jemand. Was hast du gehört? Bist du dumm? Hä, seid ihr dumm? Bist du dumm? Ja, hat jemand geschrieben vor Schmerzen. Hast du irgendwelche Tabletten verschrieben bekommen, die du nicht verträgst? Hast du vielleicht noch irgendwie ein anderes? Ich habe nur Creme gegessen. Auf deinem Kopfhörer drauf. Die Dame, Junta. Was? Au. Katze. Ich komme mal zu Ihnen. Wie? Hast du eigentlich Medikamente da hinten geklaut? Oder was hast du da gemacht? Ich habe geguckt, dass keiner guckt. Ja, und es hat keiner geguckt. Scheiße. Und dann wollte ich mir eine Cola-Dose ziehen, ist der Automat geexplodiert. Hast du da wieder Explosionszeug eingepackt? Ja, was lernst du daraus? Kauf keine Cola woanders als bei Cody. Ja, aber ihr spuckt da rein. Hat Chap gesagt. Wenn du nett fragst, dann auch nicht. Chap meint, ihr tut doch auch Füße in die Füße. Füße? Die Spucke ist doch nur für die Kopf. Hey, ja, zum Destinationen. Die Spucke ist nur für die Kopf. So, das war's. Geil. Die kühlt voll, die Salbe, ne? Ja. Das ist richtig fresh. Was ist der Sinn dahinter? Ach so. Unter anderem. Okay. Dankeschön. Weißt du, wo du die dir mal hinschmieren musst? Ja, zwischen den Füßen. Wir danken dich. Genau. Was ist das hier? Boah. Ey, nimm mal was mit. Alles auf. Appel in die Tasche damit. Hier, ich pack dir noch was rein. Ja. Haben wir vergessen abzuschließen, Idioten. Was für Trottel. Da ist ein Totenkopf drauf. Das ist bestimmt gesund. Und ein X. X ist immer gut. Wir haben nur einen Kaffee gezogen. Isabella, danke schön für den Weezerbund 25. Und Taze, danke für den Weezerbund 2. Und Sandria, danke schön für den Prime im Neunten. Passi. Hau rein. Danke, Jess. Wir gehen arbeiten. Tschüss. Sind noch nicht lange im EP, Sandria. Ja, müde. Ja, ja. Aber ist nicht schlimm. Wenn es schlimmer wird, dann ist halt heute nur Shortstream. Ist alles die Wut. Aber wird schon. Beruhigt euch. Hi, was geht? Hab gehört, du bist... Hab gehört, du bist zurück aus Las Vegas? Las Vegas? Geil, Vegas. War gut, sagst du? War gut in Las Vegas, sagst du? Hast du nachher mal Zeit für ein Päuschchen? Alright. Hallo, Mäcki, du Kreditkartenbetrüger. Ja, ich weiß nicht, bist du gerade noch irgendwie am Stadttag oder so? Hombre. Äh... Por los hermanos, Hombre. Du kommst in meine Barrio, sí. Okay. Du machst der Rivelle bei meiner Familie. Wenn du irgendwann mal für jeder Zeit hast, musst du einfach durch. Hast du nichts verstanden? Das ist meine Barrio, sí. Alright. Bis da. Pass auf dich auf. Ula, que pasa? Amigo. Tschüss. Ich glaub, ich muss mal hier, äh, ein bisschen... Ja. Fick das auch, du Juni. Fick das. Ja, Herr Hatau. Ja. Ja, Johnny. Was los? Hast du Elektro getankt anstatt Benzilen, du Idiot? Warum? Ja, pfahl doch mal los. Ich wollte doch noch eine Radio anmachen hier. Was ist los mit dir? Wenn ich so aber auf die Tankzeige schiele, hast du nichts getankt, du Idiot. Ja, dann schläg ich sie mal aus. Nö. Hi, Bob. Hi, Bob. Hi, Bob. Hi, Bob. Hi, Bob. Hola, hola. Ja, wird schon mal richtig laut. Ja, Mila. Hola, ja. Ja, wir sind noch im Norden. Ula, que tal? Wer? Wo? Ula. Jüp, ich bin auf dem Weg. Uh, uh. Hier geht Johnny. Ich bin auf dem Weg. Äh, folgendes. Was denn? In Palito Bay, die U-Bofunk-Tatowierer machen ganz viele Rockerstress mit dem Max. Pff. Maske auf? Oder erstmal nicht? Ohne, ohne. Ich hab keine dabei. Ja, ich hab mal eine für dich dabei. Was heißt denn ganz viele? Weiß ich nicht. Ohne, das war. Warum macht der mal Stress? Und warum ist der hier oben? Da, oh mein Gott. Oh mein Gott. Max befreundet ist. Verwandt. Ja. Oh, guck was. Und der Pfarrer, der mich nicht zurückruft. Okay, ja gut. Dann guckt mal, dass ihr euch jetzt irgendwann kurz versteckt oder so. Weil ich hab kurz noch was geklärt. Zu klären hier im Morgen. Hi. Dabei hab ich heute noch so viel vor. NABELN. Ey, Junge, kann man euch helfen? Ja, ich glaub, ich kann euch helfen. Sie haben da einen Herren, der ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Was hat er angestellt? Erzählen Sie mich da mal. Ich hatte ganz dolle Kopfschmerzen und ich bin schon oben gegen die Leitplanke gefahren. Und das können die zwei auch bezeugen. Was, 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 was? Ich hatte ganz dolle Kopfschmerzen. Ja. Und wir wollten jetzt kurz auch noch hoch ins Krankenhaus hier. Ja. Und wir sind schon oben in der Leitplanke rein. Ja. Deswegen sieht das Auto rechts aus, so scheiße. Und wir sind vor dem Motorrad lang. Und dann ist es umgefallen. Ja, das ist Todsünde, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich gekannt worden, ne? Motorräder beim Motorrad Club. Wenn du das berührst, bist du tot. Hattest du unsere Kutte an, unsere Motorräder an, drehen wir dir das Genick um. Genau. Ganz klar und deutlich. Guck'n los. Oh mein Gott. Aber das war echt nicht mit Absicht. Ja, dann bleibt man stehen. Und verpiss sich nicht. Ich hab ja keinen gesehen gehabt. Mhm. Äh, ja, Jungs, können wir das irgendwie klären? Wo ist Opa denn? Wo ist der, Alter? Opa, Opa steht hier unter mir. Komm mal mit. Okay. Okay. Ich gehst zu euch, oder? Ja. Das ist aber ein Trottel. Und wohnt ihr hier oben im Palais? Nein, 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 unten in der Stadt. Ab und zu verirren wir uns mal hier hoch, aber dann ist er weg. Und ihr? Hier oben? Äh, ist ja nicht so. Achso, achso. Oh, ey. Ich leide da an der Dingenssonne, an der Bar. Mhm. Ja. Was ist denn, kann man da mal vorbeikommen und eintrinken? Immer. Gut. Ich geh bitte auch was zu fressen. Natürlich. Und was? Burger, Nuggets, Krebs, gebrannte Mandeln. Schwanz. Eieieiei. Ich liebe Kebs. Wer war das denn? Äh, was passiert? Ich weiß aber noch nicht. Wir gucken mal, ob dein Kollege das nicht eher erschlüpfen muss im Moment. Was klärt der Opa dann mit ihm? Das hab ich nicht verstanden. Ja, dann geht doch rein. Da müsst ihr, da müsst ihr einen Küchenmixer mitbringen, damit wir das pürieren können. Was mit dem Kuppa denn? Hat der Durchfall? Aber Opa kennt sich gut aus dem Kuppers. Ach, jetzt sagt mir nicht die Kuppers Kuppers. Da habe ich Überraschung. Meine Güte, was hat die Scheibe denn getan? Oh, ne. Ach, nö. Äh, kommen wir das mal auf einen anderen Tag oder auf eine andere Zeit. Mach nochmal das Gedudel aus hier. Danke. Danke. Gehen die los. Geht auch nichts an. Alles gut. Wir haben ein kleines privates Gespräch. Ja, aber nicht hier in der Stadt und... Ja, bestimmt das du. Wir sind so ein guter Platz hier mitten auf der Straße oder nicht. Ich finde uns eigentlich ganz gut hier gerade. Wir haben alles fachmännische abgesperrt, ne? Ja. Vor allen Dingen, dass sie nach dem Unfall jetzt hier, äh, den Unumfall Ursache bedrohen. Das geht ja auch jetzt nicht. Bedroht gar nicht. Ihr wird keiner bedroht. Ihr steht doch kein Unumfall. Du wirst gleich bedroht. Unfall ist ja da drüben passiert mit der Polizeimann. Ihr habt damit gar nichts zu tun. Genau, der Polizeimann ist schuld. Unterhalten, dass die ganze Dinge war. Also, wer hat den Kinocheck in. Fag ihn fertig. Lacht dir meine Torte aus? Da, da, da. Lachen mit dir. Wie ist das Brille? Mila, hol den Pitbull raus. Keine Ahnung, da ist ein großer Wackler, wenn du da sprechen willst. Ja, ja, jetzt machen wir deine Straße. Nee, jetzt am besten. Also, einmal die ganzen Fahrzeuge an die Seite und dann könnt ihr euch da auf dem Grundstück kurz und da... Ja, hier oben ist auch so viel Verkehr, dass das so einen Sinn macht jetzt. Ja, dennoch ist es hier eine öffentliche Straße. Hm? Oh, nee. Nee, die Scherriff sind doch schon näher. Ja, nicht diskutieren, komm, wir gehen rüber. Hier noch ein Gehweg, Jungs. Alter. Warte, ich muss mal ein Wort gekriegt sein. Was ist denn, Mila? Ah, da. Der hat sich gut versteckt, he? Warst du auch in dem Auto, Mila? Ja. Und der hat das Motor nicht gesehen? Seid ihr weggefahren? Mhm. Weil der kein gesehen hat. Alter, seid ihr ein Hämmer, der ist halt mal... Nein, 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 nein. Ich bin wegen der Motorradung. Nein, nein, du dummes Sau. Alter, wie kann man so... Wenn ihr mal beide den Raul hatten, jetzt... Oh, Mann. Ja, da geht es mir wieder ankommen. Nein, 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 nein. Er legt sich auf und fährt da gegen die Mauer, weißt du? Sag mal, der Alte ist ganz schön lange mit ihm weg. Ja, wir sehen bei euch aus. das ist das problem wir brauchen ein bisschen der nächste ist das hier privatsphäre ja ja schlicht ja kommen wir hier oben ich habe es schon wieder hier fertig? ich bin noch nicht ganz komm weiter ich sag das mal nicht ist das hier eine ausgewiesene Parkfläche oder was? du hast den Hobel rüberschiebst nein, du kannst dann mit dem Park nicht mehr üben, das geht so nicht das ist eine Verkehrsbehinderung die klauen nur so Jobs so parken können sie nicht bitte fahren sie weiter Kranplätze müssen verdichtet werden die müssen verdichtet sein ja, das frage ich meinen vorgesetzten auch eben padeln sie mal bitte in den Schweißkampf warte, Herr Riegelsen wo haben sie sich versteckt kannst du mal den komischen Stromprüfer da aus der Hand nehmen Mila, du musst es ein bisschen gefährlicher sagen es ist ganz schlimm, wenn die hinten drinnen stecken nur blöd, dass Herr Riegelsen nicht mehr hier steht er telefoniert gerade ach, da ist er ja, sie halt da haben sie doch das ist schon beobachtet, wo der hingegangen ist oder nicht? dann nenn mal aufmerksamkeit das ist aber schwierig mit der auffassungsgabe Bulle zu werden oder? gleich schmeiß ich mal einen Schuh mitten auf die Straße stellen und um sie weggehen wären sie bitte so lieb und würden ihr Auto bitte an den Randstreifen fahren dankeschön klar ich kann eine Rechnung aufstehen ich kann eine Rechnung aufstehen sehr schlicht, nah lange nicht gesehen mir geht's gut, besser als Ihnen anschein ich hab nicht so einen hässlichen Hut ja wie kannst du sagen, dass wir mal jetzt vom Rechtsverdreher zum Polizisten geworden sind so ein Abstieg das ist so eine lange Geschichte ich weiß nicht, ob wir jetzt dafür Zeit haben ich hab auch eigentlich gar kein Interesse daran ich war nur eine rhetorische Frage seit wann sind Sie denn der Rhetorik mächtig? wow, was der sagt ich hab gelernt haben Sie ein Fernseh-Uni gemacht oder was? ich hab jetzt studiert bei Bubble er ist dann ein Duden geschenkt bekommen wollen Sie so ein quark ich nach Stadt machen, hier oben wollen wir das nicht haben wie, nee, wir machen doch gar nichts erst mal wohnen wir auch im Norden, ja? ja, in der Mitte nee, im Norden so, zweitens, wir sind hier lediglich was am klären es gab einen kleinen Auffahrumfall, was wir privat klären mehr nicht wir wollen hier niemanden umbringen noch nicht, was wir noch lange hier stehen wollen, aber noch tun wir nix wissen Sie was? boah, wie viele wollen noch kommen? bei mir ist es oftmals aus Versehen passiert ja, aber das ist jetzt ja nicht und meine guckst deswegen hab ich da nicht nur tiefstes Vertrauen in Ihre Aussagen wieso das denn nicht? naja, dass Sie sauer sind bei Mama, denen das gleich angezogen hat ja, sonst auch hier ist ein Laden um die Ecke, ne? Press, hier kommen immer mehr Zuschauer jetzt ist der ganze Karnevalsverein auch noch mit dabei haben Sie Hunger? Wollen wir mit dem Food Truck herstehen? da kommen immer mehr Gibt's Barbecue? ja, wir haben uns ja gerne 2510 ja, wir haben uns ja gerne und dann sind wir fertig wir machen noch gar nichts wir haben noch nichts wir haben nicht geballert, wir haben nicht rumgeschrien wir haben sich geprügelt nein, wohl, du hast keinen Fall rumgeschrien das ist der Lost-Nord das einzige was hier passiert ist, dass ihr zu schnell gefahren seid ja das ist nicht der Lost-Nord ich hab's wieder Rocker ich hab's wieder Rocker du schon ein bisschen, ne? natürlich, dürft ihr gerne mit dem reden lass uns doch mal kuscheln ist alles in Ordnung ist alles in Ordnung? ja, natürlich also mir wurde am Arsch gepackt aber das ist ein Fall nennen das ist ja alles in Ordnung das ist ja alles in Ordnung Geil gibts doch mehr sorry, dir packt noch keine Schrauben die auf dem Arsch in dieser Hose dann tun sie wenigstens einen Gefallen ich glaub der Opa rumschreit und klären sie ab da und dass die Herrschaften vom wir kennen sie ja sowieso alle aber dass sie vielleicht das Bandana mal abziehen ich weiß, momentan fahren sie kein Motorrad wenn sie wieder Motorrad fahren nehmen sie sofort wieder auf gar kein Problem herrschen wir noch Vermummungsverbot, ne? ja und dann ist alles in Ordnung hier der Abschreiber hat grad euer Auto gefahren Jungs ja wir reparieren auch wieder entschuldig ja bitte ich glaub du will meine Ex-Belle abholen herrschen nicht, alles gut 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 ich wollte grad sagen ich oder Boxerinnen? ja ich oder Boxerinnen? ich oder Boxerinnen? gar nix ach du Scheiße dann ist schlecht oder auch noch er hat den Kopfschub erlacht schon weh ja ja, den schwarz-weißen einfach der muss mit Kanker los er hat doch gerade einfach nur die super zugespitzt ja dann geh doch ja na naja ist alles geklammert das ging ja nicht so schnell ihr und Jungs ich wünsch euch noch eine schöne Nacht man sieht sich tsss da wird mir jetzt da wird mir jetzt hab ich noch mal einen Arschbein weg von mir da ist ein helikopter im himmel. Jepfke guck mal nach oben, im himmel. Was ist da? Da ist ein helikopter. Oh da! Ist das das FIB gewesen? Mhm. Oben ist mehr los als in der Stadt. Ich glaube ich hole mir so ein Ferienhaus. Und ein Motorrad. Und alles wegen Max, Alter. Schon wieder? Schon will er nur wegen Max, ne? Erst die Nummer, jetzt macht der Krieg mit Rocker. Wieso ist da alles gut gegangen? Ja na klar. Aber bei Motorrädern musst du halt aufbasseln. Vielleicht wird es uns krank? Ich weiß es nicht, jetzt wird er glaube ich hier oben hin, ne? Ja. Ich rufe den an. Ja, aber geht es gerade schlecht für den ganzen Cops da, ne? Ja. Naja, im Endeffekt. Warum? Das will du keine. Heißt du, ist ein Schulladen? Boah, wie heißt der denn? Warte, Emil. Mhm. Ja. Boah, wie die die Bullen zusammengebrüllt haben. Ja, aber Emil, vermisst du uns. Hat er angerufen? Ja, hat er. Ich hab gesagt, ich meld mich, wenn wir wieder in der Stadt sind und alles cool ist. Okay. Das ist cool. Also, es sind gerade welche irgendwo gegenüber vom Junkiepark gewesen, die haben da geparkt mit mehreren Autos. Wollt ihr nicht schon mal runterfahren mit Mila? Ich warte hier. Ja. Ja, machen wir. Bist du sicher, dass die da sind? Was? Ne, bin ich nicht, aber... Ja, besser, wir sind mehrere unten als hier, weil hier ist halt nichts. Ja, dann fahren wir auch nicht. So, go, Laser Show. Darkcase, dankeschön. Law, dankeschön für die Wüste am 36. Herzensbrecher, danke für den Prime 2. Kann jemand von euch Chef am Rassen? Christian, für den mir auch. Und Willi, danke für den Prime 7. Ah, ich hatte die Nummer nicht. Ja. Ich habe die Nummer. Ihr seid alle solche... Was soll ich denn sagen? Sag, wir sind jetzt auf dem Weg wieder runter und sind in... Ich weiß nicht, drei Minuten unten oder so. Oder fünf Minuten. Dann soll er zum Junkiepark wiederkommen. Wir sind auf dem Weg runter, drei Minuten da, kommst du zum Junkiepark, ne? Okay, wir kommen zum Junkiepark. Okay. Ja, ja, machen wir. Ich stopp's gleich. Die waren gar nicht so böse, ha? Warum sollen die böse sein? Ich dachte, es gibt Ärger, weil Max die Motorräder umgefahren hat. Ja, aber manchmal hat man nen Furze im Auge. Ja. Ja, nur mal Glück gehabt, der Kleine. Wir müssen auf dem aufpassen, der macht so viel Wind, Mann. Hallo von Matterhorn. Hey, Mila. Erzähl uns mal, was ist da passiert? weil er auch hatte und dann sind wir da vorbeigefahren wo die ganz viele motorräder sind dann ist max umgedreht ist gegen 1 so leicht gefahren dann sind wir weiter gewandern ist er noch mal umgedreht und das gegen ein anderes noch nicht und dann hat er gesehen dass die rauskommen und dann wollten wir schnell weg fahren weiter zum krankenhaus und dann kam die polizei und ist gegen uns gebettert warum sagt er uns nur der das war ganz leicht angesichts einmal und ich hatte die ganze zeit angst wegen jammer der ist ja noch schlimmer die jetzt gewesen ja du hast gebettert und er hat ist genau das passiert was er gesagt hat perc lese perc lese Ey, ich wusste nicht, was der gesagt hat. Petzlese. Ey, Mann. No front, dankeschön für den Rüsterbind. Du bist eine Petzlese. Also, also, wir sind rumgefahren und dann auf einmal Unfall. Petzmila, Petzmila. Da sind Koppers in uns mit Blaulicht, ne? Ja. Willst du nicht anhalten? Hatten die das nicht vorher schon anhalten? Die hatten das vorher schon anhalten, ja. Soll ich Schuh schmeißen? Nee, Bananenschale. Bananenschale, ne? Petzmila, Petzmila. Oder ein Schildkrönenpanzer. Der meint uns. Ich sag, wo der meint uns. Soll einmal rechts auf die grünen Fläche fahren und kurz warten. Ey, warum denn? Allgemein Personenkontrolle. Vor allem Verkehrsraudibus. Äh, ich bin kurz in der Polizeikontrolle. Warum? Der Fahrer bitte einmal unbewaffnet aussteigen. Auf die Beifahrerseite treten. Der Rest bitte einmal sitzen bleiben. Ich, ich bin so, ich muss mich so ver... Was soll ich machen? Du sollst aussteigen, unbewaffnet und auf die Fahrer beifahren. Ich hoffe, du hast keine Maske dabei. Der Rest bitte sitzen bleiben. Das ist egal. Puh, Rang. Oh, krr. Hä? Der hatte einen langen Waffeln an. Echt? Hm. Ja, wie vorhin auch beim... Alles schön bewaffnet. ...dings, wo ich mit Zerdi da war. Ich hatte jetzt, äh, gedacht, weil... Also ich hab schon, ähm... ...die gesehen. Ja? Aber sie hatten, bevor ich an ihnen vorbeigefahren bin, hatten sie schon blaulich angehabt. Und gebremt. Ja, um sie, um sie da so ein bisschen zu zeigen, dass sie da sind. Ach so, Entschuldigung. Ich hab gedacht, sie fahren jetzt in meinen Einsatz oder so. Nein, 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 alles gut. Ist ja nix, ist ja nix passiert. So, der... ...Trulof. Genau. Aber finde ich gut, dass die immer so Kontrollen machen. Ist die erste... ...erste Mal, ob wir angehalten werden, oder ich? Haha, jetzt musst du telefonieren. Mein Gott. Gott ist am Rufen, ich bin eine Kontrolle. Meine Fresse. Das sieht so weit gut aus. Herr Trulof, ähm, kennen Sie das mit der Grenzkontrolle? Ja. Schnell an den Park kommen, oder? Hier sind vier Autos gegenüber von uns. Ja, wir sind in der Polizeikontrolle, wir können nicht. Rennen weg. Amen. Dann müsst ihr weg. Dafür drehen Sie sich bitte einmal um, nehmen die Hände über den Kopf. Ist da irgendwelche spitzen Gegenstände bei sich? Ja. Eine Person und eine, zwei Schäden. Und ein Messer. Das sieht so weit gut aus. So, Herr Trulof, dann gehen Sie mal ein paar Meter da rüber und einfach kurz warten. Ja. So. Ja, könnte es. Sie dürfen natürlich auf den Hände. Ja. So, die Beifahrer. Ihr seid in der Kontrolle? Ja. Ja. Hier stehen vier Revolta gegenüber. Hallo, ja, willkommen. Ja, was sind das für Leute? Ja, keine Ahnung, die reden nicht mit uns. Sind die maskiert? Äh, ja. Was für ein Fleck? Schwarzes Bandana mit weißer Aufschrift. Schwarzes Bandana, weißes... So ein Ninja-Ding. So, Frau Morgan, schon mal was eingestellt. So ein Totenschädel. Oh, der Füll kommt gerade. Er guckt, dass er schnell da wegkommt und hierher kommt, ja? Ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Okay, bis gleich. Äh, stimmt. Perfekt. So, Frau Morgan, dann müssten Sie sich auch einmal umdrehen, die Hände über den Kopf nehmen. Da würde ich gerne einmal in den Rucksack reingucken. Ja. Ja, Jamal. Hallo. Wo bist du? Wir sind in der Polizeikontrolle, wir können nicht kommen. Können Sie auch einmal zu Herr Thunov rübergehen? Ihr seid alle in der Polizeikontrolle. Mit vier Leuten. So, dann der Herr mit den schönen blauen Haaren. Ja, wo ist der Rest? Magst du noch jemand ist oben und Mo? Ruf dem Mo an. Ich bin nicht dabei. Die sollen sofort runterkommen. Wir kommen jetzt gleich. So, Herr Kusch. Gut, gut. Bis gleich. Die Ignorenos übrigens, ne? Ja, keine Ahnung. Also, wir wollten mit den Reden und die sagen gar nix. Die stehen da mit ihren vier Wagen und sagen gar nix. Ja, dann geht weg da. Warum rennt die überhaupt da hin? Eigentlich Jeffrey Franklin, aber... Äh, warum nicht? Ja, geht weg halt. Wartet noch. Und haben den Namen falsch aufgenommen. Ja, die haben den zweiten Namen unterschlagen. Ja. Beamte. Das sind vier Revolta mit Leuten drinnen, die das Kürzen erst mal hingehen. Boah, Junge, Alter. Das haben sie gesagt. So. Wunderbar. Dann gehen sie auch einmal um, nehmen die Hand über den Kopf. Alles klar. Dann können sie auch einmal rüberziehen, Kollegen. Alles klar. So, und dann der letzte Bill. Was geht ab? Guten Tag. Auch von Ihnen? Haben wir der Ausweis, Billet? Bitte schön. Das ist ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Oh, was ist denn los? Meine Freundin ist schwanger. Haben Sie ja noch ein bisschen Zeit, oder wie lange ist die schon schwanger? Ja, die ist schon am Pressen. Die ist schon am... Gut, dann wollen wir schnell, dass ihr sich einmal aufnehmt, die Hand über den Kopf. Die hat schon Krämpfe. Oh mein Gott, die wehen. Mila, Hals noch drin. Auch wenn es ein Auge verliert, egal. Soll ich dann wieder zurück reinpressen? Jetzt ist die Rote runter. Ich muss dann reinpressen. Was ist hier los? Er hat Krämpfe. Da kriegt nicht jemand ein Kind, aber lass mal nicht drüber reden. Okay, wer kriegt gerade das Kind? Kannst du einmal kurz das Fahrzeug nochmal auf und zuschließen, bitte? Ich klappe die Tür. Dankeschön. So, dann schönen Abend. Ab ins Krankenhaus. Dankeschön. Die Dame, sie klingt, als würde sie Schmerzen haben. Wir geben jetzt Vollgas, ne? Also, nicht wohl, nein. Ja, also, die Braben ist erlaubt, bitte. Mila, halt, dring! Schnell, schnell, schnell! Da sind vier Gewollt, aber mit Ninja-Masten. Weißt du, Dings? Das ist nicht in deren Flick. Maske auf? Können wir? Ich habe immer noch keine. Der Jack hat dann. Egal, machen ohne. Was? Wo genau sind die jetzt? Junkie Park, bei uns zu Hause. Ja, wenn du mal vernünftig fahren würdest. Fahr doch vernünftig mal. Mhm. Fast umfallen. Ja, fast. Knarren in die Hand. Dann war ich schon mal bereit, ne? Ich ruf mal oben an, schnell. Ich habe dem Wels schon Bescheid gesagt. Du hast dem Bescheid gesagt? Dem Wels, ja. Ja, gehört das? Wo seid ihr? Äh, Junkie Park. Hier ist alles ruhig, die sind abgezogen. Das waren irgendwelche anderen, die auf irgendwas geworfen haben. Jaja, das war auch nicht deren Flag. Wir kommen jetzt, wir sind zehn Sekunden da. Achso, ähm, kennst du Sancho? Ja. Ist ein Gangmitglied. Ja, irgend so einer, der, ja, komisch redet. Ich weiß aber nicht, um welcher Gang das ist. Ja, ja, ich auch nicht. Der hat nach James Cooper gefragt. Wer ist so James Cooper? Weiß ich nicht. Aber ist keiner von uns? Weiß nicht, keine Ahnung. Okay, gut. Okay, wir sind ein Older. Jo, bis gleich. Bist du immer noch verletzt? Nein, es ist nicht dumm. Ich wurde angefahren von der Polizei, ne? Achso. Was war jetzt? Da standen vier Revolter mit zwölf, dreizehn Leuten, die komplett gleich angezogen waren. Nuller Kennzeichen, ne? Ja, einer hatte Sushi-Bar, die anderen hatten Nuller und Einser Kennzeichen. Also, die Sushi-Bar stand auf einem. Ja, wie gesagt, niemand war das so. Die standen einfach nur da. Und dann, ich hab mit denen gequatscht, die hab ich den Mund nicht aufbekommen. Und dann gerade sind nochmal Jama und Häschen gegangen. Und dann sind aber vier, fünf andere Autos. Auch so ein dunkelblauer Neon, wie er damals bei der Dingens vorbei war. Ja, aber der hieß Sancho. Was? Da war einer drin, der hieß Sancho. Ja, ich kenn den. Achso. Das ist von irgend so einer kleineren Gang. Nix Großes. Aber wir haben auch keine Ärger mit dem. Ey, der Sancho hat gerade nach einem James Cooper gefragt, ob der hier chillt. Sagt mir gar nichts. Ja, ohne. Ich hab dem einfach gesagt, fahr weiter, wir haben andere Probleme. Keine Ahnung, ob der von mir wollte. Braucht er eine Muni? Nö. Ein bisschen würde ich nehmen. Wir können dich eh nicht gebrauchen, meine Sache, ne? Ich weiß, aber ich kann doch hier einen Park abhängen, oder nicht? Ja, dann komm. Dankeschön. Wart, Bruder, hier ist schon eine ganze Zeit-Story. Hallo? Gute Nacht, Daddy. Wir werden die Dings einpacken, sonst ist es selber schuld, oder? Ja, Tyrus. Ist er wieder vorbei? Was ist das denn für ein Auto? Ja, für dir. Nein, komm mal. Da kommen Autos, da kommen Autos, ganz viele. Ja, die kommen die ganze Zeit. Ich sag ja nur. Oh, oh. Buckelo. 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 Klar darfst du die Hecke benutzen, warum solltest du das nicht dürfen? Ich verstehe diese dumme Rumgefahr nicht. Wahrscheinlich suchen die jemanden. Fahr mal nicht lang, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Das ist noch, glaube ich, Fahrer. Was? Nein, die fahren da hinten irgendwo rum, die suchen wollen. Gehen, gehen, es ist ein Berikaner aufbauen. Ja, Mann. Die Raupengänge. Wir haben gleich brennende Mülltonnen. Wissen Sie lieber Alka, wie es holen? Was? Na, was? Warum steht dir das da vor? Die fahren da hinten irgendwo rum. Die sind nicht wegen uns hier. Ich bin aber auch erst um 5 aufgewacht. Hat so Grusel-Träume, ey, puh. Ich den Pounder noch unterholen. Was? Ja, Pounder unterholen, alles zumachen, ab auf die Dächer, Jungs. Die 1.8.7 ist gerade Richtung Easthead gefahren, ne? Oh, aber die haben das so geklärt. Keine Ahnung, die haben doch dieses blaue Flag mit Camouflage, oder nicht? Keine Ahnung. Äh, nee, nur blau. Soll ich dir nochmal anrufen, die Sopranos? Ja, sag mal, die sind dann so schön ausregend. Ja, frag mal, ob die bereit sind zu holgen, sonst. Was? Der Crack hat gesagt, hier. Gang, gang, IP, geil. Elegant. Dexos, wir brauchen unbedingt diese Gangbauregel, dass man in seinem Turf oder im Gebiet sein muss, wenn man Krieg hat, Alter. So ein Lutscher-Scheiß, Junge. Dieses ständige Versteckspielen und so. Wir sind Crime-Appealer, wir wollen aber keinen Crime, wir verstecken uns lieber. Wir lassen dafür unser Haus alles zurück. Wir haben keinen Bock auf Reden, wir wollen ja ballern, aber nur dann, wenn wir zu Hause sind. Junge. Er macht Kiosk-RP oder so, wenn du keinen Bock drauf hast. Konflikt der P-Wingner-Handynummer. 17 Mal schon angefragt, ob die nicht mal lieber darüber reden wollen. Nö. Nö. Nö, das ist uns so wichtig, dass eine Frau von uns die Handynummer freiwillig rausgegeben hat, ob wir deshalb Krieg führen wollen. Nö. Ich will keinen AP bewerten, sorry. Aber ich mag sowas nicht. Welches Auto? Der Sterling steht hinten. Es geht hier um eine Telefonnummer, Alter. Du bist süß. Ja, Nate. Einer von uns. Pass auf. Der Wels. Der da, links. Der hat eine Frau nach ihrer Nummer gefragt. So süß. Und die meinte, nein. Gib ich dir nicht. Fünf Minuten später ist sie aber zu ihm gegangen und hat gesagt, okay, komm, lass uns mal tauschen. Dann kam der jute Cringe-Partner im Stadtpark. Mit all seinen Homeboys. Ging, ging. In Anzügen. Und der fand das nicht so lustig. Dass die ihre Nummer rausgegeben hat. Freiwillig. Und die haben dann einfach mal eben im Stadtpark auf alle Geschossen, die da rumstanden. Und haben ein Brett kassiert. Und seitdem beobachten wir die und sind doch schon ein paar Mal da eingelaufen. Warum soll ich da anrufen? Ich bin hier nicht, äh, ein größeres Junge. So ein Younger klären. Warum soll ich denn mit denen reden? Jamaa und so, ruft der Mann und fragt. Aber die haben kein Interesse. Aber die haben weder Interesse am Reden noch an das zu klären. So auf Waffenart. Nein, ich will mich da nicht einmischen. Ja, Grant. Mein Ballern ist dumm, Alter. Ist halt wirklich. Vor allem, wenn es um sowas geht. Aber wenn du doch nicht reden willst und wenn du doch ballern willst, dann sei doch wenigstens da. Ich glaube, man ballern kann. Nee, Daniel, ich habe hier aber keine Position. Ich bin hier kein Chef oder so. Ich bin einfach ein Vollidiot. Der hat gerade alles lernt. Nein, wir haben keinen Stress mit Logan. Wir haben doch IP mit dem wegen dem Koks und so. Bei uns ist das halt so, wir können Yadis leihen und wir haben auch nichts gegen 187. Auch wenn Johnny da gestern wieder so ein Furz umgehen hatte. Mit dir oder machen wir die und die weg. Das ist ja dumm. Wir mischen uns in den Konflikt da nicht ein. Ach, jetzt tauscht du mich gegen drei andere raus, ja? Reiche ich dir nicht. Nee, ich muss drei mehr haben jetzt. Was? Eh schon. Vorher habe ich gereicht. Logan und der Picker, hier wird kein IP so bewertet. Wenn überhaupt, dann nur von mir. Ich brauche hier kein IP-Polizei. Was hätte der andere Kurtis gemacht? Äh, die Villa übernommen. Ich würde einfach den ganzen Tag an der Villa chillen und übernehmen. Bis da mal einer kommt, der nicht wieder in die Haustüre verschwindet. Und redet. Da hat man ja auch schon zweimal das Vergnügen, dass jemand aus der Haustüre gekommen ist und meinte, Oh, fuck. Kühlschrank ist noch an. Mal kurz eben schnell wieder rein. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass der irgendwie Combat Lockhart gemacht hat oder so. Kann ja immer sein, dass wenn du einloggst und da gewisse Leute rein spawnen oder eine gewisse Anzahl an Leute rein spawnen, direkt hat der Client crasht. Die Dosenabiholi waren fertig. Ja, zwischen dem Konflikt, bis wir das erste Mal da aufgetaucht sind, haben wir so drei, vier Tage gewartet, weil Cracker zweimal angeschossen wurde von denen. Der wurde einmal bewusstlos geschossen. Der ist danach aufgestanden, ein bisschen weggehumpelt und wurde direkt wieder umgeknallt. Da haben wir gesagt, wir warten so, bis seine Runden verheizt sind. Blablabla. Und haben die aber vorher schon die ganze Zeit beobachtet und die waren vorher schon auf die Däne. Ich hatte die ganze Zeit und an dem Tag, ich will jetzt kein Meta oder so was sagen, aber genau an dem Tag, wo wir das erste Mal da hingehen so, ist keiner da. Es kann ein komischer Zufall sein, aber es ist für das RP halt frustrierend, ne? Ja, alles adulten. Alles Bauern. Ich rede jetzt nicht von Meta oder so'n Scheiß, aber ich rede nur davon, oder will nur mitteilen, wie frustrierend er das. Keine Ahnung, ob die einen Krieg, ja klar, die wollen den Krieg, die wollen ja nicht reden. Die wollen ja nicht darüber reden, wegen der Nummer und wegen dem Stress. Die sagen uns egal und so, fickt euch. Ich hab da kein Problem mit. Deshalb waren die einen an dem einen Tag, wo wir das erste Mal da hingegangen sind, ja auch so stinkig, sag ich mal. Als Johnny und Jack umgeknippelt wurden da, auf dem Gelände. Weil die hatten das einmal nur mal versucht, mit der RP zu klären. Aber Don Don Digimon war nicht in der Villa, der war oben, wir reden hier von der Playboy-Villa. Und da war nur die Baronenschaft. Und die haben Jutes RP gemacht. Der Jute Baron hat sich nur leicht triggern lassen. Am Ende. Mit der Governor-Wahl damals. Nö, das nimmt keinen Einfluss. Das hast du ja gesehen, ne? Wir machen trotzdem noch das andere. Wir machen halt beide Stränge. Auf einmal. Wir waren ja letztens bei denen an der Villa. Wo wohnt der Opa Willy Wonka noch mal im Cage, oder? Der hatte mal da gewohnt, aber der hat mir gesagt, dass der Mutzung ist. Warum? Ja. Äh, Karl, meinst du, er kann rausfinden, ob die Sopranos da hingezogen sind? Hä? Oder vielleicht vereinzelte von denen? Warum sollten die ihr Villengelände verlassen? Die haben das eben schon mit am Telefon bestätigt. Ich hab denen gesagt, warum stehen hier nur noch so wenige Autos? Ob die da deswegen elf verkauft haben, meinen die, nein, das hat andere Gründe. Ja, warum? Wenn die schon ausziehen aus ihrer verfickten Villa? Warum wollen die nicht reden? Ja, das ist nämlich der nächste Punkt. Ich hab da mit dem telefoniert. Ich hab den auch ein bisschen provoziert, um ehrlich zu sein, nochmal in deinem Telefon. Aber der meinte, das Einzige, was er meinte, ja, früher oder später werdet ihr doch sehen. Ein ganz schnippisch. Ja, warum versticken die sich dann? Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Warum lassen die ihr Villengelände im Stich und ziehen ins Kälsch oder so? Wenn wir doch viel mit dem Willen. Ja, keine Ahnung. Warum kommen die nicht mal vorbei? Guck mal, wenn die ja reden, ich mein, ich weiß nicht, ob die das wissen, aber wenn die reden wollen würden, dann könnten wir ja reden. Weißt du, wie ich mein? Nein, aber ja, gar so ohne Kontakt funktioniert das nicht. Kennt man überhaupt den Typen da, der da das Sagen hat? Boah, ne, ich hab nur so einen Typen. Den hab ich Mucht-Typ eingeschweichert und die Olle hab ich Mucht-Kaff. Ja, aber das kann auch ne gute Falle sein, ne? So von wegen, wir Dummköpfe fahren jetzt zum Kälsch und dann sind da andere Leute, die wir angreifen und... Nein, 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 deswegen sollst du ja mal den Opa, ne, mal fragen. Ich frag den mal. Okay, sag ihm dann Bescheid. Okay. Jut, püß. Juni. Ja. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber anscheinend sind die Sopranos aus ihrer Villa ausgezogen vereint. Und sind in den Kälsch gezogen. Und der Hase hat mit denen gerade nochmal gehörtet. Ja. Und hat gesagt, ne, so, was mit Kretschen, bla bla bla. Und der meint am Telefon, ihr werdet noch sehen, was ihr da verlobt. Ja, so ungefähr. Ungefähr, ich war dabei bei dem Gespräch, ja? Ja, so ungefähr. Und ich sag, ob er will die Bunker fragen, ob der weiß, ob der welche zum Kälsch gezogen sind. Aber der Willy Wonka wohnt du selber nicht mehr da, oder? Der hat mir mal gesagt, dass der da nicht mehr wohnt. Aber ich kann da trotzdem nachfragen. Ja, wenn er gewohnt hat, vielleicht kennt er sich ja trotzdem aus. Und kennt da jemanden. So will das nicht einfach beenden. Das ist doch... Juni. Geht doch noch gar nicht so lange. Ja, aber was willst... Wenn das stimmt, dass die wirklich das Gelände verlassen haben. Was willst du? Das sind Zivilisten, Mann. Hä? Weißt du nicht, was die uns angetan haben? Vergisst du das schon wieder? Hast du vergessen, was wir die letzten Tage mit denen gemacht haben? Ähm, doch, ja. Und die sind weiterhin frech? Ja, aber das sind Zivilisten. Sie verstecken sich und so. Was für Zivilisten? Das sind irgendwelche Leute, die einen auf Mafia machen. Ja, deshalb sind das Zivilisten. Im Prinzip. Ja, ich bin auch ein Zivilist. Und jetzt? Du checkst nicht, was ich meine. Das ist doch keine Mafia. Das sind irgendwelche Leute, die mit 20 Schwinzen in der Villa gewohnt haben. Wie viele Autos sollen hier noch vorbeifahren? Ich glaube, so viele Autos sind ja noch nie vorbeigefahren wie heute. Wo sind die anderen dann schon wieder hin? Ich werde das noch nicht beenden. Nein. Okay. Ja, aber die Villa hat jetzt uns, oder wie? Ja, ist okay. Respektiere ich. Aber Katze und Maus und... Aber du bist Chef. Die sollen sich stellen. Und das wegen der Nummer. Ich will den Tag erleben. Wegen der Handy nur mal die freiwillig rausgekommen wurde. Pass auf, hör zu. Hör zu. Ich will einfach nur den Tag erleben, an dem die sich melden und mit uns quatschen wollen. Verstehst du? Mhm. Und ich will diesen Tag erleben, an dem wir dann dahin gehen und wirklich mit den quatschen. Und dann will ich sehen, ob die wieder anfangen einfach zu schießen oder nicht. Oder ob die wirklich reden. Du hast gesagt, das wird nicht mehr geredet. Schon letztes Mal. Ja, deswegen soll ich... Als ihr da hingegangen seid zum Reden und die kamen dann mit 15 Autos. Drei oder so. Ja. Und deswegen... Dann weißt du das schon. Ja, deswegen warte ich drauf, bis die sich melden und reden wollen. Okay. Bis jetzt, guck mal, bis jetzt, ne, haben wir nur diese eine große Schießerei, sag ich mal, gehabt, ne? Mhm. Und diese andere Schießerei. Ja, und die kleinen Fische. Da waren immer nur so einzeln Leute, weißt du? Ja, wer weiß, ob die überhaupt noch zusammen abhängen. Und wer weiß, ob der Typ, der am Telefon gerade überhaupt was zu sagen hat. Ja, aber sonst will... Wenn die nicht zusammen abhängen würden, dann würde der nicht sagen... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Sollen die provozieren, ob wir auf die schießen so? Ist es denen langweilig? Was ist denn heute schon wieder? Ernüchternd. Ernüchternd. Ja, die besprechen wir mal gut. Die haben doch bestimmt irgendwie so ein... ...kickes... ...schickimicki-Sofa. Ich ruf mir Opa wieder Bunker an. So ne Kirsten-Coach würde ich spielen. So ne Kirsten-Coach würde ich spielen. So ne Kirsten-Coach würde ich spielen. Wir brauchen eine Style-Beraterin. Achso, ne dafür gerade nicht. Achso, dafür habt ihr keine Zeit. Okay. Ne, das ist ja nicht schlimm. Opa wieder Bunker. Sag mal, wohnst du noch im Pink-Age? Ja, wieder neu eingezogen seit drei Tagen. Kannst du mir verraten, ob da zufälligerweise neue Menschen hingezogen sind? Warte, 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 warte. Was, was, was? Auf schnell. Alle kommen, alle kommen, alle kommen. Ich muss aufregeln. Ja, bis spät. Ich bleib hier, ne? Mhm. Willst du bald raus? Hast du ne Maske drüber? Jack hat deine. Hab ich dir vorhin schon gesagt. Wie sind wir? Jack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zwei sind vorne schon um die Ecke gerannt. Jut, im Tag der LSPD. Was ist denn hier los? Jack. Ja, was machst du? Du musst mitkommen, Julian. Was macht ihr denn? Ja, Stress. Okay. Ich hab ja keine Maske, ne? Ja, ist halt so. Ja, Jut, alles klar. Wir brauchen noch mehr Autos, ne? Haben wir nicht noch eins? Doch, wir haben noch einen Neon. Ja, wer kann den ausparken? Hier, schlägt hier ein. Ich fahr das, ja. So, wer war in dem anderen Auto? Wen soll ich anrufen? Ja. No, kannst anrufen. Okay. Wer steht da hinten noch? John? Jonas war gerade da. John, Mila und... Hallo, hier ist die Telefonkette. Bleiben Sie bitte dran. Craig, kannst du Jifka rufen? Okay. But the plan? Jamar hat die irgendwie gefunden. Das ist schon die Vorfahrt. Telefonieren da einer mit John? Alles, ja. Ja, ja, einer hat telefoniert mit Johnny's Auto, ich telefoniere mit dem Auto. Was ist mit Maske? Hab ich nicht. Ja, hoffentlich hat John mal die richtigen gefunden, ne? Weil ich glaube, dass man nicht geredet. Craig? Craig? Ja, ich hab JFK dran. Gut. Alles gut. Telefonkette und so. Wie, bist du nicht dabei? Mit wem telefonierst du? JFK. Warum ist der nicht dabei? Das ist doch vorne mir und noch nicht. Ja, ja, passt. Wie, bist du so jugular, ne? Den Karakara an. Halte den Karakara an. Das vor uns, das Ding? Ja, ja, ja. Das große. Wir fangen zum PD. Alles rum. Maske, Maske, Maske. Ich hab gar nichts. Hm, schwierig. Schwierig. Mein Gott. Ja, scheiß auf die Pussy. Kommt. Das ist so nett. Ja, mach den weg. Mach den weg. Keine Maske, Mann. Da stehen Cops. Da stehen Cops. Ich quitt es. Das ist halt so. Wo sind die hin? Wo sind die hin? Bin ich eigentlich hier ohne Maske? Verdammte Scheiße. Ja, warum bist du nicht vorbereitet? Ja, warte. Ja, aber schuld. Wie? Bitte. Vorbereitet. Ja, vorbereitet. Warum machst du keine? Hier, probier die Maske heute. Danke. Ach, scheiße. Kann eure Maske mich anziehen? Ich war kurz davor, den wegzubehalten. Ist mir scheißegal. Wir sind beim Bootsladen. Ja. Ja, ich versuche es. Aber es wird, glaube ich, nichts. Ja, hier PD. Ja, PD Parkhaus. Ja. Nee. Wo ist Johnny? In dem Neon. Die fahren da noch rum. Keine Ahnung. Ja, aber was ist das für ein Call? Wir haben die gefunden. Da sitzt ein Mensch drin. Ja, das ist... Das ist halt wieder... Aber das hat nicht Johnny gesagt. Der Jamal. Ich hab fünf, sechs Leute. Ja, ja. Wo ist denn Jamal? In dem Jugola. Ah, okay. Craig, kannst du mal JFK fragen, ob Milan noch eine Maske dabei hat? Ja, für eine Person müssen wir nicht so ein Aufwas machen. Lass mich wieder zurück. Ja, du hast fünf, sechs am Telefon anscheinend. Ja, aber wo ist Johnny? Warum telefoniert hat keiner Johnny am Telefon? Craig hat doch JFK das Auto am Telefon hier. Nee, für Dings, noch fürs Horty. Craig. Yo. Ich muss das übernehmen, Alter. Ich hab JFK. Ja. Wo sind die? Wo seid ihr JFK? Bei uns am Park. Ja. Wir haben die, wir haben die, einen Typ. Boah. Jetzt ist Jamal. Nee, hat Milan nicht Horty. Okay. Dann geh ich kurz um meinen, äh... Warum fährt er weg? Ich fick seine Fresse gleich, ne? Dummes Stück Scheiße. Die verfolgen gerade irgendein Auto? Was verfolgen die? Warum wissen wir das nicht? Weiß ich nicht. Weg meinte, was sind die? Und dann haben die Gewänder vom Zündchen hinterher gefahren. Kein Plan. Hat jemand Jake sein Auto am Telefon? Nee. Du hast den Neon am Telefon. Du hast JFK am Telefon. Der ist im Neon. Der fährt mit Johnny. Und da vorne sitzt Johnny im Auto. Ach, läuft. Oje. Alles gut. Boah. Alles fest. Wir wissen halt immer noch nicht, was Johnny jetzt da fährt, ne? Wir sind neu. Wer sitzt bei Johnny im Auto? JFK, Mila. Warum... Was? Warum fragt keiner, wohin der gerade fährt und was der macht? Craig, Alter. Craig hat den am Telefon. Craig muss mit denen telefonieren. Ich hab nur Mau dran. Craig, bist du irgendwie geistig dumm und so? Hat man dir einen Schädel geschüsseln? Kannst du den bitte frageln? Was soll ich ihm... Halt die Bräufe, Junge! Dummes Stück Scheiße, ne? Das kommt die ganze Zeit ab, wenn man den ganzen Tag seinen Socken fängt. Craig, frag doch einfach, wohin. Guck mal, ich leg jetzt auf und dann kannst du ja da anrufen. Ihr nehmt gar keine Rücksicht darauf, wenn ich irgendwie mit JFK... Ja, tut mir leid, soll ich den Kopf streicheln? Ja, dann leg doch auch auf. Ja, wir sehen, wir stehen hinter euch, aber warum fahrt ihr so viel sinnlos rum? Ja? JFK? Mo, weißt du, welche Autos die verfolgt haben? Was macht ihr da oben? Okay. Habt ihr schon Informationen? Pass auf, wir machen es einfach, wir stellen einfach neben euch. Ja. Der Karakara steht noch vor dem Pedi. Also wir haben jetzt, die fahren mit einem Jugula, einem Karakara und einem Taurus. Wer ist von Pedi? Der Typ, ja. Wie viele Leute waren das gerade insgesamt? Sag mal. Ja, die Autos, die hier mal bei uns am Junkiepark landen gefahren. Die haben gesehen, dass wir gerade zu zweit sind und jetzt sind die langsamer gefahren. Haben uns beobachtet. Ja, das ist immer nicht schlimm. Mit wem bist du denn? Mit der Jazz. Ja, dann chillt Wagner, es geht zu Coltis oder so. Okay. Okay. Ciao. Die komischen Autos, die die ganze Zeit bei uns rumgefahren sind, sind jetzt langsamer vorbeigefahren, weil nur Gefühl da steht. Und Jazz. Aber das sind die nicht. Aber wer ist das? Die sind die ganze Zeit schon da. Die Frage ist, welche Autos ihr jetzt verfolgen wollt. Es gibt den Dubstar, den Sechser. Nein, die Frage. Der Dubstar gehört nicht zu denen. Okay. Also dann die Revolter. Ja, das bringt uns aber nichts, weil wir nicht wissen, wo die Autos sind. Außer das eine Pumpe die. Genau, außer das eine. So, aber die wurden vorhin hier gesehen. Der gleiche Toros mit derselben Frau mit denselben Haaren. Okay, dann rufe ich jetzt Opa will die Wonka ein, weil die hat mein Gespräch unterbrochen. Okay. Und dann fahre ich die Nummer. Halt, stopp. Ja, Göttes. Ja, Opa will die Wonka. Ja, was ist das? Kannst du mir sagen, ob nur Leute ins Kälsch gezogen sind mit Anzügen und so? Ja, sind. Weißt du ungefähr, wie viele? Weißt du, warum die hergezogen sind? Naja, da ist einer, der will doch da ein Gewerbe draus machen. Okay. Der Herr West, bei dem bin ich ja jetzt auch gemeldet. Wenn der das Gewerbe durch hat, dann verbietet er die. Weißt du, ob die zu einer Gang gehören? Nein, die gehören nicht zu einer Gang. Das müssen aber so ein paar sein, ne? So Schlipsträger. Ja, richtig. Aber ich wüsste nicht, dass die zu einer Gang gehören. Äh, sicher bin ich mir nicht, aber für mich sehen Gang Leute anders aus, ne? Wie der Mafia oder sowas. Schau mal auf, der die zu prallen ist. Äh, auch nicht. Wobei, der... Opa, wie die Wonka kennst du denn, die zu prallen ist? Äh, sag mir was. Den Namen hab ich schon mal gehört. Deine Playboy, oder? Ja, hab ich schon mal gehört, den Namen, aber bin denen noch nicht begegnet. Aber da wohnt einer von, ein Italiener. Der ist, glaube ich, mal bei der Mafia gewesen, ja? Okay. Ich rufst du die Nummer, danke. Ja, bitte. Tschö. Hier sind ganz viele Leute hingezogen, so Schlipsträger, die wollen hier aus ein Gewerbe machen. Hm, okay. Ja, lass doch bitte zurück. Wo ist denn Jamar? Keine Ahnung. Ja, das ist auch gut, dass wir das nicht wissen. Rufst du dir mal einer an, bitte. Ich bin auf ein Telefon, Leute. Buckelo. Greg, du hast das Telefon wieder frei, ne? Obwohl, das ist doch bei Phil, ne? Ja, Phil hab ich am Telefon. Phil hab ich am Telefon. Ja, ich hab Arsch. Ja, ich hab das. Aber nee. Presse, wirklich. Ach, schön. Ja, gut, fahren wir dann erstmal wieder zurück, oder? Wohin das? Jo, sag halt nix für einfach. Ist mir egal, ob der Pist ist, Alter. Nö. Ja, der ist jetzt sauer. Er ist sauer, weil der nicht hinbekommt, hat jemanden am Telefon zu fragen. Ich hab heute Memos Freundin weggejagt, ne? Wie hat seine Freundin weggejagt? Ich war mit Jeff unterwegs und Jeff meinte, das ist seine Ex-Freundin. Dann hab ich die erstmals dumm abgestempelt. Ach, Steffi meinst du? Ja, genau. Dann ist sie ausgestiegen und dann meinte irgendwer, der Memo ist an der dran oder so. Dann sind wir aber zurückgefahren zu der und ich hab gesagt, Steffi, halte dich vom Memo fern, die hat Frau und Kinder. Und dann hab ich das Memo erzählt, der Memo vertrautisch hat die angerufen und der meinte, er hat jetzt nen Korb bekommen. Quik, kannst du auf den Socken zu fickeln? Nein, das geht dich auch nix an, was ich meine. Dann hast du ein bisschen Gehirne, so Blut im Gehirn. Alle hier, pack mal alle hier. Hey, hast du was zu snacken und zu trinken für mich dabei? Völlig überfordert, Junge, Alter. Ich krieg coolen Blutdruck. Völlig überfordert, zu telefonieren. Der ist nicht aus der Übung. Beim Dio Jurt hat der da auch alles vernünftig gemacht. Heute wäre Langzeit-EKG-Witzig gewesen. Der Fette, es war vom PD, hä? Ich bin, ich, ja, ich bin ausgestiegen, ne? Ich war kurz davor, auf den zu schießen, einfach. Ja, ich weiß. Aber, ich glaube, das wäre richtig dumm gewesen. Ja, ja. Besser. Der Phil wollte das auch machen, ich hab gesagt, nein. Okay, die sind mit dem Karakara, keine Ahnung, jetzt haben wir das Zwerperin. Was ist denn das für... Pfff. Die sind mit dem Karakara unterwegs. Und mit noch anderen Sachen. Ja, wer hat das gemacht? Was denn? Toll, und ich hab kein Grün an. Kann ich euch helfen? Da ist ein Typ mit dem Jugula. Was für ein Jugula? Ja, der hier eben rausgefahren ist. Ey, bist du mit einem Ding aus unterwegs? Mit einem Jugula? Ich bin gerade mit dem Blauen daraus gefahren. Ja, ich weiß, wer seid ihr? Die Grove ist hier. Die Grove, die Frage nach dir. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, was die von dich holen. Erzählt mal, was wollt ihr denn von dem? Soll ich runterkommen? Hier, guten Tag. Ja, guten Tag. Würde mal gern wissen, was der so frech ist. Wie, was ist der so frech? Hat er dich Lutscher genannt? Ja, nicht nur mich, sondern alle von uns. Ich mag gern wissen, was seine Missionen... Der Junge, der ist die ganze Zeit am Telefon und der hätte ich bestimmt nicht Lutscher genannt. Ja, irgendeiner aus der Karre hat aber gemeint, hier in Lutscher droppen zu müssen. Ja, ich glaube eher nicht, also... Und da seid ihr sicher, dass das an euch gerichtet war? Ja, um uns herum war sonst keiner. Ihr wisst ja, dass wir die ganze Zeit am Telefonieren sind, ne? Da sitzen aber wohl nur andere Leute im Auto, ne? Ey, wir müssen los. Wir müssen los. Wir kleineren später. Ja, gut, ja, gut. Du, den Abend noch. Mache gut. Ebenso. Ja, geil, wieder einen. Tumma, Craig, komm jetzt dann schon mal zu uns. Ey, wir brauchen hier einen Fahrer. Wir haben nur noch Platz zwei. Ja, wie im Kindergarten. Wo ist Mo? Oli, Dürr. Was waren das für Hampelmänner? Die Grove, hast du doch gehört. Keine Ahnung, was sie wollten. Was warst du denn in dem Jokollern? Ich hab' ich ja wieder gefunden. Keine Ahnung, ist doch jetzt uninteressant. So, und wieder haben wir keine Information, wohin und warum. Die sind schon. Oh, Penkin. Auf wen schießen die? Achso. Raus, 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 raus. Ja, Moment. Das sind. Und jetzt kommt die Grove. Seid ihr bescheuert, das bin ich, ihr Vollidioten. Wir hässlingen, Alter. Wo kommt die Kugel? Wo ist denn die Rote? Hallo, Mr. Gross-Sweet-Mann? Ja, was passiert denn hier? Ja, das sind so Vollidioten an eure Tanke gewesen, das muss jetzt sein. Wir suchen sie schon seit ein paar Tagen. Solange die Tankstelle noch steht. Nein, nein, die steht, das ist alles in Ordnung. Ja, das sieht man. Ich bin ja gerade auch bei euch. Wenn nicht, komm ich putzen, ist gar ein Problem. Ja, putze, mit Zitrus reinigen. Und Zahnbürste. Da ist auch keiner runtergerannt, keine Sorge. Da, guck mal. Wir haben aber nicht nach links und rechts geguckt, da wird noch einer überfahren. Das ist die U25 von Barfuß-Jerusalem. Wir rennen im Ball hinterher. Oh, ich muss mal kurz. Viel Spaß beim Tennis. Mit der Grove ist geklärt, ist alles in Ordnung. Okay. Aber die Autos da unten gehören nicht zu uns, ne? Nein, nein. Wir müssen uns wegmachen. Wir müssen uns wegmachen. Wir müssen uns wegmachen. Ja, ja, alles in Ordnung. Das sind Cops. Das sind Cops. Ja, dann steig doch ein. Ich muss den Jungs da durchlassen. Ich muss den Jungs da durchlassen. Komm mal so ganz kurz um die Ecke. Hallo, da liegt jemand. Aua, Mensch. Komm, komm. Warte, sind wir mal wen. Guck mal da hinten, ob wir welche sind von uns. Ja, ich fange nur mal ne Runde. Das waren die? Die stehen oben im Roboter. Ja, ja, das waren die. Sicher? Ja. Guck mal, hinten ist noch welche. Hinter uns sind noch welche, die mitgenommen werden müssen. Dankeschön. Du bist so ein Conor. Ja, Chef. Ja, dann lauf lieber vom Kanal Richtung Rancho. Hinten rechts. Hinten rechts. Hinten rechts. Schnell, schnell, schnell. Kommt Helikopter. Helikopter kommt. Schön an die Band. Oh, fuck. Guck mal, wie war der denn jetzt da? Er verfolgt uns. Na, die Grove ist cool bei uns. Ne, das ist die Grove. Oh, äh. Ich guck mal, der schießt. Das sind Cops. Die Copers schießen? Das sind Cops eigentlich. Oh ja. Ui, 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 ui. Mhm. Und das sind unsere Leute? Da sind nur welche. Ja, ja. Ja, ja, da sind nur welche. Was denn, von denen? Aussteigen, aussteigen. Das sind Cops, das sind Cops. Egal. Nein, das ist doch Sopranos. Wo sind die? Wo sind die? Aufm Parkplatz, aufm Platz. Aufm Parkplatz, aufm Parkplatz. Ne, beruhig dich. Lass einsteigen, schaS auf die. ScheS auf die, scheS auf die. Einsteigen. Mein Herz fühl und mein Schuhe ins Gefühl hat. rein da rein da einer muss rein das gut die maske aus ja schon passiert die sind wir los so wir sind safe aussteigen aussteigen alle so etwas auffälliges auspacken zum weg ja wir sind gerade im parkhaus wenn wir unter den chef da drin ja du kannst jetzt wenn du umgezogen bist kann so hinfahren und gucken fahr mal mit dem chef darum sollte beginn nach hause kurz lang das auto in gardien du mal gar nicht mal auf ich weiß mich noch auf jogging so warte ja irgendwas gesagt ja man ist tot gelacht wir sollten nur tanken stelle ist doch auf jetzt nummer der wult festgenommen blu Braucht ihr Hilfe? Was ist denn hier passiert? Hier war Schießerei. Wer liegt da? Keine Ahnung. Er hat eine Affenmaske auf. Danke. Wer war denn das? Ja. Hi, bist du okay? Wo bist du? Ich bin beim Park. Ja. Ja, ich bin okay. Ich bin mit Soldi und German Memo. Bis gleich. Okay, bis... Ich glaube, das wird JFK, oder? Ich weiß es nicht. Aber JFK hat doch ein orangenisches Hemd angehabt. Oder hat er sich umgezogen? Weiß nicht. Es war ein schwarzes Soberteil und eine beige Hose. Keine Ahnung. Ich muss bei dir einsteigen vorne. Wegen den Cops. Memo, die haben dich gerade gehen lassen. Warum sollten die dich jetzt verhaften? Schalt doch deinen Kopf mal ein. Wir können rumfahren, so wie wir wollen. Nein, ich habe alles bei mir noch. Ja, dann schmeiß weg den Scheiß. Nein, nicht wegschme... Nein, warum denn? Ja, weil die mich wegen so einer Kacke festgenommen haben. Ja, weil du einen Schlüssel dabei hattest von einem Auto. Ach. Genau. Und wegen Waffen und einem möglichen Scheiß. Ja, weil du eine Geisel bist. Alles gut. Ich habe zu denen gesagt, ich muss kacken, deswegen bin ich weg dran. Wo ist Milan? Im Park. Wo ist Milan? Im Park. Alles gut? Okay. Wer ist da noch? Okay. Kann sein, dass das Juni ist. Ist Johnny bei uns? Johnny geht nicht rein. Okay. Okay, alles klar. Ja. Johnny ist nicht da. Dann ist das Juni. Wer ist im Park alles? Jamal, JFK, Mila, Max... Oder viel besser. Wer fehlt? Nur Juni? Johnny. Phil habe ich jetzt gerade nicht... Hat er mir nicht gesagt. Ähm... Hayes hat er mir nicht gesagt. Ja. Die glaube ich. Heiß geht nicht am Telefon. Aber der ist glaube ich hier irgendwo gesprungen gerade wegen Kurbschmerzen. Der hat sich bestimmt irgendwo hingesetzt. War der Jamalgeruf dann? Ja? Alles gut? Ich habe den. Kannst du kurz mal in den Kanal fahren bitte? Bei der Grove, links davon ist ein Kanal. Kannst du da irgendwie runterfahren und gucken, da jemand noch liegt von denen? Okay. Und falls ja, leistet man... Bitte gib mal Erste Hilfe. Und helft ihn auf die Füße. Andere Frage von... Wer soll da liegen? Wer soll da liegen? Okay. Alles klar. Einer von den Sopranos. Warum sollst du die Erste Hilfe leisten? Wer wird hochgenommen von den Kurbs? Du hebst ihn auf. Päppelst ihn auf. Bringst ihn in den Wagen. Und lässt ihn hierher führen. Der hat gesagt, der muss kacken und dann die Polizei ihn lassen. Dann quatschen wir. Bitte mit denen. Hier ist alles voller Koppers, ne? Und in deinem Kanal auch? Das kann ich nicht sehen, aber wieso ich mit dem Auto da rumkomme? Okay. Alles klar. Es gibt doch einen Weg in den Kanal. Irgendwo gibts einen Weg runter. Scheiß mal auf die Sopranos. Ich glaub, Johnny liegt abverletzt auf dem Boden und die Koppers am Leben. Also gehört es um... Nein, hör mal zu. Pass auf. Die... Der Wagen von Johnny wurde Richtung Stadtpark in so ne Tankstelle reingedrängt. Und dann ist die Tankstelle in die Luft gegangen. Der Flitter hat ja mal die ganze Zeit mit telefoniert. Aber keine Ahnung. Wir waren ja gerade da. Ich komm zum Park, weil du mit dem Guardian. Okay. Da liegt auf jeden Fall einer von uns mit Apfelmasch. Ich versuch was zu klären. Oh mein Gott. Kannst direkt da einsteigen. Äh... Ja. Hier ist aber nur Memo und Soldi. Nimm dir welche mit. Klär jetzt ab, wer mitkommt mit dir. Nee. Was denn? Jamal will jetzt den Kanal mit dem Guardian fahren. Ja. Ja, steigt ein und nimm deinen hoch. Lass den Platz frei. Lass den Platz frei. Lass den Platz frei. Mela Soldi. Ist voll, ist voll. Und... Jeff Caron. Wir gehen mal gucken... Lass zwei frei. Perfekt. Wir gucken mal, wer da liegt. Beim Codys. Okay. Die Typen, die da sagen... Langwand Sopranos. Die Grünen sind die Grove Street. Sonst war ja keiner da. Das ist nicht so klug. Brennen, ne? Ja. Lass uns schreiten. Wir sind elegante Anzugsträger. Wir rennen nicht. Äh... Auf jeden Fall das Auto, wo Johnny drin saß, die Leute fehlen. Asi-Bratzen aufgegabelt. Ich weiß nicht, wer da jetzt mit drin war. Wer fehlt denn jetzt nur? Hase fehlt? Die Leute, die... Johnny Crane. Aber Hase hat sich irgendwo hündelig kurz. Vielleicht ist auch kein Zeichen mehr. Okay. Einer liegt da in der Ecke. Das ist auf jeden Fall nicht Crack. Der Alte, was auch beim Genuss hat. Ja, das stimmt. Dann ist Johnny da in der Ecke hinten. Ja, aber Johnny war doch bunt. Aber Johnny war kunterbunt, ja. Ja. Oh, komm mal auf einmal her. Ja, wieder so'n Asi, der... ... aussieht wie so'n... ... Perla. Ich rufe Kim. Läuft die Beide. Ich rufe Hasern. Jetzt bin ich extra... Jetzt bin ich dagegen gelaufen, weil ich nicht auf den Mund schon guckte. Ja, die Grover im Junkiepark, weil irgend einer Welle gemacht hat. Hast du Maske weggeworfen? Nö. Mach mal lieber. Wovor die uns durchsuchen wollen. Ob ich gar nicht boi? Ha! Warte, ich bin schlau. Das war im Rucksack. Uh. Ja. Im Guardian ist ein Rucksack drin mit einer Affenmaske. Musst du aber aufpassen, ne? Ja, wir haben einen. Okay. Dir kommt grad nen Dubster und sowas angefallen. Schwarze Autos. Okay. Ganz viele. Ja, ja, ja. Ganz, ganz viele. Fahr mal zurück zu uns. Ne, fahr nicht mit dem zu uns. Fahr nicht mit dem zu uns. Wohin denn? Wohin denn? Ja, verpasst euch erstmal mit dem. Irgendwohin. Irgendwohin. Fahr zum Hafen. Oh, Hafen ist auch keine gute Idee, Jammer. Hafen ist auch keine gute Idee. Dann fahr irgendwo hin. Nur oder nur so. Ja, machen wir. Okay. Da lag gut einer mit Affenmaske auf. Jo. Die haben einen von den Sopranos eingesackt. Ja, so. Jammer und so. Ähm, aber wer lag da? Einer aus nem Neon von uns. Neon? Ja, ja. Und Joni geht auch nicht ans Telefon, aber Joni hat für den irgendwas gesagt. Ach, nicht für den Film auch. Ey, die Wagen, die da gerade vorbeigefahren sind, ne? Ja. Ja, das sind nicht die. Ja, aber das ist wieder diese Dubsa-Geschichte, wovon die einigen gesprochen haben. Ja. Ja, wenn die jetzt welche haben, dann sollten wir am besten mal zurück, damit wir mit den... Nuch nicht, Jammer. Und so verpissen sich erstmal mit dem und dann lassen wir die Situation erstmal beruhigen und dann fahren wir dahin. Gut. Dann laufen wir dahin. Denn gerade ist Feuer. Jaja. Verbrenn dich nicht, Jack. Die sind mit drei mal nem Auto. Oder vier sogar. Ich bin so heiß wie ein Vulkan. Aber wer sind die Typen, die die ganze Zeit rumfahren mit diesen Ninja-Masken? Keine Ahnung. Ja. Mal Schoko fahren. Die ist für den Tank eingebogen, ne? Ja, du hast alles verpasst. Ja, Schoko. Jo, Johnny hat's erwischt, ne? Und wen noch? Ähm, weiß ich nicht. Ich war gerade hier vorne an der Tankstelle, weißt du? Kurz vor der Brücke. Vor der Eisenbahnbrücke. Da sind die wo reingefahren und so ein Bullenwagen ist in die Zapfseilen reingeballert. Ach du heilige... Ja, das sind nicht wir schon. Aber Johnny... Das müssen die Körpersinnung. Johnny steht... Ja, Johnny steht halt da am Shop und ich weiß nicht, ob der jetzt verhaftet wird oder... Was für ein Shop an der Tankstelle? Ja, da... Ja, der steht da an dieser Tankstelle, ne? Vorne direkt an der Eisenbahnbrücke. Weißt du wo? Was für ein Eisen... Bruder, was für ein Eisenbahn? Na, da wo die Straßenbahn umlang fährt. U-Bahn. Keine Ahnung, was das ist. Hier oben an der Megamold. Ja, ne, ja, also wenn du jetzt... Wenn du jetzt an unserem Parkhaus da links rumfährst, dann kommst du genau auf die Tanke auf der Ecke und dann wenn du rechts rumfährst, kommst du zum Würfelpark. Weißt du welche Tanke ich meine? Nö. Ja, aber wenn's den gewischt hat, kann man den eh nicht mehr halten. Ne, ne, ich kann den nicht mehr. Also ich hab gefragt, ob ich helfen soll, weil ich immer... Ne, Medizinmann und so. Aber die haben gesagt, es ist alles okay und dann bin ich wieder gefahren. Okay, und Jamar und ich glaub Filmer und noch jemand haben einen von den Zipons eingepackt. Die fahren jetzt grad Richtung Norden oder so. Irgendwohin. Ah, okay, alles klar. Ich weiß nicht, wohin die fahren. Ist auch gut. Ne, ich steh jetzt hier kurz kurz am Würfelpark, weil ich jetzt nicht wusste, ob der Helikopter mich verfolgt. Okay, dann komm gleich zu Cody bei Codys, bei dem Bürgerland an die Ecke. Alles klar. Okay. Da ist ein Polizei-Auto in eine Tankstelle reingekracht und das hat Johnny mit weggepfetzt irgendwie. Oh shit. Und der steht jetzt hier irgendwo Bahnhofbrücke, keine Ahnung. Aber den können wir ihm nicht helfen. Aber der lebt noch, anscheinend. Okay, geh mal hin. Wer fehlt denn noch? Hase fehlt? Das könnte Hase gewesen sein, der hinten auf der Kreuzung lag, oder? Wenn da bei Craig im Auto war, in dem Neon. Mhm. Wir sind mit Hase hingerannt und der hat gesagt, mir ist ganz übel, ich muss mich kurz da im Gebüsch hinlegen. Okay, weil irgendjemand ist aus dem Neon raus. Der müsste halt dann da liegen. Keine Ahnung, wer da ist. Wir haben den auf jeden Fall ins Krankenhaus gebracht, die Cops. Nein, da gibt's kein Permalev. Das ist Rage-Sink, Bruder. Ich glaub nicht, dass dein Cope automatisch in die Tankstelle eingefahren ist. Oh oh. Masteln. Hinden. Warum oh oh? Hinden sind irgendwo Schüsse gefallen. Der Alter fallen die ganze Zeit... Okay, Hase ruf dann. Hase, wo bist du? Ah, was geht? Ich kann vielleicht auch schmerzen. Ich kann vielleicht auch schmerzen. Ich kann vielleicht auch schmerzen. Wir sind bei Cope in seiner Ecke. Okay. Also okay. Ich bin eingesammelt worden. Tschüss. Warte, ey. Okay, dann nicht. Dann haben die nur einen, das ist Johnny, aber was wollen die dem nachweisen? Hoffentlich geht's dem gut. Warte, die haben Johnny? Mhm. Die Polizei. Ich dachte, du bist gerade der, der will irgendwo an so einer Brücke oder waren. Nein, Polizei. Mann hat Johnny verfolgt anscheinend. Ach so. Und ist in die Tankstelle reingebrettet. Hm. Und das hat Johnny auch Karo gehauen oder so. Oh. Hm. Dem Hase geht's gut, der hat sich kurz hingesetzt vor Kopfschmerzen. Okay. Der wird abgeholt, keine Ahnung wo der ist. Und Jamal und die anderen sind unterwegs. Mit dem Soprano-Typen. Sehr gut. Weißt du, was du machst? Boah, ich bin ein richtiger Bus, ne? Du rufst Jamal an, ne? Und dann klärst du schon mal ab, wo genau die hinfallen. Okay, ich fragte Jamal an, wo die hinwollen. Und du fährst das Auto dahin? Äh, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich glaub nicht, dass ich das heute noch packe. Oder so. Okay, bin du nicht so schlau. Hehehe. Sehr wagen, ne? Ja. So Autos standen aber auch auf der Villa, ne? Ja, schön. Das ist schick für dich. Ich wüsste nicht, dass ich denen jemals begegnen bin, dass sie mich ohne Maske gesillen haben. Ja, selbst als die mich gefesselt hatten, hatte ich die Maske. Und die Wigs da gerade einen Fleck auf, ne? Also ein paar davon. Ja, aber auf dem Gelände, die hatten auch schwarze Bandanas, so wie der Typ, den ich da gerade gesehen habe, unten am Kanal. Der ist direkt an mir vorbeigelaufen. Ich glaub, der wird hops geduppt. Ich bin über die Mauer gesprungen, direkt vor dem. Vielleicht wollen die reden. Dann ist er mir vorbeigelaufen. Also wär schon cool, wenn die reden. Ich hoffe es. Das muss ja nicht im Kugelhalswille machen. Da hinten. Das war schon fies gerade. Hm. Das war eine schnelle Aktion. Wie viele Leute waren das? Bestimmt fünf, sechs, ne? Ja. Ich hab keine Ahnung. Oder sieben sogar. Ich hab einen da oben an der Kreuzung gesehen. Äh, hier hinten war ich, äh. Und die haben auf das Auto geschossen. Also unsere. Crack und so. Aber ich wurde nicht getroffen. Zum Glück. Die haben auf mein Auto geschossen. Really? Oh shit. Ja, der im Kanal hat halt wild um sich geballert, da als wir alle da hinterher sind. Alter ist ein WoWo. Und Doku. Ruhe Oma. Ah. Mila. Bäh. Mila. Bist du jetzt bescheid? Irgendwie, der Guardian ist aber schon wieder unterwegs. Der Guardian? Der Guardian haut grad von nem Cop-Heli ab. Ja. Ah. Warum verfolgen die den Guardian? Nein, der war gar nicht bei der Zone dabei. Achso. Wer fährt den Guardian? John Rau. Keine Ahnung. Ich hab nur Hayes am Telefon und der ist da mit drin. Ich ruf dem. Okay, der Hayes ist immer drin, oder? Der Hayes ist immer ne Guardian drin. Ich hab Sykes am Telefon. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, es fehlen nur noch Johnny Craig und John. Wer ist denn bei Johnny? Was? Johnny ist verletzt. Okay, er sagt, er hat den Heli weg. Die haben den wo versteckt, den Typen. Achso, er ist immer zwei Stück mit denen ausgestiegen und jetzt haben die den im Mangel. Ja, ja, ja. Bitte lass das nicht Bademeister sein, der kann nicht verhandeln. Und klar. Wieso? Ja. Der kommt wieder mit seiner Eisdealer-Scheiße. Ich dachte, wir fahren da jetzt hin und quatschen. So, die Groove-Tank ist heile geblieben, ne? Ja. Die Groove-Tank ist heile. Ja, das war dem wichtig, der Groove. Sonst haben die sich totgelacht. Die haben doch damit gangst zu Kamellen. Also Phil hat gerade gesagt, dass das Ding wohl in die Luft gegangen ist, nachdem da ein Auto reingeprescht wurde. Nee, das war gar nicht. Scheißegal, ob die was zu Kamellen haben. Das ist deren Gebiet hier alle. Mir egal, ob das ist 56 oder... Ist mir Schwanz. Groove ist mir Schwanz. Ja. Kennst du die? Was? Kennst du die Groove? Nö. Hast du schon mit dem gequatscht so? Ja, gerade eben. Da waren sie schon direkt unsympathisch. Ach, ich hab die das erste Mal gesehen. Unsympathisch, weil die kommen und fragen, warum der Faxen macht. Und du weißt, wie du weißt das? Ja. Der Ton macht die Musik. Ja, normal. Hä? Was ist denn für eine dumme Aussage? Wo kennst du den Trottel? Memo? Wo seid ihr? Ja, wir sind bei Cody's an der Ecke. Wo bist du? Ja, wir haben einen eingepackt, Bruder. Und jetzt steh ich alleine hier mit dem. Warum stehst du alleine mit dem da? Ich weiß nicht. Dann... Der... Ja, ich kann keine Namen sagen. Okay, ruf den Jack an. Der geht nicht an. Der Jack... Okay, dann rufst du den... Hast du die Nummer vom Schoko? Und er sagt nicht nein. Okay, du hast die Nummer. Doch, doch, doch. Muss ich haben. Hast du die Nummer von Mo? Ruf den Schoko an. Die gehen nicht mehr dran. Ich sag, der Schoko soll dich anrufen. Ja, bitte. Schoko, hast du die Nummer von Memo? Ja. Ruf den Memo an. Frag, wo der ist im Vater hin. Nimm den jemand mit einem Mo oder so. Weil der steht ganz alleine mit dem Suprauno-Typ irgendwo. Und der ist komplett los, ne? Der bietet dem wahrscheinlich nur Bonbons an und so. Cyrus. Warum habt ihr die Geisel alleine gelassen mit Memo? Ihr müsst euch beeilen daheim. Wenn ihr auch nicht mit Memo alleine lassen. Wo fahrt ihr denn jetzt so hin? Cyrus. Die fallen jetzt... Also, Cyrus fällt wahrscheinlich weg. Aber die müssen Memo unterstützen. Achso, die haben Heli an sich. Deswegen. Ist egal. Die sollen anhalten. Die sollen die Masken wegwerfen und anhalten. Masken wegwerfen und anhalten. Solange wir den Suprauno-Typ machen, ist alles in Ordnung. Und Memo wird jetzt unterstützt. Ja, wenn der Heli euch verfolgt, dann kommen gleich Cops. Aber wenn ihr nichts zu tun habt, dann haltet einfach an. Am besten Waffen alles wegwerfen. Mach's so undercover, halt's irgendwo an. Wenn der Heli auf einmal landet und... So, JFK sieht müde aus, der geht bestimmt gleich heuer. Ja, lange mach ich nicht mehr. Sollt ihr haben, will du? Hm. Oh, es geht. Es geht. Wenn der Heli war in Junkie Park. Warum hab ich geahnt, dass Memo jetzt die ganze Zeit mit Choco telefoniert, obwohl der eine Geisel hat? Und der hat die ganze Zeit das Handy jetzt am Ohr, ne? Der kriegt gleich eine Kopfluss und der Tür brennt weg. Und gefesselt ist der hundertprozentig auch nicht. Ich bin sicher, ne? Juni ruft mich an. Juni, geht's dir gut? Hallo? Ja, ja, ich bin im Gefängnis. Also unten in der Zelle. Die haben mir noch nicht mein Handy abgenommen. Craig und John. Craig und John auch im Gefängnis? Ja, wir sind hier im Gefängnis. Aber der klärt sich jetzt gleich. Wir haben... Also wir versuchen uns da rauszureden. Wenn nicht, dann... Aber eine gute Nachricht, wenn's euch gut geht. Den anderen geht's auch gut. Hört zu, hört zu. Ja, den anderen geht's auch gut, ne? Nein, du musst kurz hören. Wir haben einen von denen eingepackt, ne? Ja. Und da werden wir jetzt reden. Okay. Das ist wahrscheinlich nur so ein Lappeln, der nix zu sagen hat, aber... Dann erzähl du. Ähm... Die haben uns in ne... In ne... In ne Tankstelle reingerammt. Die Tankstelle ist hochgegangen. Die Grove-Tanke? Ne, unten da am Würfelpark in der Nähe. Ja, dann sehr froh, dass der nur lebt. Ja, bin ich auch, Alter, aber... Das Cop-Auto ist ja explodiert. Ich... Das Cop-Auto ist explodiert. Ja, man. Unser Auto ist nicht explodiert. Wegen Elektromotor wahrscheinlich, oder so. Also... Keine Ahnung, man. Gott sei Dank. Ja, dann ruf den Anwalt an, oder so. Und versuch rauszukommen. Ja. Ja, versuch. Ich übernehme, Johnny. Ich übernehme. Ja, aber sag denen, die sollen sich eine Entschädigung überlegen. Ansonsten kann das jeden Tag so weitergehen. Okay. Jut. Tschüss. Tschüss. Denen gibt's Journey, Quack und Jun sind im Gefängnis, aber das klärt sich. Und Choco ist nicht mehr im Telefon, ja, das ist gut. Ja. Seid ihr schon da? Ja, ja, die sind da. Habt ihr den Typen gefesselt? Ja, ja, die sind jetzt alle da. Auch der Guardian ist jetzt hier. Haben die den Helicopter abgenommen? Ja, ja. Sollen wir dazukommen? Soll Jack dazukommen? Äh, ruf mal Memo an. Memo ist dabei. Ich bin jetzt hier draußen im Auto und warte auf, äh, bis die mich anrufen wegen Abholung. Ne, ich sag jetzt Jack soll dich anrufen, du sagst Jack wo ihr seid und Jack kommt da zum Verhandeln. Alles klar. Okay. Ruf Choco an. Du musst dahin, Jack. Oh, er ist besetzt. Hä? Du hast doch grad aufgelöst. Ja. Er macht mich fertig. Melda, wo bist du? Ich hab... Ich hab ein Hündchen nach Hause gebracht. Was hast du nach Hause gebracht? Den Hund? Du hast den Hund nach Hause gebracht. Er hat es leider nicht mein Hündchen. Oh, das folgt mir. Ja, dann nimm den doch mit nach Hause. Hündchen. Lock den einfach. Mit Fußkäse. Willst du mit mir kommen? Warte, das sind doch deine Freunde, Hündchen. Milda, kannst... Milda, bist du jetzt mit dem Hund alleine unterwegs? Milda, geht Kassi. Wir sind Freunde. Okay. Ich hab den Hund nach Hause gebracht. Okay. Ja. Der Juni, Quack und Juni sind verhaftet worden. Den geht's aber gut. Oh, oh. Und wir sind bei Cole... Und Jeff Kassi und ich sind bei Codys. An Ecker. Okay, wir sind auch gleich da. Oh, oh. Warte, da ist der Hund. Oh, 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 oh. Ja, das ist mein... Mein Freund, der heißt Cush zufällig. Was? Die anderen haben den zufällig Cush genannt. Bist du jetzt die ganze Zeit dem Hunde darren? Ähm, wohin denn? Ja, was? Nach Hause. Wo seid ihr denn? Bei Codys an Ecker. Ich bin auch bei Codys. Andere Ecker. Bist gerade an uns vorbeigelaufen. Andere Ecke. Eine Ecke, an der ich vorbeigelaufen. Ach. Ach. Ja, sieh mal eine an. Seid ihr ja? Hast du grad mit rumgeballert? Ja. Und du hast dich nicht umgezogen? Du rennst lieber mit nem Hund hier rum und in die Grove, wo du grad rumgeschossen hast? Aber ein so süßer Hund, oder? Ja, Guffi. Endlich erreiche ich dich. Hier haben sich grad bestimmt so acht, neun schwarze Autos beim Junkie Park gesammelt, haben hier kurz gechillt und sind dann weitergefahren. Ja. Ist dir aufgefallen, dass du schon den ganzen Tag da schwarze Autos durchchillen? Und dann kam ein Rocker, ist in den Junkie Park reingefahren, hat sich die Autos angeguckt und als er mich gesehen hat, ist er abgehauen. Hast du geknurlt? Bisschen. Wir sind bei Cody's an der Ecke. Vielleicht solltest du das halt weggehen. Kann ich da hinkommen? Ja. Okay, bis gleich. Bis gleich. Wer kommt der? Guffi. Da waren schon wilde schwarze Autos am Park. Und da war ein Rucker, der ist da hingefallen und keine Ahnung. Da ist vielleicht nicht so klug da jetzt alleine hin zu gehen. Wollt ihr auch da hin zu gehen? Ruf Jack an und fragt wo der ist. Wenn ihr auch da hin wollt. Ihr müsst ja nicht stehen. Ich genieße einfach nur meinen. Geht keiner ran. Ich genieße einfach nur grad meinen Anzug und ich fühl mich schon hübsch, ne? Das ist halt... Dann ruft Choco an. Oder Memo. Lieber Jeff. Auch besetzt. Gut. Und eben Memo. Der geht wenigstens ran. Hi. Hey. Was für Leute saßt du im schwarzen Auto? Was hatten die an? Das habe ich nicht genau gesehen. Die hatten alle getürnte Scheiben. Ich glaube, das waren die von vorhin, die vor dem Ding standen. Ja, die sind gerade total angefallen. Die fahren hier die ganze Zeit rum. Die standen da immer. Die standen da in Viererkolonne vorhin da. Dann sind die abgehauen. Jetzt drehen die immer kräftig. Die wenden hinten beim Parkhaus. Fahren am Junkiepark vorbei. Fahren dann bis zu der Polizeiwahrstelle. Dann warten die da kurz. Dann drehen die wieder und fahren dann wieder zurück bis zum Parkhaus. Und dann drehen die das schon immer wieder. Ja, sollen die doch. Da drehen die ihre Kreise. Ja, sollen die doch. Die da vorne mit den grünen Autos machen auch nichts anderes den ganzen Tag. Genau in diesem Moment wird einem von denen mitgeteilt. Und ich denke nicht mal, dass die das sind. Wo seid ihr? Kugeln verstreuen. Dumm ist nur für eine Handynummer. Und ich hoffe auch, dass der das weiter trägt. Da haben wir zwei gefunden. Aber der Rocker, der war komisch. Warum? Was haltet der für eine Kutte an? Der hatte so eine Jeanskutte an. Ja, die sind von ganz oben, wo wir vorhin einen Unfall mit hatten. Hat der mich gesehen? Ist der ganz schnell weggefahren. Oh, der Kuh. Da sind die schon Bilder, ne? Die meinst du, ne? Ja, genau. Nee, 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 nee. Nicht die. Das sind Revolta. Nein, da waren auch ganz viele SUVs dabei. Und Geländewagen und so. Ja, das ist eine andere Kolonne. Hier fahren irgendwie zwei durch die Gegend. Die ganze Zeit. Eigentlich drei. Ja. Wollen wir den bitte, bitte behalten? Ja, dann nimm den doch, Meld. Du kümmerst dich doch eh nicht um den. Ich kümmer mich wohl voll gut. Warte, du meinst du was zu trinken bei? Genauso wie den Hamster, der verhungert ist. Warte, du meinst du was zu trinken kommt? Nein. Der Hamster ist gar nicht absichtlich verhungert. Jeff K? Ja. Ich geh kurz nach Colis. Ich geh kurz nach Colis. Komme ich morgens aus der Tür von Malte. Willst du ihm telefonieren, du? Ja, mit Mama. Ja. Was sagt er? Okay. 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 Ja, okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Okay, Tschü. Ähm, die sind bei dem... Du, du, du. Ich will nicht wissen, wo die sind. Ich will wissen, was der Typ sagt. Äh, das hab ich jetzt nicht gefragt. Okay, dann rufe ich Mama an. Hast du was zu trinken, Soldi? Äh, kurz. Ja. Mama, du bist doch bestimmt jetzt nicht mit dabei beim Verhandeln, ne? Nee. Also du, du, du verhandelst grad nicht, ne? Nee, nee. Jack ist schon da? Ja, das macht der Jack. Jamar, die sind alle hier. Was war das? Ich hab nur auf den aufgepasst, als wir ihn hergebracht haben. Ja, Jack und so sind schon da. Bist du bei dem... Ja. Kannst du zuhören bei der Fahndung? Ja, klar. Weißt du, ob der Tübingen was zu sagen hat? Glaub nicht. Ist das so ein... Ist das so ein Lappeln? Memo? Warte kurz. Ähm. Okay. Okay. Die meinten irgendwie, dass sie die ganze Zeit versuchen, äh, die anzurufen oder also, dass wir die kontaktieren und entweder die ganze Zeit weggedrückt werden oder die haben keine Zeit und jetzt wollen sie anscheinend irgendeine Nummer von jemand Höherem oder so. Warte mal, warte mal. Die haben, wenn wir anrufen, keine Zeit? Ja, das haben die gesagt. Hab ich grad von Jack gehört. Hat der Jack halt gesagt. Wir versuchen euch die ganze Zeit anzurufen, aber ihr habt keine Zeit. Und der Typ hat gesagt, die haben keine Zeit in dem Moment, wo wir anrufen. Kann ja passieren. Kann ja sein. Sehr klar. Wer weiß da, was die zu klären haben. Ja. Warte, die Jungs fahren grad die Autos hier weg. Und anscheinend wollen die jetzt eine Handynummer, der Jack und so, und der meint halt sein Handy ist geschrottet oder so. Und hey, es hat ihm jetzt aber seine gegeben, dass er seine SIM-Karte reinmachen kann. Genau. Wir wollen ja nur die Nummer von demjenigen, der da was zu sagen hat, damit man mal darüber reden kann einfach. Genau. Richtig. Weil der Krieg wegen der Nummer ist halt angeschwürdig. Das stimmt. Ja, ich hab, ne? Schlaf gut, Jeff Carey. Und Jeff Carey, pass auf, wenn du dahin gehst, ne? Also... Wollte die kluge Idee eigentlich allein jetzt dahin zu laufen. Okay. Komm, ich komm, nicht? Was soll passieren? Die rufen grad den Chef an von den Sopranos. Okay. Bleib am Telefon. Die sollen jetzt nur nicht so dumm sein, den Chef jetzt dahin zu bestellen und ihre Position preiszugeben. Wo die den Typen von denen haben. Das wird über Telefon geregelt und dann trifft man sich die Tage. Bis ihre Leute da oben wieder verarztet sind und so. Die sollen bloß nicht dahin holen, die Idioten. Komm mal kurz mit, komm mal kurz mit. Sag dem Jack das. Ja, der telefoniert grad. Ich hab den Padermeister. Dann sag Padermeister. Der soll das sagen. Wir müssen dem Jack irgendwie sagen, dass wir unseren Standort und so nicht irgendwie sagen sollen, ne? Warte mal. Warte mal. Sag dem Jack, der soll auflegen. Ich muss den anrufen. Jack soll auflegen. Ist mir egal, mit wem telefoniert. Okay. Warte. Das ist wichtig. Jack, du sollst auflegen. Kurt ist anrufen. Ich rufe den an. Dass du Bescheid weißt. Hat der? Dann ruft dich an. Ciao. Ja. Was sagt Mama? Moment. Jack. Du quatschst grad mit dem Typen, ne? Ich hab den, der Typ ist ein Trottel. Ich hab den Chef von den Sopranos, hab ich die Nummer. Okay. Aber wenn du den Chef... Mit dem quatsch ich. Du verhandelst das ja jetzt, ne? Ja. Aber wenn du den Chef jetzt anrufst, sag nicht, der soll jetzt hier und da hinkommen, ne? Nein, nein, nein. Wir regeln das ganz vernünftig. Ja, wir regeln das noch. Ich muss mich nicht mal jetzt mit dem treffen, so. Wir können mal gucken. Also mir egal. Wir haben den Typen von dem, die Leute... Eine Million wollt ihr von dem haben? Die letzte Info, wo Johnny gesagt hat, ist, dass die sich entschuldigen sollen und ein bisschen was geben sollen, als würde gut machen. Mach dem Typen am Telefon klar, dass es hier um eine Nummer von einer Frau geht, ne? Und um nix anderes. Ja, 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 ja. Aber du weißt es. Aber die Jungs haben gesagt, die wollen eine Million haben. Sag erst mal keine Summe, der soll sich darüber Gedanken machen. Wenn der überhaupt darauf eingeht. Ja, ja, ja. Ich sag das schon. Wenn der am Teil vom Frech ist, dann weiß er auch nicht mehr weiter. Ne, ne, der lässt sich eigentlich mit uns reden. Also geht schon. Okay, du machst das schon. Ja, ich mach das. Jut. Peace. Und? Der Typ, der da steht, ist voller Lutscher, aber der kann überhaupt die Nummer von ihrem Boss daraus gegeben. Und Jack, du rufst den jetzt an und die telefonieren. Hoffentlich. Vielleicht wird das ja mal mit Kaffee und Kuchen demnächst, ne? Ja, komm. Hier geht's nicht um Business, hier geht's nicht um Gelder. Hier geht's um ne Telefonnummer. Ja. Eine Tussi von denen gibt ihre Nummer. Und deshalb steht so nem Feuer. Und irgendeiner von denen rastet aus, sondern... Den weh jetzt hier in so ner Scheiße. Da ist lächerlich. Ich glaub ich hab meine Berufung gefunden. Welche? Was ich jetzt mach? Na? Nur noch Anzüge tragen. Ich... Okay, ich hab vorhin auf jemanden geschossen, aber... Hä. Aber ich bin nicht ausgestiegen aus dem Mordo. Ja, was ist denn jetzt deine Berufung? Ja, vielleicht die Sache mal von nem anderen Blinkpunkt... Blinkepunkt... Blinkepunkt zu sehen. Mhm. Der... Ich hab das noch mal sagen, ich hab das nicht verstanden. Vielleicht mal ne andere Sicht zu sehen. Mhm. Und nicht so wie hardcore kriminelle Menschen. Und Gangster und so. Wer ist hier? Vielleicht mal aus der Sicht von jemanden, der... Der nicht so ein Psycho ist. Mhm. Oder? Ich mein, wir haben ja schon so ein paar... Echt kranke Psychos. Wisst ihr, was ich übrigens glaube? Mhm. Dass Jamar der größte Psycho von allen ist. Mhm. Dieser Max der Welt. Sicher? Ja. Ich glaub der ist... Dumm und macht einfach nur irgendeine Scheiße. Und bei Jamar ist das... So... Absicht, weißt du? Mhm. Und hey, jetzt müssen wir ein bisschen bremsen. Ja gut, ja. Das war nicht so nett gerade. Bist du nur auf der Haustür? Hier. Bis heute gehst du schlafen? Ja, ja. Ich leg mich jetzt auf. Okay, dann schlaf gut. Ja, ja. Und denk gerade, ihr seid Geschwister, ne? Da ist nichts mit Kussi-Kussi. Ja, ich wohne sowieso woanders. Achso. Wo gehst du denn jetzt hin? Ich geh mein Auto holen. Ah. Ich bin reich. Ja, ja. Das muss ich auf der Straße widerspiegeln. Klar, klar, klar. Bis morgen. Tschüss. Die Entwicklung ist jetzt ein bisschen schnell. Stimmt. Aber die Entwicklung hat gerade stattgefunden oder allgemein stattgefunden immer in diesen Stresssituationen wie gerade. Ne? Ich sehe, hier wird geschossen, bla 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 und dann sammelst du diese Erfahrung und hast auf einmal ein anderes Weltbild und Dings anders. Damit, damit bin ich zufrieden. Und ich meine, hier geht es ja wirklich, wirklich, wirklich nur um eine Nummer, Alter. Das muss halt nicht sein. Ich rede doch nicht mit euch, ich rede mit mir selber. Ja? Seid ihr? Ich hab nur Jeff, Karen, Soul, die nach Hause gebracht. Nach Hause gebracht. Ich komm jetzt mal in den Maul, du. Oh, okay. Wo bist du denn? Warum ruft man an? Ja? Warum legst du auf, ohne mir zu sagen, wo du bist? Ich bin beim Park. Was für ein Park? Ein Junkie Park. Warum läufst du alleine dahin? Weil alle waren verschwunden? Und hat, warum ich Jeff, Karen, Soul, die da hingebracht habe? Wo hingebracht? Nach Hause, wie ich dir gerade schon am Telefon gesagt hab. Ich war mit Jess, aber ich wusste nicht, wo ihr alle hin seid. Wo bist du? Ich bin beim Junkie Park, aber ich muss jetzt mal. Wo am Junkie Park? An unserer Tür, weil ich mal muss. Dann steig in das Auto gleich ein. Okay, mach ich gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ich bin übrigens nicht OEC salzig oder so, wenn ich so rede, ja? Das ist einfach nur der Charakter. OOC is all good, man. Dankeschön übrigens für die Gifte-Subs und Re-Subs und alles. Ich lese das nicht vor, wenn ich da drin bin. Tut mir leid, aber ihr wisst, ich bin von Herzen dankbar. Und es gibt auch einen Grund, warum ich da nicht hinfahre. Weil ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Schiss. Und ich will nicht, dass diese Verhandlungen darin scheitern, weil geballert wird. Weil ich möchte dieses EP nicht mehr. Ich habe keinen Bock auf dem Villengelände zu Dings und rumzuballern und so wegen einer Kacknummer. Ist nicht meine EP. Da habe ich keinen Bock drauf. Auch wenn die Kacke auch für EP sorgt, ja, aber wir kriegen das auch besser hin. Ganz einfach. Das habe ich für mich entschieden gerade. Mach das, Chrissy. Ich mach das schon. So, jetzt machen wir uns eine ungesunde Flippe an und chillen. Bis die vom Bottich runterkommt. Ach, Giffy ist immer nur da, alter Bro. Ne, gar nichts, Krampf-EP. Egal, Giffy schafft das schon mit Jazz. Ja, pass auf, der hat das Ding, der hat das Thema verstanden. Okay. Der ist gerade im MD, lässt sich verarzten. Ach, der war dabei? Ja, ja, der war gerade dabei. Ich habe dem oft genug gesagt, ne, wir wollten quatschen, bla bla bla. Hab dem das alles geklärt. Der hat gesagt, ja, tut ihm quasi schon leid, so. Er ist gerade aber noch im MD, lässt sich verarzten. Wenn das Thema durch ist, dann meldet er sich noch bei mir. Hat aber auch gesagt, so, ne, ob wir den Typ jetzt ganze Zeit brauchen, hab ich ihm gesagt. Warte, warte, warte. Warte mal, Mila, ich bin am Telefon, ne? Also, nur mit Bescheid. Ja, was, was, was? Ich mein zu ihm, wenn er mir jetzt sein Wort gibt, dass wir das später regeln und er denkt, auf unsere Forderung eingehen zu können, dann können wir den Fregel von mir aus gehen lassen. Er meldet sich später bei mir und sollte der dann Faxen machen und denken später, da eine falsche Nummer zu schieben, dann wird das jeden Tag so weitergehen. Ja, aber das bringt jetzt eh nichts den Typen. Eigentlich könnte man ihn laufen lassen. Ich sag ja, wir lassen ihn laufen. Ja, ja. Ich hab dem Rat für guten Willen, hab ich ihm gesagt, wir lassen ihn laufen. Weißt du, wir sind sogar solche Ehrenhabubs, wir setzen ihn sogar irgendwo in der Nähe vom Zuhause ab. Ja, sag ich. Damit er nicht laufen muss. Ich sag jetzt Jamar Bescheid, die sollen ihn absetzen. Oh, nicht Jamar, nicht Jamar. Ja, okay. Der steckt ihm eine Dynamitstange in den Arsch. Ja, ja, wo ist der denn? Und auch nicht Max. Ja. Das sind die größten Kinder. Und auch nicht Hells. Und auch Langlamis. Mach du das bitte. Hey. Wo ist der Typ? Weggerannt. Mimmo hat nicht aufgepasst. Ja, der soll zu mir ins Auto, der Typ. Wo ist Jamar? Ich ruf den an. Bis gleich gehört es. Okay. Na, du Hübscher? Milder? Achso, ich dachte... Ja, meinst du, ich sag zum Jack, na, du Hübscher? Guck mal im Rückspiegel. Mein kleiner Bruder steht da. Ach ne, der ist älter als ich, ne? Guck. Weiß nicht. Der steht jetzt da und sagt, höh? Wo kommt das Grube? Der Hund kann ich mir gefangen. Was? Der Hund kann ich mir gefangen. Mann, ich besorg dir den Scheißhund. Kann ich mal. Schätze, deine Bock auf Therapy? Auf. Doch, ich besorg dir einen. Ich hab den so lieb gehabt. Ja, würde ich mal diese Liebe empfangen von dir. Kriegst du ja wohl. Wo kommen die ganzen Leute auf einmal her? Überall. Wir stehen schon die ganze Zeit da. Genau. Ich hab doch gehubt. Ich hab aber nicht gesehen von wo. Das geht. Da bist du. Ben. Immer noch. Ja, immer noch. Aber Jerry hab ich nicht gesehen. Schade. Guffi, was macht er mit deinem Freundin da jetzt? Das ist nicht meine Freundin. Ich muss mal bei Cotys nachfragen, ob der Jerry gesehen hat. Das ist Jamas Freundin. Jamas macht kurz hier mit der. So lang nicht mehr. Warte, ich park kurz. Müll ich noch steigen mal kurz aus? Wir wechseln, du. Habt ihr gehört? Dann haben wir das der PA geklärt. Schön. Das finde ich echt gut. Wir sollen jetzt nicht ankommen. Wir wollen 500 Millionen, Alter. Okay. Ja? Kannst du uns drogen gehen? Was denn für Drogen? Joints? Ich hab damit nichts zu tun. Doch, jetzt hast du damit was zu tun. Ich hab keine Ahnung, wo die das haben. Aber wir haben so viele Kunden, dass wir keine Joints mehr haben. Ich glaub, ich weiß, wo die das haben. Ja, aber ich geh da nicht dran. Ich misch mich da nicht ein. Ich bin doch kein kriminelles Schwein. Ich auch nicht. Nicht? Guck mal, was ich anhab. Doni Versace. Mit Lüffi-Wurst-Emblem. Maschallah. Inchallah. Aber ich muss Gülfimilo und Dressense empfüllen. Alles klar. Wir sind für die Hochzeitplan. Was? Was? Welcher Hochzeitplan? Wir bleiben im Junkie Park, klar. Ja. Bitte, 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 bitte. Machlo. Andere Seite, Jess. Oh, oh. Oh, okay. Ja, okay. Ich glaub, wir können wieder aussteigen. Wieso? Ja, weil die Jungs kommen. Wir bleiben im Junkie Park, aber wenn es das im IP ergibt. Hast du gehört? Was denn? Nö. Kurs von Opa Willi. Ja, kurz zurück. Ach du heilige Scheiße. Wo kommt die denn? Grüße. Ah, ne. Warte. Moin, moin. Aktivisch. Irgendeiner von euch hat bestimmt was zu essen und trinken bei. Hey. Hey, leider nicht. Sorry. Oh, Jamma klingt schon wieder sauer. Ja, alles gut. Es lebt gut. Alles gut. Alles gut. Was ist denn mit dir los? Ach, komm mal. Warte. Jamma. Ja. Ja, ja. Chap und so, die wollen mit den Quatschen. Die sind auf dem Trocknen. Mann, alles muss ich hier klaren. Business. Hast du was zu essen? Ja, klar. Und trinken? Ja. Du weißt aber schon, dass wir den in die Fress haben, ne? Bitte schön. Wir wissen, dass du abhauen wolltest vor den Ruckerl. Wollt ich nicht? Und dass du zwei Motorräder angeditscht hast? Ja, das habe ich auch erzählt. Nein, ich glaube, du musst wild und nackig da hoch. Ich glaube nicht. Weil das habe ich geklärt. Weil das jetzt nämlich mein Bruder ist. Hast du seine Nummer? Ja, klar habe ich seine Nummer. Ruf dir mal an und sag, du wolltest dich nochmal entschuldigen. Bei Motorradclubs ist das so, wenn du die Kutter anpackst oder das Motorrad, bist du eigentlich tot. Ich habe das mit ihm geklärt. Der hat gesagt, das ist gut. Also Johnny, Craig und John sind im Gefängnis, ne? Ja, ja, ja. Bist du bescheid? Also ich habe jetzt, wie gesagt, mit dem Chef gesprochen. Warum sind die im Gefängnis? Kann ich zu Ende reden? Hell, was schreist du mit dem Turke zusammen? Wacke. Ruhe, Ruhe. Dick, erzähl. Mila, wir hatten gerade Schießerei, wir sind deswegen im Gefängnis. Könntest? Ja. Ja. Hast du den Schlüssel für den Drogenlaster? Ich habe gerade mit dem Chef von dem gesprochen. Wie heißt der Drogeln? Ein 360 A. Das hat sich dann hochgeschaukelt, bla bla bla. Wir haben ja die ganze Schlüssel abgegeben, weißt du? Ja. Aber das habt ihr das dem Harry gegeben? Ja, ich glaube schon. Ja, dann müssen, dann müssen die warten. Scheiße, Mann. Oder ich rufe Harry malen, aber ich glaube nicht, dass der unterwegs ist. Oder der ist wieder unten im Poker. Hast du schon? Ja. Haben wir gar nichts mehr? Ich habe, wir haben halt richtig viel, aber alles ist weg und ich habe nichts mehr. Dann ruf du den Teebeutel an und leihe dir kurz was. Sag mal, ich fahre noch kurz mit dem Geil und zur Tierarzt, ne? Ja, fahre mal. Entschuldigung. Dann wird das gleich. Jut, kannst du weiterfahren. Toll, toll. Der Tee-Kessel ist nicht da gewesen. Oder frag Kieselstein, aber ich glaube, die haben nichts, oder? Naja, die kriegen von uns nicht mehr. Dann frag Jardis. Fahr kurz hoch, guck ob er da ist. Ey, der ist auch nicht da. Dann haben die Pech. Alles gut. Pech, Pech, Pech. Toll, das kann ich nicht zuhören. An wie viel hast du da gedacht? Was? An wie viel hast du da gedacht? Das Ding ist, Johnny meinte eigentlich irgendwas von... Eine Million, Alter? Pass auf. Das, was der Elton von den Jardis gesagt hat... Waren 500.000. 500.000. Dann lass uns die Mitte nehmen. Ich will das... Eine Million Dollar, Jungs. Junge. Okay, halbe Million ist gut. Für ne Handynummer. Für ne Handynummer. Für ne Handynummer. Oh. Opelibunker. Oder? Guck mal, wir können auch sagen einfach... Guck mal, aber das Ding ist, die hatten eine Schlüsselerei mit denen. Wir hatten jetzt... Wir hatten viel Hetzerei mit Suchen und weiß nicht mit denen Digga. Wir haben mit denen mehrmals geschossen. Eine Million, Alter. Ja, ich werd die Mitte sagen. Ich werd nicht Millionen sagen. 750. Du kannst ja... Du kannst den ja mal vorschlagen lassen, ne? Ja, und danach kann man sich ja von mir aus bei ner Halten treffen. Ja, genau. Wir machen eh so ein Pablo Escobar-Treffen mit dem. Ja, ja, ja. Und wenn das... Ja, der meinte, der würde sich dann später auch gerne mit mir treffen und so, ne? Ja, dann sag dem doch einfach, der soll sich was überlegen. Ja. Die Journeys, die hier noch heute Mittag standen, ne? Wo sind die hin? Journeys? Die Journeys. Die Journeys. Ja, die waren nicht nur heute Mittag, die waren noch vor 5 Stunden. Ne, vor 4 Stunden waren die noch da. Da war es ständig, ja. Dann könntest du da eben noch ne Knarre rausgegeben. Da war es ständig, bestimmt. Abgeschleppt. Ach so, Ali bestimmt. Ey, ich hab die ja ex... Okay. Jack, wenn der dich anruft, sag einfach, der soll sich was überlegen. Wenn der ankommt mit 100.000, dann sag, ja, okay, wir kommen gleich und dann auf. Du machst das schon. Ja, ja. Ich bin stolz auf euch. Opa, wie die Bonka, hast du die Seite gewechselt? Wie die Seite gewechselt? Ne, das ist mein Kumpel, der Gunter. Hallo Gunter. Hallo, Freunde. Ich hab gesagt, du sollst in deinen schönsten Klamotten hier aufmachen. Ich hab dich doch schon mal zum Stadtpark gefahren mit dem Roller. Ja, stimmt. Ja. Echt? Na klar, ich heiße immer alte Menschen. Mila auch, Mila. Hast du dich ein Mensch genannt? Ja. Ja, aber du bist doch ein Mensch. Gott, Gottes. Mann, ey. Na, Opa will die Bonka. Wir müssen mal gucken. Ich glaub, die Mila braucht nen Hund. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ich hab dir grad gesagt, ich besorgte einen, aber ich weiß noch nicht, wo zu sagen ist. Nee, ich hab dem Vorschlag gemacht, dass sie die Haare jetzt von sich sammeln, auf ne Socke packt, draufhebt, als Handpuppe dann benutzt und vor dem Hund dann so wow, 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 wow macht und dann sollte der Hund eigentlich die Puppe bestringen und dann hat sie ein Baby. Kusch, Anwaltskanzlei, Kusch, wie kann ich ihnen helfen? Ich brauch keine Anwaltskanzlei, ich brauch nen Autofahrer. Wo bist du? Krankenhaus. Ich geh kurz Tyrus abholen. Warum bist du im Krankenhaus? Lange Geschichte. Ja, ich hab Zeit, ich muss jetzt im Krankenhaus fallen. Ja, ich sag dir das, wenn du dann gleich hier bist. Warst du bei der Schießerei dabei? Ja. Wurdest du angeschossen? Ja. Haben die dich nicht festgenommen? Nein. Von wem wolltest du angeschossen? Äh, sag ich dir gleich. Warst du mal gestorben? Ich muss einmal kurz beiseite treten, Moment. Irgend so Fugel mit weißen Haaren, die sind auf dem Megamallparkplatz gefahren. Oder so, das wäre auch ganz gut. Dankeschön. 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 Jawoll. Ich kümmere mich um mein Fußvolk. Warst du bewusstlos? Ja, aber ich wurde repariert. Ja, nein, nein. Aber ich glaube, du wurdest von der Polizei angeschossen, nicht von denen. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wir könnten auch wohl gewesen sein. Wissen Sie Leute, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Jetzt komm ich. Will, du versuchst mal die nappaschen Leder sitzen. Ich wurde grad professionell abgeschossen. Also jetzt medikamente technisch. Ja, ja. Ja. Die haben ja eigentlich dich umgepumpt, oder weißt du das? Weißt du das? Nein, da kam, ist ein weißer Wagen mit vier Leuten, ein blauer Wagen mit vier Leuten, auf einen Megamallparkplatz gefahren. Da hat er gedacht, stehen bleiben oder ich schieß. Und dann hat er mir fünf an den Rücken geschossen. Ein weißer Wagen, ne? Ein blauer Wagen, so ein blauer Sportwagen. Ich glaub, das waren auch so Anzugfretzen oder so. Ja, ist egal, das haben wir geklärt. Hab es auch heute gezählt, ja gut. Ja. Wir haben jetzt mit dem Boss von denen telefoniert und bla bla bla. Hauptsache, die Brünen haben mich nicht mitgenommen. Ja, Quack, June und June sind im Gefängnis. Idioten. Dann müssen die Einobstände einen Schwan spielen, dann geht das schon. Dann rutsch, Maus. Ja. Oh, ich habe abgesperrt, scheiße. Du Käsefuß. Du hast einen Käsefuß. Pass bloß auf. Darf ich auch steigen? Ja. Ja. Ja, ist okay. Sollen. Erstmal einen recht herzlichen Dank dafür, dass sich viele so nach mir erkundigt haben. Ich hab Therese gar nicht auf dem Schirm, Alter. Der ist so selten da wegen Arbeit und so. Ach, ja. Ja, Max, einfach, Max, klar, du kannst dich bewerben und sagen, dass du ein Tier spielen möchtest. Man sollte sich aber, wenn man THP macht, schon Mühe geben und vorher ein Soundboard fertig machen. Mit guten Sounds von Hundegebell und whatever. Warum hauen die jetzt schon wieder alle ab? Ja. Hier kommen Rocker gerade ganz viele. Der ist so schlimm. Okay, ich wollte nur sagen. Das sind die Rocker, mit denen wir vorhin... Pack die Knarre weg. Pack die Knarre weg. Ja. Chill doch mal. Mein Gott. So, wo wir mich stehen geblieben? Äh, du siehst ja richtig Businessman aus. Ich wollte dich halt nur mal wiedersehen können. Ich hab dich richtig vermisst und die Mila. Ja, du siehst doch, was der abgeht, ne? Ja, ich wollte ganz ehrlich schon die Knarre ziehen, aber... Aber die scheinen in Ordnung zu sein. Ist das Lost? Die sind von oben. Ja, die kenne ich doch. Die Klala, glaub ich. Nein, nicht die Klala. Das andere. Ähm, Yellow Jack oder so. Yellow Jack in. Ja, dann ist das Lost Nord. Kennst du die? Ja. Also, ich kenn da... Also, bist du befreundet? Äh, ja, weiß ich nicht. Ich bin mit dem Ehrenmitglied befreundet. Ja, ich muss doch kurz zählen. Ja, geh da mal hin. Wir sind nicht cool, wir sind doch Panos. Alles gut. Wir wollen nur mal wissen. Ich hab grad gewusst. Guten Abend. Guten Abend. Anwaltskanzlei Kusch, wie kann ich Ihnen helfen? Bist du deren Anwalt, ja? So, quasi Pi mal Daumen. Wir gehen immer in den Knast. Ich hoffe, ihr habt keine Motorräder hier, damit es euch keine Missverständnisse gibt. Ne, ne, wir sind schon mit Autos hier extra. Ich fahr kein Auto mehr. Wie sieht das aus? War der das da eben? Bei der Grove? Ne. Was wollt ihr denn da? Schießereien? Sopranus. Wer? Sopranus, ihr habt uns noch extra gewarnt vor den Cops. Was da los war, wollt wir wissen. Was das cool ist bei euch. Und das eigentlich generell, wollt wir uns mal vorstellen. Wissen, wer ihr seid. Wissen, wer wir sind. Verstehst du? Ich weiß, wer ihr seid. Opa Wilde Bunker hat mir schon gesagt. Völligerweise nicht. Warte. Der Ding jetzt hier ist Junkie Park. Junkie Park. Junkie Park. Seid Junkies. Kriegt ihr auch irgendwas? Alles. Ihr bekommt alles, was ihr wollt. Außer ihr seid Cops. Da kriegen wir auch alles, aber zu doppeltem Preis. Ja. Och. Und ihr seid die Lust im Ziel Nord. Richtig, genau. Vom... Yellow Jack M. Das hat Opa Wilde Bunker gerade gesagt. Opa Wilde Bunker? Ja, da hinten. Der Opa. Der ist mit dem Ehrenmitglied von euch gut befreundet, meinte grad. Ach, Lili. Warte, welcher von den beiden? Weiß nicht. Und? Wie, weiß nicht. Was denn? Ach so. Der mit den langen Haaren. Der mit der roten Tasche. Der mit dem Poco Gila. Genau. Der Ludenjub. Der mit der Flasche Ramsdorfer Költschen hat. Der mit der Flasche Ramsdorfer Költschen hat. Das ist schon klar. Das ist der Kumpel von Tommy. Ja, das ist der alte Sack. Nee. 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 gar nix da hatten wir mal was mit okay ich hoffe ich hab's verhütet also das kein gebild oder so weil man hat uns ja gewarnt deswegen war mir da ein bisschen vorsichtig oder abgedüst wer hat euch gewarnt ja eure jungs da die vom junkiepark ja die da rum geballert hatten da bei der graf wer hat denn von euch umgeballert keine ahnung seid ihr sicher dass wir das waren mit so einem blau orangenen t-shirt blaues t-shirt orange flecken ja aber das sind nicht wir wir haben kein wir tranken flecks weiß ich dass ich eine flecke oder nicht also wir standen bei kohlen ecke bei dem bürgerland aber kann ja sein dass jemand durchgewarnt hat der jetzt nicht mehr hier ist und die sopranos wohl haben da rumgeballert gegen anscheinend gegen euch deswegen stehen wir uns vor bedanken dafür dass es gewarnt hat von den cops wenn wir das wollen dann immer dann sollen ja dann keine unschuldigen verletzt werden weil in der bretter verteilt werden wollte und irgendwas vorbeibringen wollte immer her da bin ich gerne magst du ein cookie also von dem würde ich kein cookie nehmen weil du klingst wie der cookie monster komm ich gib dir ein cookie wisst ihr was ihr mit dem machen könnt was denn büchse ja wie heißt der warte mal wie heißt der büchse und der triggerwort nein 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 bestimmt wird namen oder so ihr könnt doch ruhig mal durch motorräder herkommen ich finde sowas immer cool ja so wenn ihr so ich kenne das dokumentation wenn die alle so fahren und der der links fährt ganz vorne und so das schon beeindruckend der präsident so heißt das gar nicht wer fährt von präsidenten und kippen oder ja richtig und dann gibt es prospect dann gibt es den schatzmeister in sargent abends richtig dann gibt es nur verschiedene patches richtig wenn ihr zum beispiel wohnung ich bin so schlau ne warst du mal rocker nur ich gucke gerne fernsehen und so ich hab sonst auf anarki geguckt hast du geguckt jack tenner die geile sau mit den langen haaren hast du dir deswegen die haare blond gemacht genau memo fällt auch motorrad aber sein soll keiner abkaufen weil auf der nummer steht memo abi hast du schon verkauft ja aber hier hängen quasi alle ab aus allen gebiet also ihr seid nicht irgendwie so eine feste gruppe oder so ja hier sind manchmal 56 die sind manchmal ja die sind alle alle kommen hier wenn die langweil haben um drohen zu nehmen und operativonka da hinten solche leute kommen auch hier und drohen junkies die polizei 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 ja manchmal ja manchmal ne nicht der alte wixer ist okay ne gut jungs wir wollten uns mal vorstellen wenn ihr mal kommen wollt oben yellow jacket ne würde mal ein bisschen was trinken kommen Aber wir sind nicht passend angezogen, ne? Können auch nackt kommen, ist mir egal. Oh, geil. Nein. Nein. Okay, danke schön für die Einladung. Bitte, bitte. Wenn, ne, Doktor, Anwalt von uns zu, wie war dein Name? Kanzlei Kusch. Kanzlei Kusch. Weihnachtsmane und Coca-Gay. Kusch, wir uns jetzt weg. Bis dann. Tschüss, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Bäh. Ich mag die Ruka. Ich bin mal ganz kurz afgapemis. Entschuldige, Schäd. Meine große Schwester hat gesagt, ich soll netter zu euch sein. Weil ich euch immer anmeckere. Tut mir leid. Guckt nie wieder vor. Rikki, der Waffelmeister. Ach, war das der Rikki? Immer nur Probleme, Opa, will die Wunkel. Nur Probleme. Ja. Hallo, Köln. Dann frag mal deine Freundin. Vielleicht hat sie auch dir was zu beisteln. Was hast du gemacht? Ich hab mich versprochen. Also nur so eine theoretische Frage. Ich hab mich versprochen. Hast du mal in ihrer Hose schon mal nachgeschweigt? Ich hab mich versprochen. Warum, was hast du? Also, zur Erklärung. Sie hat gesagt, dass in ihrer Gegenwart manchmal bei Männern Nasengluten erzeugt werden kann. Daraufhin hab ich Willi gefragt, ob es bei mir soweit ist. Und dann hab ich mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei mir das Blut woanders hingeschossen ist. Und daraufhin hat deine Freundin gesagt, das passiert bei mir manchmal auch. Ja, aber ich mein bei anderen. Bei anderen. Also, ich würd an deiner Stelle mal nachgucken, was ich da in der Hose bin. Nein, nicht so. Oh, Memo, hab ihn. Ich neude. Wo sind die anderen jetzt? Oh, warte mal, Telefon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, Jutta. Ne, das ist nicht der Vietnam-Oper. Nyako. Ja. Wo sollen die anderen hin? Ich hab grad einen mit dem Juggler rumgefahren. Die anderen, keine Ahnung. Jetzt haben wir gar nicht nach Nummer gepackt, ne? Ne. Bist du angepisst? Was? Nein. Was denkst du? Keine Ahnung. Alles cool. Äh, Dings, wir wissen ja, wo die wohnen. Oder, ne? Wir können ja so zur Not hinfahren. Ja, das klingt nach ner fetten Party. Ich glaub, wir müssen die mal aufmischen. Was ist denn, Milda? Ähm, irgendwas geht, sorry. Wurten schon beim Rentnerverein stehen. Boah, was für'n Tag schon, Alter. Kommt der noch raus oder so? Der hat gesagt, die klären das. Ich ruf den gleich nur mal. Ansonsten krieg ich den Anwalt. Da zieh ich mich doch kurz rum. Grüße. Grüß dich bald, Meister. Wo seid ihr denn hingefallen? Äh, wir sind jetzt gerade am... Die haben Craig und John abgeholt. Ich wollte jetzt aber nochmal kurz unten den Ockel besuchen. Ach, ihr holt Craig und John ab? Ja, ja, aber der Ockel muss noch sitzen anscheinend. Der Ockel muss nur sitzen? Ja, ja. Ich versuch da jetzt runterzukommen und den kurz zu besuchen. Okay. Jut, bis gleich, ne? Tschüss. Quack und John sind frei, aber Drew und die müssen nur sitzen. Da ist ja doch kein Handy, ne? Hm. Vorhin hat er ja noch Handy. Vielleicht haben die das nicht abgenommen. Ich ruf mal. Blüht. Na gut. Ja, mal gucken, wann der Endsch... Und der Typ wollte sich heute noch melden. Ja, ja, der meint, der ist halt im MD, muss letztlich da verraten, so, und dann meldet er sich. Und der soll sich direkt den Kopf darüber machen. Aber... Wer hat die denn aufgespürt? Aber wir wussten mit, was die unterwegs sind, ne? Ja, ja. Aber, keine Ahnung, 500.000 sind halt arsch viel, ne? Und die Groove-Dinger waren jetzt da, weil jemand Fax gemacht hat. Ja, anscheinend. Weil die irgendwer Lutscher genannt hat. Hm. Weil mich jemand nutzt, dann fahre ich auch mit fünf Autos zu jemandem, wo die... Ja, du kennst es auch gegen die Gegend. Da ist kein Nix mehr drin, ne? Wie? Ja, wir haben den letztens leer gemacht. Echt? Den im Ecke, ne? Das ist in einem... Ich hab die Joints und das Koks hab ich in einen Journey gepackt. Ich hab noch Koks. Ja, ich hatte auch Koks. Ich hab noch elf Gramm Koks. Die wollten aber Joints. Ja. Es kommt zehn Joints waren dann nur noch drin. Ja, dann passt's. Und für Ben brauchen wir morgen 120 Joints und 20 Koks. Ja. Dann versuch ich den Harry zu reichen, ne? Ja, das müssen wir morgen... Und lass mir den Schlüssel geben. Ja, ja, genau. Und wenn... Falls man irgendwo auftaucht, schmeiß den Schlüssel einfach weg. Ja. Ja, ja, genau. Okay. Frank hat nämlich angerufen gerade. Ja, die kommen mit 200 Joints. Jack, haben wir einen Revolter verloren? Wo ist die Schöne mit dem E-Lein? Ja, Schöne schon. Cheese von Willy Wonka. Opa, was war ab? Ja, ich hab mal ab, ne? Flinke Schuhe. Ja, tut mir leid, wir haben viel zu tun gemacht. Ja, aber das eine... Komm her, du alte Wichser. Was? Ich wollte gerade sagen, das muss aber noch sein, hier einmal kocht. Ja. Ah. Im nächsten Mal bring uns eine Kiste Ramst auf Goldschmeld. Ja, bring ich mit. Ich trinke zwar kein Bier, aber... Aber abgezählt, 20 Flaschen, ne? Und nur eins zu wenig kriegst du Eastside-Verbohlt und Westside. Aber wir sind ja in der Southside. Ja, und Southside auch. Okay. Kriegst du Losandos-Verbohlt. Weißt du, was ich hier dann noch mitbringe? Was ist denn? Eine schön leckere Blutwurst. Nein, sowas erst mir nicht. Echt nicht? Und was ist mit... Ich bin im Weggebirge umgestiegen. Und was ist mit einer Plüschbrummen, eine leckere? Was? Eine Plüschbrummen. Was ist das? Börsig. Bäh. Auch nicht. Bäh. Was machen die denn? Naja. Du hörst es... Dann bespielte mal. War mir eine Ehre. Ich hab dich lieb, das weiß ich. Ich dich auch, Willi-Bunker. Jetzt mit dem Gunther ein paar Weiber klar machen. Mach das. Okay. Lass die Maltbonbonne schwingen. Was kommen die denn da angelaufen? Lass die Schuhschnik gewöhnen. Ey, Steffi. Ich wollte mich noch entschuldigen. Der Jeff ist kurz weg. Habe ich ein? Ja. Geht's dir gut, knicklicht Auge? Ja, ja. Memo hat keine Frau und kein Kind. Könnte nicht besser sein. Was ist denn bei dir passiert? Warst du bei Juni im Auto? Wie? Nee, Memo ist Single. Ihr alle drei? Ja, wir alle drei. Also ich, John und Johnny. Aber Johnny haben die aus irgendeinem Grund nicht rausgelassen. Hm. Vielleicht wollen die den auseinandernehmen. Weißt du nicht, die haben uns auch nichts vorgeworfen, ne? Die haben mir nur 3.000 Dollar abgezogen, weil ich mich polizeilichen Maßnahmen entzogen habe und Sachbeschädigung begangen habe. So, das musste ich bezahlen, konnte ich gehen. Jupp, nice. Freelt trotzdem eine Revolte, aber wir gucken mal, wo der ist. Und Jamal, ist deine Wut befriedigt? Hey, gehörtest du, hast auch gesagt, dass die mit unserem Auto abgehauen sind oder nicht? Wer ist mit unserem Auto abgehauen? Ja, die an der Tankstelle, hast du heute nicht gesagt. Hm, hm. Ich weiß nur, dass Crack auf mich geschossen hat und ganz angst, viele andere auf mein Auto. Irgendeiner hat da in eurem Auto in die Richtung gefahren. Also irgendeiner hat da rumgeschrien und hat gesagt, die sind mit unserem Auto weggefahren. Ich dachte, das wärst du gewesen. Hm, hm. Da können sogar keine mehr fahren. Ja, doch, zwei Autos sind weggefahren von denen. Ah, okay. Die haben sich gerettet. Die Zahlen, okay, ne? Tyrese wurde von jemandem angeschossen aus einem weißen Auto. Aus einem weißen Auto? Ja, pass auf. Am Parkplatz. Drei weiße Autos bei sich, um Revolter zu stehen. Auf einem Parkplatz wurde er angeschossen. Ja, ja. Ja, kann sein, ob der weiße Jugeller war. Der weiß jemand, der den anderen Revolter gefahren ist? Ich hab einen gefahren, den hab ich geparkt, wieder ohne Nummernschild. Ja, genau, ne, und der andere? Der andere, den hat Jack geparkt, sagt der. Ne, Jack war bei uns mit dem Auto. Okay. Ich hörte es mir. Weil ich, wo ich, also, wo wir im Parkhaus waren, bin ich ja mit dem Chef zu losgefahren, ne? Ja. Und dann bin ich jetzt zur Grove Tankstelle gefahren und hab dann da getankt. Und mir was zu essen gekauft und so, und da stand ein Revolter ohne Kennzeichen. Genau neben mir. Und jemand lag auf dem Boden mit Affenmaske. Ich weiß aber nicht, wer da auf dem Boden lag. Achso, da lag einer vor dem Boden. Vielleicht Tyrese. Ja. Tyrese, das könnte gewesen sein, wenn der da ist. Ist der den Wald angefahren? Ich weiß dann nicht. Scheiße, naja, dann ist der weg. Wir haben nur gespottet, ich weiß nicht, wie ihr da angefahren seid. Alle sind... Geht noch nicht mal dran. Der ist pennen gegangen. Weißt du, mal wo Mila hin ist? Weiß ich nicht. Da ist sie bei Johnny im Auto, dann sitzt sie wahrscheinlich vielleicht auch noch im Pass. Ne, Ne, Mila war hier. Mila war gerade hier. Ah, okay. Ja, der Onkel, der muss jetzt anscheinend noch sitzen und man darf nicht besuchen gehen. Okay. Wieso, weshalb, warum weiß ich auch nicht. Das durften die mir nicht sagen. Ja, aber jetzt viele sind ein bisschen schlafen und so, ne? Kann sein, ja. Ja. Ja, ich glaube, dann drehe ich noch mal eine Runde, wenn uns jetzt ein Auto fehlt. Vielleicht steht er da noch irgendwo rum. Ich glaube nicht. Ich komme es. So, warte mal, warte mal, voll Geld. Wer hat denn die Wurfe noch beleidigt? Mit Lucha? Oh, Mann. Niemand hat die beleidigt. Also, da kannst du mir sagen, was du willst, dann haben die mich entweder falsch verstanden oder irgendwas anderes oder die haben sich einfach zusammengereimt. Der Johnny hatte mich die ganze Zeit am Telefon, als ich mit denen geredet habe. Und der hat auch gehört, dass ich dann nichts zu denen gesagt habe. Und ich war der Einzige, der mit denen gesprochen hat. Komisch. Am Ende habe ich zu denen gesagt, gut, Schuss, weil die die 5,6er gesucht haben. Wahrscheinlich, weil die die rettern wollten. Weil die mit Flex und so alle schon im Auto saßen. Ja, siehst du, da machen sie wieder Welle, wo kein Wasser ist. Die sind hier durch den Park gefahren, da sind wir hinterher gefahren und wir haben gefragt, was die gesucht haben. Und dann meinten die halt die 5,6er. Ich sagst, wir haben im Park, waren die gerade nicht. Was sucht ihr, ihr Lucha? Ne, ne, so habe ich nicht gefragt. Ich habe das ganz normal gefangen. Der hatte wirklich nicht. Das habe ich gehört. Ich habe ganz normal mit denen gesprochen. Ja, ja, ja. Oh, Junge, wann meldet sich der Typ endlich? Der kann doch nicht... Ist der tot oder was? Wer den du rausgelassen hast? Nein, der Chef von denen. Der Chef von denen. Der wurde sich ja melden wegen der Entschädigung. Soll ich nochmal anrufen und nachfragen, ob die jetzt die Kunden-Service anhanden? Nein, du rufst gar nicht an. Vielleicht solltest du mal nachfragen, was die mit unserer Karre gemacht haben. Habst du die Nummer von dem Chef oder was? Ich weiß nicht, warte, ist das die... Eine Nummer, den habe ich unter Sopranos eingespeichert, als der, der mich angerufen hatte. Endet mit 178. Ja, ja. Ah, Herr Jutz. Warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Stopp, stopp, dann ist das der Typ, der übrigens die Welle gemacht hat im Park, ne? Ja, 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 das ist der, der in seinem Olle um die es geht. Der hat mich angerufen, nachdem ich die Olle angerufen habe, da hat der mich angerufen und hat gesagt, der ist der Immobilienmarkt. Der Güte lässt, kommt vorbei. Riki, danke schön für den Haus mit den 140 Euro Kass. Chat, pack die Dupluss aus. Lassen wir uns hier nicht gefallen. Aber ich habe dem auch ganz klar gemacht, dass das mit der alten komplett lächerlich ist. Oh, ne, ich habe auch zusammengerufen. Oh. Mein Gott, du bist so ein Frege, ne? Ich habe direkt wieder aufgelegt, das war nicht so ein Scheiß. Dann steht da jetzt ein unbeantworteter Anruf von vom Eisdealer. Dankeschön, Riki. Ja. Und guten Abend. Ja. Wenn der anruft und fragt, dann sage ich, wir haben einfach nur Neues auf. Jetzt schiebt der bestimmt wieder Paranoia oder so. Ja, soll ich jetzt da vorbeifahren und denen sagen, oder? Wo? Ja, bei der Gruff. Hey, das war doch geklärt, hat doch einer gesagt. Der Onkel meinte, dass es geklärt hat. Ja, wir haben gequatscht, aber dann mussten wir weg, ne? Ja, aber dann waren die doch nochmal an der Gruff und dann meinte er, ist nochmal geklärt. Das ist Gruff Territory. Oder hast du das gesagt? Ich habe das gesagt. Ich habe mich sogar bei denen entschuldigt, dafür dafür so viel Schmutzweilen in die Straße. Ja, ich habe auch mit denen geredet, die haben sich totgelacht. Die haben gesagt, solange die Tankstelle halten bleibt, ist alles in Ordnung. Die sind ja auch über die Verletzte gefahren und so. Ja, stimmt, dass da nichts in die Luft geflogen ist bei den ganzen Trümmeln, die wir auf die geschossen haben. Die haben sich totgelacht, Alter. Auch als ihr da von dem Tunnel aus langgerannt seid gegenüber zu dem Projektmappe. Ja. Ja, das sah aus, als wäre der Ü25. So. Aber in einem Mob sollt ihr... Ja, weißt du, ihr seid zusammen gelaufen. Wir wollten eine Raveparty starten. Die haben sich totgelacht. Wir wollten eine Raveparty starten und der DJ ist abgehauen mit den Boxen. Gut, du wartest auf den anderen von Jonas in dem Knast. Wo ist ein Hase? Wo sind die alle? Wo ist der Hase? Ich glaube, der Hase ist bestimmt... Ah, der Hase musste pennen. Lüge nicht, der geht noch ran. Wo ist der Mo? Echt? Wo sind sie? Ich glaube, die sind weggefahren noch. Ah, gut, ist der Mo auch bei dir. Ja? Wo seid ihr? Wir kommen zum Jungle Park jetzt. Wir sind da jetzt, bis gleich. Da sind es Mo, Wells und Hase. Ja, dann sind alle... Muss Mela? Mela ist wahrscheinlich Pipi machen. Noch mal. Mädchenblase. Zolti, Spam? Zolti und Jeff Kerbich nach Hause gebracht, die sind schlafen. Grüße. Grüße. Weißt du, jemand zufällig, wenn man einen Hund kaufen kann? Habe ich um Hals. Du hast einen Hund um Hals? Ich habe vorhin zwei in der 49ers Hut gesehen. Wollen wir einen abkaufen? Ja, aber wir klauen den einfach. Der hat uns so angebellt. Wir rufen die Käse Scheinhund und sagen, wir entführen jetzt einen Hund. Und dann nächster Krieg wegen dem Hund. Wie nennen wir den, Badermeister? Wir nennen den... Aus... Komm her! Komm her! Komm bei mir! Aus... Aus... Ja, ich bin gespannt, wann der anruft. Und die Rocker haben wir auch nicht nach der Nummer gefragt, ne? Die Rocker? Aber die haben uns eingeladen, um Party zu machen. Wir können nur nackt kommen. Die Rocker waren richtig komisch, ne? Also die Rocker waren richtig komisch. Die sagen zu uns, die haben selber Stress mit den Sopranos. Der Typ von Sopranos hat mir auch selber gesagt, dass er die Rocker hasst. Aber dann heißt es auf einmal, dass die Rocker die Autos von den Sopranos da weggefahren haben. Von der Teilstelle. Ja, ich war bei der Tanker in der Grove. Auf einmal kam ein Rocker mir entgegen. Ich habe gerade die Autos überprüfen, ob die auch sind. Und meine, die gehören ja aus dir. Ne, sag ich. Ja, dann hau ab. Dann steigen die ein und fahren damit weg. Waren das die? Warte mal, uns fehlt ein Auto, ne? Ja, der Revolter. Neon, oder ist der wieder da? Ne, der Neon da mit meinem Onkel unterwegs. Ja, der Neon, also. Okay, und mein Revolter habe ich geparkt. Und der andere Revolter fehlt. Wer hat den gefahren? Weiß ich nicht. Ja, er kann ja immer der Penn gegangen sein. Welcher Lust hier, ey. Oh, Apatavangen. Ich habe den bei dem ersten Mal gefahren und dann musste ich pissen, dann seid ihr weggefahren. Und ja, keine Ahnung, wer damit gefahren ist. Soll ich den Typ jetzt nochmal anrufen? Ja, ruf an. Nein, ruf den noch nicht hinterher. Wie? Ja. Hä? Wahrscheinlich ist der gerade mit seinen Leuten am klären, was abgelt und so. Da gibt es nichts zu klären. Macht das Konto leer und ab dafür. Richtig. Richtig. Das, was Phil sagt. Ja, ihr könnt aber auch nicht komplett übertreiben, ne? Wie? Eine Million ist doch nicht übertreiben. Eine Million ist doch okay. Ja, wenn das der mit in die Hose geht und der sagt, verpiss dich, dann seid ihr da schuld. Hey, hast du mal gesehen, in was für einer Villa die leben und was für Autos die da stehen haben? Hast du schon die Info bekommen, dass die ausgezogen sind aus der Villa? Das habe ich gesagt, übrigens. Sind da nicht ausgezogen, safe nicht. Fennst ihr auch nicht. Da habe ich nur so gesagt, Mann. Aber wo ist der? Ihr Arschloch. Ja, viel Spaß, den Revolter zu finden. Ja. Oh, Nummernschild. Du kannst singen, dann gibst du einfach einen Schlüssel. Kein Nummernschild. Gibst du den Schlüssel an die Cops. Lass das Jazz klären. Die sagt doch, die hat Connection. Aber welcher von dem einen Schlüssel ist das? Dann nicht den, den ich habe. Ach, ja. Das kannst du aber rausfinden. Checkst einen Schlüssel ins Schloss. Passt nicht, dann checkst du auch einen Schlüssel ins Schloss. Ich komme nicht weiter. Mach doch mal kurz. Plan da. Ruhe. Also sind wir. Ja. Auf Wiederkehren. Aus. Du kannst du auch gleichzeitig concentrated. 15. Biste. Wir machen mit einem Schlüssel. Du kannst du dich. Ich kann dich. assumptions bist du bist, Du kannst du dich. Du kannst du dich. Das war's für heute. Ja? Jammer, ansonsten zur Polizei gehen, ne? Ja. Und sagen, man hat den Wagen grad gekauft und das den niemand geklaut hat. Okay. Weil da halt kein Nummernschild dran ist. Man hat den gekauft und ist kurz... Wir gucken mal, wo der Wagen abliegen ist. Weil ich hab was aus... Also ich war mir sicher, dass... Egal. Also ich denke immer einer von unseren Jungs hat den einfach stehen lassen. Und dann... Okay. Gucken wir mal. Okay. Okay. What? Tschubi-dubi-du-wap-bong. Ich heiße Angela. Hallo. Hallo. Halt ihr müde? Ich seh mal... Ich seh mal einen Kollegen von mir mit den Guardians oder so. Hey Curtis. Hm? Seine Familie will hier einreiten. Hä? Seine Familie. Hä? Keine Ahnung. Die Treffi war grad mit irgendeinem Typen unterwegs und er meinte, es wollen noch zwei Gruppierungen hier einreiten heute oder so. Einmal diese komische 49ers, die Roten aus der East-Zeit, um zu sagen, dass die 9 hier nicht so auf dicke Welle machen sollen. Und irgendwelche... Was war die andere? Folders. 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 Das ist diese Weinmacht hier oben, die kein Wein haben. Ja, ich... Ich ruf mal Curtis an. Also der hat nur gesagt, dass die Rote, ne? Also nicht von wegen... Was? Die A machen nix. Die Strahlen sich hochfahren? Nein. Doch. Hä? Was? Wir haben noch nie was mit dem zu tun gehabt. Außer die Sache mit dem Wels. Aber ist das nicht das, was T-Leadens erzählt hat? Ja. Soviel dazu. Soviel dazu. Soviel dazu. Soviel dazu. Wieder da, ne? Echt. Einmal die Waffe raus, bitte. Zack. Ja. Da ist die Waffen drin. Nein, die stehen da nur drüben. Drei Autos. Achso. Wir haben doch gar nix mit denen zu tun. Wir haben auch nix mit der Koksrote, wo die unterwegs sind zu tun. Gar nix. Ey, die sind doch im Erdbeerfeld doch nicht. Soweit ich weiß, Leute, die sind ja auch bei der Koksrote. Die haben Verbot bekommen. Erdbeerfeldverbot? Weil die sich immer lächerlich gemacht haben, ja. Warte, die haben von ihrem Ogi oder was? Ja. Der wollte das nicht mehr. Jungs, geht endlich kriminell arbeiten. Unser Ruf geht sonst ins Eimer, nit meiner. Das. Hä? Hallo? 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 Was ist mit dir? Ey, gar nichts. Was hast du gemacht? Ich hab... Ich hab... Was geht dich das an? Jetzt raff dich mal, Kollege. Raff du dich mal, Kollege. Raff du dich mal, Kollege. Spinnst du! Spinnst du! Spinnst du! Spinnst du! Spinnst du! Komm! habe ich verschluckt dann brauchst du bloß mal anrufen hast du in den bolter gefallen ja nein 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 als du verhaftet wurde es stammte aber noch ein revolter ne von uns meiner tanke ich wurde verhaftet wer ist denn der der verhaftet wurde mit der affenmaske ich habe ein paar schuhe für dich ich stand an der wand ich habe schuhe aber ohne maske ne schwarze klamotten waren da ja das war ich warte mal woher kam jetzt die impfummel den roten und so wie heißt er zu dem was gesagt hat steffi wie das gesagt wird ja ja mit jeff ja ich muss leitungen frei halten wenn der freige mich mal anrufen sollte aber er hat auch nur von seinen freunden er wollte mir das nur weiterleiten weil er angst um mich hatte ich schwöre bei gott ich fick alle was gehen die mir alle an so sack vor allem was machen die neuen so fax und was machen wir denn wenn wir so die neuen sind wir mischen uns nicht auf der koksrote ein wir machen gehen nix dass wir eine große fresse am junkie pack haben ja alter wir wohnen hier wie können die morgens aufstehen mit zwei füßen ja warum ziehst du so ein gesicht ja ich zieh gar kein gesicht ja ich zieh gar kein gesicht was ziehst du für ein gesicht du ähm ich bin ein pferd blöde blöde der Typ hat auch die Ruhe weg Hier ist echt was los Und ihr seid müde Mein Kopf brummt des Todes, Alter Aber ich will das Gespräch mit ihr erleben Ich will unbedingt nur wissen, was da abgeht Zwei Stunden ist wach Wenn ein Wickel stimmen sollte mit Fortnite Und so ist das alles ganz schwierig Weil die 56 unter T-Bone haben gerade eine RP, was die überhaupt gar nicht fühlen Und verlieren sehr krass die Motivation Da ist irgendwas mit der Growth Da war ich heute Mittag auch auf dem Teamspeak und hab ein bisschen so geguckt, was da los ist Und dann kam auch einer von der Growth und die haben sich OEC angezickt Und der eine hat die ganze Zeit Welle gemacht da von der Growth Momentan ist es schlimm irgendwie Da ist auch noch mehr im Busch, klar Aber wenn sich das RP halt zuspitzt und bla 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 Und aber eine gewisse Partei oder viele Parteien einfach keine Lust haben auf das RP Dann wird dann noch heftigerer Clusterfuck raus als sowieso schon ist Dann die Sache mit Yadis und Logan seiner Truppe Und Yadis sind wieder gebannt für 10 Tage oder irgendwie sowas Das ist halt schwierig, wenn du so viele Konflikte auf dem Server hast Und eine Partei immer wieder rausgenommen wird wegen Support-Krieg Mal dahingestellt, ob das jetzt berechtigt ist oder unberechtigt ist Sodass man nicht vernünftig seinen Krieg aus RP'n kann Autos ohne Nummer chill, deine Verwahrstelle kriegst du nie wieder raus Du kannst ja nicht beweisen, dein Auto ist irgendwie so, ist doch die Regel Und nicht die Regel, sondern irgendwie so, wie ich das gehandhabt von den Cops Die Growth, ja, das ist auch so ein schwieriges Thema Was ich so auf dem Server gerade mitbekommen habe Im Team-Speak, wenn man da mal so ein bisschen zuhört Die Growth ist tot gewesen Die waren laut eigenen Aussagen von einem Typen Die waren halt so undercover-mäßig unterwegs Und auf einmal sind so viele Leute oft morgen wieder da Keine Ahnung, was das mit den Farben Ja, die sind auf jeden Fall ein gelbes Bandana Das wird schwierig, aber egal, wir lassen uns dafür nicht runterziehen Ich kenne die Umstände nicht, aber wenn alle mal ein bisschen mehr Spaß an der Sache haben Anstatt alles zu ernst zu nehmen, würde es solche Probleme nicht geben Das stimmt, da hast du recht Aber das können viele nicht Und das habe ich ja letztes Mal gesagt, mir fiel das damals auch immer schwer Weil ich immer dachte, ich bin immer recht und bla 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 Und dann siehst du die Sache immer aus Distanz und dann merkst du das Dass du bei einigen Sachen nicht recht hattest Und lieber auf das RP eingegangen wärst, weil das mir viel mehr Spaß gemacht hat Dieses Miteinander Anstatt immer versuchen, der Sieger darin zu sein So koexistieren halt Aber es gibt so viele Menschen oder so viele Spieler, die gründen eine Gang oder die haben eine Gang Und die wollen halt unbedingt an der Nahrungskette ganz oben stehen So die absolute Macht haben und bla 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 Was bist du so allein? Ich habe ein bisschen Kopfweh, das ist so stressig heute Könnte es Hm? Ich habe gerade mit dem Typen telefoniert Was sagt der? Der ist gerade aus der OP raus Deswegen konnte er schon noch keinen Kopf machen, weil er in der OP war Wir haben das auf dem Morgen vertagt Wir haben gesagt, ne? Der hält seine Füße still bis morgen Wir hatten Füße still bis morgen Äh, die haben die Revolta gefunden Wo war der? Ich weiß nicht, der kommt gerade zurück Na gut Ich habe, ne? Wir halten auf jeden Fall die Füße still bis morgen Haben uns gegenseitig das Wort gegeben Ich habe dem auch gesagt Wenn das mir morgen dann nicht gefallen sollte Und der dann denkt, wieder auf große Welle zu machen Dann geht das jeden Tag so weiter Da hat die im Schmutz liegen Ja, mal gucken, ne? Ja, aber ich denke mal, das kriegt man ja geklärt Ja, aber mit der Forderung Eine Million Dollar, Mann Ja, ich Das, Mann, eine Million Dollar Wir haben zwar so schicke Villa so, ne? Aber Weiß ich nicht Eine Million brauche ich nicht Mal gucken Wir kriegen da schon was geregelt Du machst das schon Ja, ja, ja Du Diplom-Ingenieur So, dann hol ich mich jetzt hin Gute Nacht Bachelor of Gang Gang Bin müde, Mäler Ist stressig gewesen heute Okay, schlafen dann Und dann ziegst du noch rum Zick gar nicht rum Wo zieg ich rum? Doch, du verstehst immer alles falsch Äh, wo verstehe ich was falsch? Gerade als du zu Jack gekommen bist und mir Und ich habe irgendwas gesagt und du Äh, was Ich habe gar nichts gesagt Hast du Wohl Und dann warst du Wenn man blickst weg Du denkst auch, du bist bei Armin, ne? Gar nicht, wahr? Ich kann auch arbeiten gehen Ich wollte heute arbeiten gehen Was willst du arbeiten? Bei der Tankstelle Wir haben einen Job Aber wir wollten nicht mehr arbeiten da Wollten wir nicht? Oder? Ich weiß nicht Davon weiß ich nicht Ich weiß auch nicht mehr Weißt du, wenn du Gedanken für dich behältst Dann kann ich nicht dahinter stehen Ich habe das gesagt Jetzt stell mich nicht so dahin Weil du willst nur wilde Drama machen Na klar Du willst wieder, dass ich dich nachher am Arsch hoch riefe Und dich küsse und sag Ich habe Hunger Was? Naja, ich kenne dich Was will ich? Nix Mein Schuh ist ab Mein noch, kannst du direkt mitzummen Ich bin jetzt eine große Nummer Ja Na, gehst du wieder knutschen, John? Ich bin jetzt eigentlich schlafen Achso Dann gute Nacht Ja, gute Nacht Ja, tschüss Soll ich dir den neuesten Gossip erzählen? Na raus Ja Crack und Jess Sind ganz oft zusammen Crack und Jess Ganz oft alleine auch Soll ich dir mal den neuen Gossip erzählen? Ja Du bekommst ja gar nichts mehr, du Backfisch Weil die manchmal Lädenhops nehmen Jess Ist mit Jammer Nein, nein Du Crack und Jess Crack und Jess Vielleicht ist das doch so ein Dreiergespann Einer Bug, einer Heck Oh mein Gott, jetzt muss ich ja die Bilder von gestern nehmen Telefon, Juni Unkel Ich bin frei Wo bist du? Von PD Ich lasse dich abholen Okay Ich organisiere den Taxi Jut, ich danke dich Bis gleich Jut, machen sie die Einer muss Juli abholen, das ist von PD Bitte Wir haben Revolte gefunden Ja, ich weiß Wo war der? Am Flughafen Da, wo die hergekommen sind Wo wer hergekommen ist Wo wer hergekommen ist Hab nicht gehört Wer ist wo hergekommen? Super schön, dass du da bist Äh, die sind vom Flughafen, äh, Richtung Grove, danke gefahren Die haben von dem Highway, da, weißt du? Ja, Jammer Kannst du kurz weggehen, bitte? Und Juni ist das in Gefängnis? Denk dran, mach keinen Quatsch mit dem Auto, oder? Was meinst? Was wird... Jess, ich muss noch kurz mit dir reden Ja, Mila Oh Gott Hey, was ist denn jetzt los? Ach, wegen dem neuen Gossip Bist du nicht mit Jess am Knutschen? Ey, wieso? Pass immer auf den Wichsgriff von Quack auf Der versucht, den an die Rand zu machen Seine Socke ist schon wieder hart Das soll er probieren Ja, Mar, komm her Oh Gott Oh, nee Wow, 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 wow Komm, 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 komm runter Er musste dich wirklich erst drauf hinweisen Zuck der Lahn Ich muss kurz Pipi hier Ja, setz dich hin, du Mädchen Hat einer was zu trinken können? Ja, komm bei mir Was denn? Es kann nur Quack sein Was denn? Ich hab mit den beiden gesprochen Und es kann nur Quack sein Wenn die beide Nein sagen Dann kann es nur Quack sein Quack oder Quack? Quack Ich hab mal ne Frage Diese 49ers oder Wir waren doch letztes Mal bei denen Ach, das stimmt doch eh nicht Warum sollten die sowas sagen? Keine Ahnung Wir haben überhaupt nichts mit denen Und deren Routen Und was weiß ich Wo die arbeiten zu tun Wir kennen die doch, oder? Auch so Ja, wir waren schon mal bei denen Deswegen Dafür musst du ja dann wieder reingehen Hast du schon gehört? Hm? Achso, nee, weil ich kann nicht noch erzählen, wenn Johnny da ist Habt ihr schon gehört, Craig und Jess? Craig und Jess? Was? Hünkel Hünkel Johnny, ich darfst du was sagen Ja Hast du zu? Ja, ich auch Hallo Also Die Roten Und wie heißen die noch? Folter Also die Fertelrange Hünkel ist so Die haben wohl Bock auf uns Warum? Foltergruppe Weil die uns heute fertig machen wollten hier Ja, aber warum? Das werden wahrscheinlich auch die gewesen sein Die vor uns da lang gefahren sind Hat Steffi Genau Ja, aber haben wir was mit denen zu tun? Lass doch Steffi erklären Steffi Telefonier Ich küsse deinen Nacken, Steffi Steffi, komm mal hier Steffi, komm mal hier Ja, warte, Moment Steffi, komm Steffi, komm Steffi, komm Steffi, komm Steffi Nein, Steffi Steffi Nicht Steffi Steffi Jawohl Steffi Einmal dem Johnny, was der Grund gerade erzählt Ah, okay Also Ein Kollege hat zwei Mir gesagt, dass zwei bis drei Kopierungen hier rein wollen Und zeigen wollen, wer die Hose anhaben Also schon mal die Folders Und eine Kopierung in Rot Und die dritte eventuell Aber das weiß ich ja nicht hundertprozentig Maschallah, die hübschen einfach fünf Stück Maschallah, die dritte Weiß ich schon Wer ist die dritte? Die haben wir heute kaputt gemacht Achso, meinst du? Aber das können nicht die Fortinalas sein Weil mit denen haben wir nichts zu tun Ja, aber mit den Elders auch nicht Wollte ich gerade sagen Ich hab schon versucht Ich hab schon versucht Den Curtis anzurufen Aber geh nicht am Handy Also Es ist keiner von nur was Das ist so Hey, du stehst doch hier Warum rufst du dich denn selber an? Und diese beiden Typen Oder weil das sein soll Wir haben doch mit denen gar nichts zu tun Die kamen letztes Mal hierhin Wenn die das überhaupt sind Und haben sich vorgestellt Boah, Tyrus Geh mir nicht hoch Ja Wir stehen hier gerade im Kreis Und sagt Einer könnte Ich hab so ein Handy aus Ich geh mal zur Seite Tyrus noch so ein Move Und ich klatsch dir aus dem Leben Schaff dir mal ruhig Ja, die haben sich vorgestellt Die kamen irgendwann mal Vor ne Woche oder so Und haben Haben sich vorgestellt Und haben gemeint Die kommen von den Weinbergen Aber haben keinen Wein Und Was weiß ich Das sind wahrscheinlich die Die Heute die ganze Zeit rumgefahren sind Dann lass uns die dritte Gang mal durchgehen Was mit 187 Was mit denen? Das ist aber nicht die Weinberge, oder? Das anwesend? Ja? Also Folder ist ja die Melli da drin Und die ist ja Security am Bahamas Cool Die regeln das Die haben auch Security gemacht Beim Galaxy Ja, aber was haben die denn für einen Grund Der Hins? Hä? Ich weiß nicht Ich glaube die Lutscher Ja, also Er hat Mein Kontakt hat zu mir gesagt Äh Die hätten Was ist das? Ja, die ist Ja, die ist Ja, ich weiß nicht Wie gesagt, aber das ist nicht das Was auch Tee letztens angesprochen hat Ja, aber ne Eigentlich nicht Weil wir haben in dem Krieg eigentlich Nichts mit zu tun Ne, ging es da nicht um die Alten gegen die Neuen? Ja, genau Das hat er nämlich zu mir auch gesagt Ja, gut Dann ist das ja gut Dass die Yadis gerade da sind Es ist ja auch egal Ob das jetzt stimmt oder nicht Wir haben es auf jeden Fall gehört Also er meint zu mir Die haben wohl keinen Bock auf die Neuen Dass die immer so ne Triggerose anhaben Momentan Haben die Yadis nicht ihr Stress mit den Roten? Wegen der Sache? Aber das wird natürlich erklären Warum die heute den ganzen Tag rumgefahren sind hier Ja, aber warum? Hä? Aber die fahren hier rum Mit vier vollbesetzten Autos Aber komm, steigen nicht aus? Und komm nicht? Ja, da weiß ich mich auch Weil das Mädchen sind Vielleicht ist das das Statement Ja, aber die steigen auch nicht aus Wenn wir weniger sind So, weißt du? Ja, wir standen zu zweit hier Die fahren hier einfach nur rum Weil das kleine Mädchen sind Vielleicht haben wir auf die anderen noch gewartet Also, ich weiß, mal gucken Selbst wenn, guck mal Wir kriegen die Tage jetzt eine Million von den Sopranos Das ist noch nicht geklärt Jack hat gerade nochmal mit ihm telefoniert Der kam gerade aus dem Opel da Der Patronus von denen Ja Und die klären das morgen Nur mal per Telefon irgendwas Genau So, und wenn das geklärt ist Dann kriegen die anderen auch ein Brett Dann kriegen wir da noch eine Million Und dann ist alles okay Und dann kann man das ja nach ein paar Mal Okay, ich muss jetzt nicht auch was sagen Hier Ja Ich bin jetzt auf Kortium draußen Das heißt, ich muss mich jeden Tag bei der Polizei melden Und darf nicht irgendwie gegen die Cops schießen Du darfst überhaupt nichts kümmern erst machen Ne, die haben nur gesagt Nur gesagt Dass ich mich nicht irgendwie Gegen die Polizei wehren darf So in der Art Johnny Also, die Auflagen von Bei Solti sind die gleichen Du darfst keine Hand Also, keine Pistole haben Darfst kein Messer haben Nein, ich darf Knarren haben Wenn du das machst Er darf nur nicht gegen Cops was machen Fertig Ist okay Mach, wie du denkst Aber was, wenn die Cops was gegen Iden machen Pass auf Kortionsauflagen Sollte Herr Schulhoff während der Klärung Des Falles mit Polizisten In einer gewaltsamen Konflikt treten Wo ich Dadurch gewaltsam gegen die Cops irgendwie vorgehe Während der Ermittlung Hä? Während der Ermittlung Wie lange er auf Kaution draußen ist Allgemein Ich darf nicht irgendwie aggressiv gegen den Cops Ne? Ja Oder vor den Cops fliehen Oder Polizeiequipment besitzen Verfällt sein Anspruch auf die Kautionserstattung Das sind meine Auflagen Und wie viel hast du bezahlt? 100.000 Aber die krieg ich wieder Aber nur wenn du Oh Gott Okay Ja, scheiß auf die Auflagen Scheiß auf alles Oh Gott Lass kurz mal die Ani quatschen Ja Ja Viel Spaß Ja Juppertag Grüß Johnny Ich muss Wir beide müssen kurz mal Wir drehen uns mal kurz reden Ja, wir müssen echt kurz Unter ein paar Augen Also alleine Ich hab verstanden Ich soll mitkommen Ähm Ich geh mich hinlegen Schlaf gut Schlaf wohl Ciao, ciao Ähm Ich rede jetzt mit Mia Um das mal Ich verliere hier Kompletten Überblick Das was Tibor Letztes Mal geschrieben hat Im Chat Und auch was so OEC gesprochen wird Und was Dexus zum Beispiel Auch weiß War der letzte Mal Bei dem Gespräch dabei War im Teamspeak Ist folgendes Naja Gretzang ist auch egal Ob ich damit soll Ist mir scheißegal Ist folgendes Es gibt eine Partei So alteingesessene Die wollen das RP So wieder wie damals haben Und laut Zeitzeugen Von damals War das so Dass Gangs gekuschelt haben Weißt du Diesen Wendeter Hut Vertrag Den wir damals Auf GTA Live hatten So auf die Art und Weise Tut ihr uns was Dann gehen drei andere Auf euch drauf Natürlich ist das alles Sinnfällig So weil das laut Regeln Einfach verboten ist Und es gibt auch Kein Abklatsch-RP So dass die einen Da reinfahren dürfen Und dann die anderen Irgendwie versuchen Wenn das stimmen sollte Wird das so versucht Und das meinte auch Timon letztes Mal eine MRP Was ich richtig Richtig ekelhaft An der Sache finde Ist Dass 5-6 quasi Angegriffen wird Weil die Leute wissen Dass die Jadis Jeden Tag gebannt werden Wegen diesem Konflikt Zwischen denen Und 1-8-7 Und Jadis sind die Die zum Beispiel Mit auf der Grasroute hängen Und nichts bezahlen Bei dem Business Aber die schützen das Und dafür dürfen die Da umsonst arbeiten Und nur mit dem Wissen Dass die gar nicht da sind So Mucken Ang darauf einmal auf Weil die versuchen dann Auf die schwächere Partei Zu gehen Leider ist das hier Alles noch nicht so geregelt Dass man nur Dass man einen offiziellen Gangkrieg hat Von 7 Tage Etc Etc PP Und dann einfach nur One on one gemacht wird Und keine andere Gruppierung Darf sich da einmischen Also als ich auf live gemacht habe Fanden alle Alles ist geil Ja aber das ist 2017 Das EP ist nicht mehr So wie heute Ja da halte ich mich auf Das ist ja Dings Ich übernehme ja nur so Oder ich versuche Noch ein bisschen zu übernehmen Wenn Wie jetzt gerade der Fall war Johnny war nicht da Da gab es aber auch nur Zwei Gangster Das war mit Schwarzwasser Boah lassen wir uns Ne gar nicht Da wurden nur Bluthänkelern Und so eigentlich Aber das ist auch Nicht mehr zeitgemäß Und ist ja laut Regeln E verboten Dass sich Gruppierungen Zusammentun Gegen andere Zecken Aber ich verstehe Die Aussage nicht Hier im EP Die Alten wollen Den Neuen zeigen Wer die Hosen anhat So was ist das Für ein EP Grund Wenn du noch nie Mit irgendeiner Gruppierung Angeeckt bist Oder so Die Eins Slogan steht mit seinen Jungs Auch nicht hier Nur weil die Jadis gesagt haben Ja wir übernehmen die Koksrute Und ihr verwaltet dann Das wie mit dem Gras Also den Drogen Umschlag So das juckt auch keine So Ich verstehe nicht Auf was für einer Grundlage Falls das passieren sollte Das passieren soll Das ist halt Total Dumm War 56 nicht Die stärkste Gruppe Keine Ahnung wer hier Die stärkste Gruppe ist Alter Ich lüge mich aber auch nicht Jeder hat seine Stärken Seine Schwächen Als Maul da drüben Tyrese Weißt du jetzt auch Nur fünf Wecken Ja das stimmt Aber das ist ja so Was überhaupt Das ist ja so ein Gerücht Was ich gerade gesagt habe Was rum geht Wo wie gesagt Dexus auch dabei war Wenn das nur passiert Wenn da Leute versuchen Regeln auszuheben Damit man sich Zusammentun kann Und solche Regeln Kann man ausheben Ich gebe euch ein Beispiel Wir haben jetzt Stress Mit 56 Wir sind in einem Krieg Mit denen Wir gehen die angreifen Stellen uns aber Nächstes Tag hier hin Und holen die Yadis Noch hier zu Dass die hier bei uns Chillen Wisst ihr was ich meine Und wenn du angegriffen Wirst Darfst du dich verteidigen Das bedeutet quasi Wenn die Yadis hier stehen würden Und 56 Hier rumballern würde Und die würden Die Yadis treffen Dürften die sich wehren Und so umgeht man Diese Regel Und das ist Schwierig Gibt davon ein Clip Wo es im Stream gesagt Was? Was? Wäre da deine Struktur dahinter So like Mafia Und die haben eine Gang Sozusagen unter sich Das wäre immer nice Alles wäre nice Aber Es geht halt immer nur Ums Gewinn Wir wollen die Heftikste Auf dem Server sein Wir sind die krassesten Wir sind ganz oben An der Nahrungskette Wir lassen uns Das nicht gefallen Wir machen das nicht Bla 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 Immer das gleiche Das heißt Man setzt die vier Autos Immer ein Aus jeder Partei rein Und fährt da mal vor Ja so auf gut Glück Und wenn du dann Beschossen wirst Und da sind So ein anderer Gang dabei Die darf sich dann wehren Klar ist das bewusstes Umgehen der Regel Klar Aber du darfst nicht vergessen Supporter Machen die Supporter Was freiwillig Und die Menge an RP Und die Storys dahinter Und so Das kannst du gar nicht Vernünftig klären Vor allem nicht Wenn es da Leute gibt Bei einer Gang Die nicht streamen Weißt du Dass du das nicht Nachvollziehen kannst Weil es kommen Leute Zu denen zu Potti Die sagen Ja wir waren unterwegs Nur wir wollten zum Strand Und wurden da beschossen Und haben uns nur gewehrt Weißt du was ich meine Ja Bist du Ich sitze hier Parkbank Ey wo Bist du blind Offensichtlich ja Bist du nachtblind Warum bist du allein Opfer Weil ich will Ein bisschen Um mich ausholen Du bist ein Ma Was hat der Typ Dann jetzt gesagt Den ihr eingepackt habt Ach das war Irgend so Nen Lutscher Der hat nur Im Prinzip Hat der gar nichts Gesagt Der hat nur Die Nummer Rausgerückt Von den Patronus Von denen da Und Jack hat den Angerufen Und meinte Ja solltest du Weiter gehen Wegen der Nummer Blablabla Der Typ war Beim MD Der war schon verletzt Ja Und dann hat Jack Gesagt Ja lass uns Darüber reden Und geht nur Um eine Nummer Und vielleicht ein bisschen So angestochen Gesagt Wenn ihr keinen Sinn Darin seht Dass du klären Dann knallt es immer Aber der hat halt gesagt Ist okay Wir reden darüber Dann haben die Nummer Telefoniert Nach seiner OP Und da war irgendwas Keine Ahnung Morgen Wird nochmal Telefoniert Wir wollen darüber reden Was Wir wollen darüber reden Nein Wir reden Wir reden zusammen Alter Das ist die Scheiße Das ist der Krieg Bei einer bewegenden Nummer Wir wollten von Anfang an reden Wer ist das Mein Neffe Tag Timothy Ach Timothy Hi Tag Na wie geht's War du meinst Timothy aus der Eastside Ja Ja Oh Lange nicht gesehen Happy Book Ich war Am chillen Was haben die Aldis gesagt Ja Kann ich dich Jetzt nicht sagen Soll ich gehen Nein Alles gut Alles gut Wir reden Mal ein paar später Ja Wenn ihr das geklärt habt Dann sagt mir das dann Passt schon Ey Waren bei euch vorhin so Rocker Bloß im Stil Nord Ja Die waren vorher bei mir Und meinten dann Dass sie zu euch Wollen Genau Wir haben uns ein paar Komische Sachen gefragt Aber Keine Ahnung Hier wollen einige Leute hin Was ist los Habt ihr Scheiße gebaut Nö Aber irgendwie wollen uns Was waren das drei Stück Ja Diese komische Ranch Typen Ranch Typen Irgendwelche Roten Irgendwelche Roten Kein Name Und ich glaube Sopranos Aber mit Sopranos Ist ja geklärt jetzt Fast Sopranos Die wollen alle hier rein reiten Sopranos sind süß Ich hab mal den Leo Baker Das ist der Dawn Patron Whatever Hab ich mal bis auf Unterhose ausgezogen Ja wir haben die heute abgekleidet Alle Die lagen alle an der Golf Ja und die anderen wollen hier rein reiten Weil die alten Leute Den neuen mal zeigen wollen Wer die Hose an hat Warum auch immer Okay Wir sind ja auch Wir sind ja auch eine Gang Und wollen Macht an uns reißen Und all so ein Quatsch Wir wollen ja Routen haben Und keine Ahnung Was die für Paranoia haben Das ist ein verdammter Park Keine Ahnung man Verstehe ich auch nicht Ihr seid doch vor allen Dingen Auch ganz liebe Menschen Ja eben Solange man uns nichts tut Ist uns eigentlich alles stolz egal Ich hab jetzt stell dir hier Stell dir vor Hier stehen nur so Zwei Drei Vielleicht vier Junkies Die einfach nur Bisschen Hero wollen Oder so Und die werden dann habsgenut Ja das kann passieren ne Es kann auch passieren Das Ding mit G-Heartig zu stehen Oder Five, six Oder was weiß ich Vielleicht auch Groove Oder keine Ahnung Und die einfach nur chillen Und ein bisschen kiffen Was ist jetzt eigentlich mit denen Hast du nochmal mit denen da geredet Nö ich hab Als wir geballert haben Hab ich mit denen geredet Ja die haben sich totgelacht darüber Ja warte mal Was ging da heute überhaupt ab Irgendwie Groove fährt mit Flack ab Da durch die Street Bei 56 Da liegen Leute auf dem Boden Ja die haben eben gestresst Oder so glaube ich Ist Groove wieder back Oder was Keine Ahnung Ein paar Tage nicht da Alles steht auf dem Kopf Mann Ich hab mit denen geredet Johnny Bei der Schießerei Und die meinten Ne Weil das ja deren Deren Bieter ist Obwohl Jack gesagt hat Das gehört aus dem Five, six Ob ist mir scheißegal Ich hab denen halt gesagt Dass wir da Ähm Bisschen Ruh Die haben sich totgelacht Und haben gemalt Solange die Tankstelle stehen bleibt Das heißt okay Da ging es ja nur darum Weil irgendeiner frech war Aber das haben die glaube ich Falsch verstanden Oder die waren nicht gemeint Habt ihr vielleicht nochmal Was von meinen Ehemaligen Leuten Boah ich hab Danju schon Vor lang nicht mehr gesehen Danju ist im Urlaub Der kommt bald wieder Ich hätte ja so großartig Nie mit irgendjemandem zu tun Von euch Außer mit dir Und Danju Keine Ahnung Ich suchte die ganze Zeit Ich hab da halt noch Ein paar Schüsse locker Für die Kollegen Warum hast du erzählt? Die Dixer haben mich An die Wand gestellt Mann Und Wollten mich abstechen Hä Danju? Nein Sembil, JD AJ Warum? Ja weil die Einen Tag vor hatten Wie Stress Und ich hab halt Bisschen Keine Ahnung Mann Ich hatte so Misstrauen Was deren Vertrauen angeht Und wie loyal Die noch zu mir sind Ich hab denen halt Ein paar Fragen gestellt Generell zur Gang Und wollte halt Wollte die halt Ein bisschen testen Und Keine Ahnung Mann Sind halt alle Voll durchgedreht Und Eigentlich Es ist der einzig Wahre Junge Wie geht Ach lass das scheiß Gangleben hinter dir Mann Geh den Gran weg Wir haben immer Ein platt Von der Banke frei Kann ich gerade gehen Wie du kannst Nicht gerade gehen Ja wir nehmen dich auf Wenn du überhaupt ein Holzbein hast Der Park ist groß Hier kann jeder wohnen Aber irgendwie Ich weiß nicht Ich fühl mich nirgendwo wohl Außer an der Eastside Mann Ja aber dein Vater ist auch hier Hättliches Bild Stinkende Yardis Und so Ja mittlerweile Irgendwie Das ist halt nicht mehr So wie es mal war Keine Ahnung Ich weiß noch nicht mal Wo meine Leute sind Jetzt Oder Dann ruf die doch an Die Straße ist leer Seit den Tagen Ja da standen gestern Noch vier Autos Die hab ich so Nein ich hab ein bisschen Außer sehen Hab ich die offen stehen lassen Vielleicht hab ich die Motor laufen lassen Auf einmal waren die weg Ich keine Ahnung wo Irgendwie der eine Wagen Ist irgendwie In irgendein Baum Von den 49ers gelandet Keine Ahnung wie Aber naja Ist doch egal Ich finde die nicht mehr Die kommen nicht raus Aus der Boof Ich will die alle abknallen Ich will die Ja aber dann mach das doch mit uns Bruder Das ist so eine Herzeseingelegenheit Digga Das muss ich selber klären Bruder Aber die verstanden sich Der Dreismann ist sein Vater Also es hat auch Unsere Herzeseingelegenheit Aber ihr weißt Ich kann euch nicht In irgendeine Scheiße reinziehen Am Ende Schießen die irgendwie Auf euch Wir sitzen schon in der Scheiße Siehst du doch Ja weil die Angst haben Wir sind ja die Überschrassende Gang Wir wollen ja Gebiete Für uns beanspruchen Ja man Ich bin echt traurig Ich hab dir damit Nicht gerechnet Mit allem Aber nicht damit Was sollst du machen Ich hatte zweimal die Chance Alle von denen umzubrettern Weil das Vögel Und Fotzen sind Aber irgendwie ist mein Herz Zu groß Oder seitdem ich Herz Im Gesicht habe Dann such demnächst Einfach keine Freundin Am Würfelpark Dann hast du solche Probleme Nicht Das ist das Traurigste Digga Weißt du wie lange Ich hier schon Auf den Streets bin Und guck Dass ich vernünftige Leute Kennenlerne Digga Das ist fast nicht möglich Man Hallo hier stehen wir Ja Bro Ich meine nicht euch Ne ist doch logisch Aber Wollen wir jetzt 6-Dos werden? Monte lass dich mal drücken Ja Danke dich So ein Feini Kylo So ein Feini Ich will das Flag Nicht mal mehr aufsetzen Digga Die haben das Flag Komplett in Schmutz Dann zieh es nicht auf Ich habe mein neues Flag Wieder Versteh das Diese ganze Flecke Kurze sowieso Was denn Was denn Ich war heute so nah An einem Hündchen So nah Sag nicht du willst ne Töde kaufen Die kriegen einen kleinen Chihuahua Pitbull Ja da Iris Kylo Das ist nicht das selbe Na wenn der Hund fitz Dann musst du zum Chinesen gehen Nimm mal 3,18 Da kriegst du auch Hände Oder Hütchen Kross Hey Johnny Ich habe noch was gefunden Im Jugular Ja ein Funkgerät Ja Ja nimm mal Hey Bruder kannst du mich einmal in den Arm nehmen Komm her Komm her Lass dich drücken Jung Ja aber wenn du den in den Arm nehmst Wär ich auch nochmal in den Arm genommen werden Ja komm her Du bist der Beste Mann Du auch Du auch So kommst jetzt zu uns Weißt du was man bei uns sagt Der Park der verlorenen Söhne Das auch Wenn du zu uns kommst Kriegst du einen Drücker Aber bei uns ist das hier eine Regel Wer angeleckt wird Der bleibt bei uns Iris leckt den an Meine Keime Du Hund Jungens Ich hier in der Booth Schlaf gut Ich auch so Bis morgen Bis morgen Denkt an die Millionen Wir haben morgen eine Million mehr Scheiße Guck mal wir sind sogar morgen Sind wir reich Wie Wo ist Juni jetzt schon wieder hingerannt Ach ihr haben mal doch eine Million Das ist glaube ich pinkeln gegangen Was hast du schon wieder Ich hab einen Klingelsteig gemacht Bei wem Opa Willi Achso Jetzt fühl ich mich schlecht Ich ruf ihn besser nochmal Hallo Hallo Klingelstreich Eins nur im Teil riefs Arschlau Hi Opa ich hab den Klingelsteig gemacht Tut mir leid War meine Nummer auf dem Bettchen? Sag mal Mo Mh? Bist du gut in der Aufmuntern? Oh wer Wer muss aufgewandelt werden? Der Tim ist sie Der ist traurig Warum warum warum? Wort verraten man Sollen wir da rüber fahren? Das war die Sache nicht besser ne? Bruder ich fahr da den ganzen Tag auf und ab Da ist kein Schwanz Jut Brrrr Wo ist Juni hingerahmt? Der ist pink Ne aber im Aufwuntern bin ich nicht gut Wenn die nicht da sind Brrrr 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 Mal gucken ob die was wollen Mele ich gepellen Ich bin müde Ja bis dann Tschüss Brrrr 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 Was machst du? Ich geschlafen Könnte Könnte Du hast ja was verloren Ja du auch Deine Ehre Nein deine Zeit heures O B Was magst du für einen Mammelarga? Apikose Mal gucken, wie sich das entwickelt Mir ist es relativ egal, wenn fünf Gangs auf uns kommen Weshalb auch immer, weil wir sind ja auch eine Gang Und wir mischen uns ja auch überall ein Und bla 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 Wie viel steht es? Ist beendet Rizzi so, wie es aussieht mit den Sopranos Ist auch gut Krieg wegen der Nummer und so nem Quatsch Da wird morgen irgendwie geregelt Telefoniert Mit dem Patronos von denen Finde ich auch gut, dass sie sich jetzt drauf einlassen Was jetzt mit den neuen PC gucken Ich hoffe, dass die jetzt kommt Mehr Krieg, mehr Ziele Ja, Threshold, Krieg Oder beziehungsweise Konflikt-RP Crime-RP, Gang-RP, Kacke Macht Bock Aber es macht keinen Bock, wenn sich Parteien so zusammentun Weil sie vielleicht aus welchen Gründen auch immer Oder vielleicht einfach Angst haben Und versuchen Regeln auszuheben Ähm Um dann eine bestimmte Gruppierung zu bumsen Genauso dumm ist es Support-Kriege anzufangen Nur weil einem das RP nicht gefällt Was vielleicht andere machen Die sollen einfach ne Mio zahlen Ja, sagen die Jungs im RP auch schon Aber ich find ne Mio viel zu viel Warum sollte man aber direkt übertreiben, Alter Aber die machen das Ich misch mich da nicht ein Mr. The Guy Am Ende liegen eh alle Nö Das muss ja nicht mehr unbedingt sein Aber wenn ich Konflikt-RP mache Dann will ich, dass das einfach einen Sinn ergibt Und das hat für mich nichts mit dem Sinn zu tun Nur weil irgendeiner sagt Ja, wir müssten den neuen Leuten jetzt mal zeigen Wer hier die Hosen hat Dann sollen so Eins gegen Eins kommen Konflikt wegen der Nummer ist mehr Ja, das stimmt Aber das ist ja zum Glück geregelt Vielleicht, du darfst das ja auch nie Aus unserer Sicht nur sehen Du musst das ja auch aus Soprano-Sicht sehen So Die hatten zum Beispiel Stress mit den Yadis Und Yadi ihren Ruf Eilt ja voraus, ne Sodass die nicht lang fackeln Und uns kannten die halt nicht Eben weil wir nicht so auftreten Eben weil wir keine Gang sind Das ist eine Crime-Organisation Die zusammen mit dem Kiez momentan einfach Geisel in der Macht und Überfälle und so Das ist ja kein Gang-App Uns ist das egal Ob wir eine Route haben oder nicht Uns juckt das alles nicht Oder ob wir eine Route haben Und wo wir unsere Turf nennen Und was weiß ich Der Park, wo wir chillen Ist für jeden Einfach abwarten Ach, was geht'n da ab Bei Mutant P-Nation Die sind auf nem Villengelände Ich glaube, ich schicke euch mal zu denen Zu die 187 Die sind glaube ich gerade im Verhandeln Ähm Der zuckt glaube ich immer was länger Da könnt ihr Könnt ihr zugucken Bestellt da schönen Gruß Und sagt Irgendwas Auf jeden Fall Vielen lieben Dank Für den ganzen Support Auch wenn ich vieles jetzt nicht vorgelesen hab Aber ihr wisst Wenn ich AP mach Ich achte da überhaupt nie nicht drauf Dankeschön Dankeschön Dass ihr lieb wart Morgen Mittwoch ist 100% frei Ich hoffe, dass der Rechner bis dahin da ist Ich wünsche euch wunderschöne Zwei Tage ohne mich Und seid lieb Wo immer ihr unterwegs seid Okay Ich sag schon mal Tschuhus Und dann raiden wir Und dann machen wir da ein bisschen Liebe Okay Chat Machen wir Gute Nacht Ihr wunderschönen Menschen Oh, da geht neunig rein Oh, gewinne, 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 gewinne Oh, benimmt euch Tschuhus Und gute Nacht JET Vielen Dank.